Ich bin auch direkt müde. Bist du... Hallo? Hallo? Beauty? Hallo? Dann f*** dich doch. Tagsam. Füße. Füße. Was geht ab? Nicht viel. Achso. Ich habe gerade Schlüsseldienst bezahlt. Dieser Typ war gestern die Beidemeister, ne? Welcher? Ja, obwohl er das Haus klauen wollte oder so. Der war mit seinem Papa hier. Sein Papa? Nein, der andere hat seinen Papa mitgebracht. Die waren zu dritt. Ah, okay. Also der hat später mit dem Erich, heißt der glaube ich. Na, irgendwie so. Der hat gefragt, ob wir seinen Sohn und seinen Kumpel nicht in Ruhe lassen können. Ja, ich mache dem noch ein bisschen Angst, aber wir machen da nichts. Ja, ich habe ihm schon gesagt, er steckt bestimmt mehr alle hinter, ne? Auch. Hat euch irgendjemand da hingeschickt? Was? Euch hat doch bestimmt jemand da hingeschickt. Vielleicht. Siehst du? Was machen Sachen? Felix? Nicht viel, was ich habe. Der wollte sich melden. Na gar nicht, wir sollten uns melden. Ja, ja. Der hat mich glaube ich auch schon angerufen. Also. Ich muss noch Sachen klären, weil ich habe um 21 Uhr Gerichtsverhandlung wegen diesem Balance. Was für ein Balance? Ja, der Link, der Anwalt vom Kiez. Heißt der Balance? Ja, Balance, Link heißt er. Achso. Aber der ist nicht so balanced drauf. Der ist ziemlich... ...un ausgelassen. Der ist eine ziemlich linke Sau. Ja, 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 ja. Sonst irgendwas passiert? Äh. Bei mir hat die Haustür geklemmt, ich musste warten, bis Schlüsseldienst kommt. Warum hast du nicht am Fenster geklopft? Oder standen zu viele Autos davor? Ja. Hab Matchbox-Autos von Schott wie davor gehabt, wollte ich nicht wegpacken. Oh, dreckiger. Der wurde einen Tag gebannt, weil er zu viele Autos ausgepackt hat. Apropos Autos. Boah, die Luft ist echt schlimm in den ganzen Abgasen, ne? Ich glaube, du solltest mal ein paar Autos einparken. Ja, ja. Weißt du, bei dir nervt mich das gar nicht. Wenn der Jack das machen will, du willst du so einen Pfeifen hören aus deiner Lunge. Baaah. Hör auf der Welt. Haben wir die Luke geöffnet. Und wir waren beim Russland. Ah, was mit dem? Alles geklärt. Und wir haben den Business vorgeschlagen. Der wollte drüber nachdenken, schob den lächern. Das ist sehr gut. Und? Das Haus vom Hand. Ah, ja. Ich hab mit seiner Frau telefoniert. Oh, okay. Und hab gefragt, wo der Hand ist und so. Und die meinte, wir geben das Haus nicht mehr ab. Ja, ja. Boah, ich dachte, der ist noch mal an den Ufer, weil der mich so am Arsch gepackt hat. Sie wollen das Haus nicht mehr abgeben. Dann hab ich zu der gesagt, okay, dann komm ich dich holen. Stimmt, ich muss nur zu Pfeifen. Hab ich seine Nummer noch? Das war die, ne? Ja. Ich muss noch Anzeige machen. Weil ich eine Pätze will. Ja, Pätze. Bin ich auch. Ich bin Verräter. Pätzniese. Ich hab sogar mit dem Logen gequatscht, wo Pata. Ich hab viel Tore. Beidlein. Voll viel zu tun. Eigentlich. Auch. Entschuldigung. Ist noch mehr unterwegs? Äh, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Boah, ich hasse so einen Tag. Juts. Weißt du, wenn du arbeitslos bist, dann bist du immer müde. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, ich weiß nicht, was du meinst. Habt ihr schon mal bemerkt, dass wenn du uns langweilt hier ist, dass jeder anfängt, auf einmal komische Geräusche zu machen und so? Ja. Damit diese Stille wegkommt. Ja. Ist das nicht normal? Ne, das Ganze gar nicht normal. Tagsam. Tagsam, Demba und Guffi. Tagsam, Demba und Guffi. Komm, Demba, fahr mich. Wohin fahrt ihr? Wir fahren auch. Verwahrstelle. Hogwarts? Bist du Zauber da? Ich fahr nicht mehr zur Verwahrstelle. Hab genug von Autos jetzt. Komm, fahr mich. Okay. Der Mann, zieh die Kutter aus. Was? Zähl die Kutter aus, du Wichser. Geht nicht, ich bin der Nightweider. Scheuer, bist du. Scheuer. Muss auf den Tourismus tunen. Wollen wir den tunen gehen? Können wir. Berni ist am günstigsten. Ja, wir haben auch 10% Rabatt da. Nicht, nicht, nein. Nicht, nicht, nein. Okay, komm. Nicht, nicht, nein. Lass mal G-Klasse mitnehmen, Farbe machen. Gerne mit. Wo ist die? Ja, wir haben auch 10% Rabatt da. Da hinten denke ich. Da kommt der vorne. Eventuell kann das sein. Ich glaub der ist dort hinten. Ah, mit Jane! Jazz? Jazz? Ja. Die ist siebenmal noch immer wieder? Hä? Wer bist du? Was machst denn du hier? Nicht, nicht, nein, ich nicht, nein, ich nicht. Na, ich bin mal wieder aus der Wohnung gekommen. Beidlin! Wie geht's dir? Ich schnee, ich schnee, schnee. Genau. Ja, ganz gut. Komm her. Auch gut. Es schneeit. Ja, ich bin bald kein Mediziner mehr. Warum? 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 Wenn wir auf den Sack gehen. Warum? Weil die doof sind. Warum? Warum? Komm, wir fahren zum Tooling. Oh geil. Wir fahren vier Türern. Ja, wir fahren vier Türern. Ja, wir fahren vier Türern. Ja, ich wollte ihn machen lassen oder nicht? Ja, ich wollte ihn noch machen lassen oder nicht? Ja, ich wollte ihn noch lockieren lassen oder nicht? Ja, ich wollte ihn noch lockieren lassen oder nicht? Sag ein, ihr Zauern ab! Ja, und bin ja auch. Nö. Wir fahren ins Beutelinauland. Genau. Das ist eine Frau. Der mich auch wuchs an. Was denn, Alter? Sieht aus wie ein Käfer da vorne. Mit so zwei Fühlern. Links, rechts. Ah, so. Der macht so... Wird doch keine Medizinerin mehr sein? Nee, das ist langweilig. Und nervig. Bist du jetzt wieder ging-ging? Aber du musst doch Menschen helfen. Ja, ich kann... Also, naja, ich kann Menschen auch anders helfen. Wie denn? Mach's Arsch? Aber ich muss mir von den Cops noch meinen Taser abholen. Was für eine Taser? Ich krieg einen. Aber ich krieg einen. Von den Cops. Aber... Nicht da rein fahren. Ich will auch nicht. Ich brauche nur ein bisschen mehr... Oh, gehen. Kann ich nicht warten. Ui! 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 Ula! Ui! 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 Ich glaube, hier ist gar keiner. Warum ist da keiner? Ich hab die Nummer. Boah, was ist das denn? Grüße. Tagsam. Was geht bei dir ab? Wir sind bei Dennis, wir würden Autos ermahlen. Was kommst du denn auf einmal? Sag mal, du hast ja noch Kontakt zum Architekten, ne? Ja. Kannst du da vielleicht noch was mitstellen? Was denn? Ich hätte gerne einen Stein. Mit ein paar Stühlen aus dem Rumpf. Einen Stein? Ja, ein paar meine Leute sind richtig darin, vertieft Steine zu klauen. Ja, da wird ja keinen Stein besorgen. Du musst einen Stein holen. Ja, Junge. Du musst zum Steinbruch und dir einen Stein holen. Ja, Jutz. Aber die Stühle, Kollege. Ich will die Stühle haben. Ja, du musst den Stuhl klauen. Ich will die seiner Stühle haben. Junge, ich hab Millionen auf dem Konto. Ich soll da in den Kleppstühlen sitzen oder was? Ich frag dich. Du hast Alcantara-Leder-Diamant besetzt. Napaskinder-Leder, weiß und lila. Ja, ja. Mit Braun. Ja. Am Popo. Ja. Warte. Habt ihr einen LKW? Wir haben eine Rope. Kann ich die Rope mir mal ausnehmen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die euch geben soll. Du könntest du vertraust dir doch. Weil ich sehe euch irgendwie vor dem PD damit. Hey, nein. Ich fahr da mit den Steinbruch. Okay. Ja, kann ich ausleihen. Ich fahr da mit den Steinbruch. Du, jetzt. Musst du mir die geben oder kann man mir auch andere Leute geben? Ich hatte gestern Ärger. Nein. Wie ist denn Ärger? Ich hatte gestern Abend. Schönen Abend. Wart ihr nicht unterwegs? Doch. Das meinst du? Ja, aber das ist kein Ärger gewesen. Achso. Das war ja nicht das Gespräch. Ja, ja. Hey, Kollege. Dann komm gleich im Kuschelkreis. Dann bekommst du die Rope. In welchen Kuschelkreis soll ich denn kommen? Ja, im Park. In der Park. Ja, Jutz. Wir gehen dann gleich in der Park. Aber wenn die Polizei dich sieht, bekommst du Ärger, ne? Ja, ja. Dann hol dir lieber vorher Dings. Eine Genehmigung. Nee, nee. Ich habe was gut bei der Leitung von der FW. Ja, oder so. Und das Ding ist halt fünf Kamal. Du brauchst locker eine Stunde, bis du im Steinbruch bist. Ja, Jutz. Kriegen wir ihn. Okay, bis gleich. Bis. V-Ak-Bi-Tubu. V-Ak-Bi-Tubu. Gibt keinen dran. Geht keinem Telefon. Der soll wieder da sein. Ich habe die Nummer nicht. Ich gehe kap... Okay, dann kippe ich gleich nach. Dankeschön. Tschö. Zuckerduft. Bei Bennis geht keinem Telefon. Okay, wohin gehen wir dann? Dann Russland nach oben. Ja. Der macht bestimmt auch gute Prozente. Ja, dann... Da geht aber nicht dran, aber da ist, glaube ich, immer jemand. Dann lass hoch. Ab Ende Norden. Lass warte. Zuerst von den Eidrichs. Die wollen die Rope. Okay. Die wollen sich einen Stein in den Turf holen. Ja, dann komm jetzt im Park, ne? Ja gut, dann komm ich jetzt im Park. Okay, wir fahren mal hin. Bis gleich. Bis. Ja, lass kurz im Park und dann nach oben. Okay. 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 Bieti, komm. Bieti, komm. Ja, ich bin grad an meditieren. Es kommt da rein, wo es kommt da rein. Wohin? Ja, wir fahren kurz zum Park und dann fahren wir nach oben zum Russland. Weil ich kann es... Nein, okay, mach kein Problem mit Ehrstumpfung. Da hast du ab zwei fahren, wir nehmen es, Digga. Das ist gut. Okay, nee, dann hast du das nicht. Okay. Okay, alles gut. Nein! Abgeschlossen, Alter. Ich muss erst mal aufmachen, oder? Wieder kein Geduld, der Wix, Digga. Ist überfallen, Alter. Ey, jetzt machen wir Platz, wenn du willst, kannst du auch... Hey, hab ich alles falsch. Ein paar Mal, das wird ein, dann kannst du auch einsteigen, Digga. Steig ein, Alter. Aber wenn du willst, kannst du ruhig falten. Das ist gar kein Problem. Ich muss erst mal Pus*** das nachholen und sagen, wir mal einen Tether geben. Jess, kannst du mir 1.000 Millionen Euro, nein? Dollar? Ha! Naja, aber ich kann dem Cop sagen, der soll mir Geld geben. Der hat gesagt, ich kann kriegen von dem, was ich will. Der kann mir so viel Geld geben, dass ich mir einen von den neuen Autos kaufen kann. Oder Tether oder so. Da will ich bestimmt knutschen, besser. Nee, da will nur Informationen von mir haben, und dass ich dir sag, von wem ich die Sachen weiß, aber das mach ich nicht. Na klar, du bist eine Perze. Und du hast mir nicht vertraut, dass ich Ärger hatte mit dem Park. Als die Raufen sich gegründet haben. Oha. Oha, tschuldigung, hab ich geflattet. Bleib stehen! Wo fährst du hin, Junge? Da ist TK. Hab auch. Sag, wer ist eure Familie? Remu, jetzt. Hallo, Bubele. Ihr dürft da keinen Scheiß mitmachen, ne? Nein, ich will legiten Stein. Ich bekomme so viel Ärger, Bruder. Ich will legiten Stein. Einen Stein? Einen Stein. Der deinen Namen trägt. Ich bekomme so viel Ärger, wenn ich Scheiße betonne. Allzeiten überlebt. Nein, alle Juts, ich hab mich da abgesichert, das passt. Boah, wo sind die Schlüssel? Denk ich hier eine kurze Einweise, wie das Ding läuft? Ja, Schlüssel umdrehen und fahren. Ja, Juts. Das andere ist alles learning by doing. Heißt, dann mach ich mal learning by doing. Willst du mir verraten, wo mir eine Einschlussecher drin sind? Danke dir. Hä? Willst du mir verraten, wo mir eine Einschlussecher drin sind? Ähm, vielleicht war ich da in einem Turf mit unterwegs. Hey. Einfach wild. Ich wollte einen Baum machen. Schlüssel umdrehen. Ui. Und Lichter machen. Oh, Alter. Da macht er bescheuert. Das ist mein Juge da, Junge. Hey, what the fuck? Ich danke dir, Königs. Ich komme mal in den Stall, dann bringe ich dir da wieder. Okay. Wer du lässt dich damit anhalten, dass du weggehst? So, ich mich damit anhalten lassen. Ja. Danke dir. Tschüss. Von unserem Parkplatz. Seid ihr dumm oder so? Was ist passiert? Wir fahren nach oben, nur nach Palette zum Tuning, ne? Türen, Mann, Mann, Mann. Weil mein Benni ist es keiner. Ja, genau, kommt damit dahin. Ihr gehört die Familienkutsche. Das ist ein Dämmer. Oh, mein Mann. Hundertprozentig die Rope für Welt eingesetzt. Da kannst du ja als gestohlen melden. Die gehört nicht mehr. Ja, aber du hast die ausgeliehen bekommen und kannst da ja trotzdem als gestohlen melden. Ach so. Ach so, kann nix aus dir zurückfallen, weißt du. Ach so. Und falls die Art ist, piss auf die Reflect. An-schnalln. Schnee, schnee, schnee. Schnee, schnee, schnee. Aber du kannst nicht von der Ärztin in der Gang gehen, Jess. Äh, bitte? Ich kann machen, was ich will. Warum? Mann, sag ich, ist raus. Boah, mit Post ist angekommst. Von DAL, UPS. Als ob ich als Mediziner nichts Kriminales gemacht hätte. Ich bitte dich. Das stimmt. Ja. Ich muss nicht erwischen lassen, als ich heute auskauft habe. Jack spielt W.O.W., der ist ab und zu mal da. Ich hatte keine Lust, ne Kündigung zu schreiben, deswegen muss ich nicht mal irgendwas von den Kotler müssen lassen. Und Face macht auch ein ganz kleines bisschen Pause so. Damit der sich ein bisschen abkühlt, wegen seinem Temperament, der mehr P.E. macht. Ich glaube, der Bademaster ist ein Wild. Bevor der gebannt wird. Welche Farbe willst du machen, G-Klasse? Doch, schwarz, oder? Aber schwarzer Dill da. Ja, grau. So grau-mäßig. Geil, ich bin zauberbar. Wow, sorry. Mach kein Fakzen, du Aklo. Okay, you boys. Putz, back. Back. Jess. Sag mal, Azul, Digga. Sag mal, Azul, Digga. Sag mal, Azul, Digga. Ne, he, ja, ha. Ne, he. Du, ich bin Wahrheit. Du bist gefährlich. Und merkwürdig, das papier ich nicht. Das sind Kupas. Huchlu. Du bist ja dann wieder unter der Brücke und wützt dich ein. Nein, dann würdest du hören, tschisch. Ich mach das lieber nicht, sonst kriege ich dir Ärger. Vor allem nicht, wenn ein Mädchen-Motor ist, die noch neben dir sitzt. Oh Gott. Weißt du was, weil wir das mal gesehen haben, Jazz? Was denn? Da war eine Frau und ein Mann im Unikorn. Und die Frau hat vom Mann das Dingeling im Mund gebimmelig. Oh Gott. Und da stand... Ihre dreckigen Schweine. Oh Gott, das ist schon ekelhaft. Ihre dreckigen Schweine. Ja, weißt du nicht, braucht ihr noch irgendwas aus dem Krankenhaus? Soll ich noch irgendwas klauen oder mitgehen lassen? Oh Gott, die Kopfhosen an. Ne. Wiederholen wir uns noch mal. Was hast du gesagt? Weiß nicht, fuck du ihn. Ja, weil du hast mich um halb zwei nachts angeguckt. Hör auf, Dimmel. Bist du verrückt? Bist'n das? Ich weiß. Das ist ein Nickelodeon. Du dreckiger. Willkommen, Mila, willkommen. Glaubst du? Hör auf damit. Okay. Fahr doch nur. Ja, ihr wollt euch haben. Ja, ich war übrigens, also weswegen ich länger nicht, aber ich war krank und so, ganz toll. Ja, alles Gucci. Alles Gucci. Oh Gott. Entschuldigung, wir wollten ihn nicht versetzen. Oh Junge. Oh, okay. Und wie läuft's irgendwie, wie wir waren gestern in den Geiseln ab? Hast Spaß gehabt, sagst du? Ach, warum? Weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Das ist doch schön, wenn du selber mal die Geisel bist. Sieh, dieses Gespräch unterbrechen wir jetzt unsers. Nicht? Pass auf! Ey, Junge. Lass nicht zu nahe fahren. Brems weg, Junge. Lass mich jetzt fahren, Mann. Warte, wirst du da ein Familie-Typ gewesen, der geheiratet hat oder heiraten wollte? Perfekt eingepackt. Oh, gerade. Schade. Bedienung, bitte! Badmeister. Ja? Die Jazz will aus dem Krankenhaus abhauen, die fragt, ob wir die Sachen klauen sollen. Nein, 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 nein. Klar, du das mit der. Ja, mach ich. Hallöchen. Wollen tun Auto, bitte. Tagsam malen. Edding-Auto, Farbe anders, bitte auch. Mit Edding, oder? Na klar. Auch. Wollen wir hin, easy. Auf wen ist unser Fahrzeug zugelassen? Mir, mir, meisch, mich. Dann gib mir mal bitte deinen Ausweis. Nicht, nicht. Tram. Dank dir. Du bist kein Rauper. Na klar, ich hab Grün an. Nicht du, der hat tiefkühl. Ich durfte Raupe mitspielen damals. Mach dich gleich zur Raupe. Mach mal das Raubenzeichen. Habt der nicht. Oh. Gehen, gehen. Aber der hat's drauf, ne? Nein. Das sieht aus wie bei euch. Weißt du, was aussieht bei uns? Fick dich. Aber warum hast du einen Zylinder? Ich bin zauber. Weil der schlau ist. Bist du aus Hogwarts? Ja, Hogwarts. Okay. Bang. Ich weiß genau, warum du dir diesen Familienwagen geholt hast, Goofy. Warum? IBM. Du hast wieder in den Fernsehen geguckt. Ich hab Fernsehen geguckt, ja. Ich weiß genau, warum. Darum hab ich mir auch meinen Virgil geholt. Du warst immer eine. Ich darf das Wort nicht sagen. Eine Hure. Hure. Weißt du noch, wo wir abends immer gemeinsam Fernsehen geguckt haben? Ja, wie du Kassette. VHS. Wir will Nightwires sein. Und dann haben wir von unserem 0KXXX-Tentation gehört. Ja. Moonlight. 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 Dann sind wir dran. Spotlight-o. Moonlight-o. Oh, ich hab's fast gesagt. Nein, nicht das Endboot. Wir sind jetzt schon dran. Oh, fire. Ich bin auch dran. Böse abgibt. Zu wem muss ich gehen, wenn ich dran sein will? Soll den Mann mit dem Koks. Wo ist der vorne? Schutzbügel mit Winde und Lichter. Bah. Kein Lichter vorne. Aber sollen wir diese Windel machen vorne? Was für eine Windel? Mach nochmal Anfang. Das ist Serie. Und das wäre Schutzbügel mit Winde. Nee. Das sieht scheiße. Nee, machen wir nicht. Ohne? Ohne? Komm mal kurz. Ja, normal lassen wir. Okay, perfekt. Mach das Ding pink. Dann haben wir aus. Ich hab was gefunden, was du haben kannst. Hm. Hier. Oha. Den gewinnt du Ausschlägerei, wenn du machst. Okay. Komm, wir gehen wieder rein. Hek hat gesagt, du stinkst. Warte, ich fühl mich gerade so krass. Achso. Jetzt kann ich die Wehrlosen noch doller verhauen. Ich schätze mein Dreirad. Du stehst welchen Gong, wenn du weiter so frech bist. Pass auf, wie du mit mir redest. Jaja, fang mal wieder an mit Träumen, dann kriegst du das Maul. Ah, die Presse zieht kühl. Genau. Ah. Du bist kein Doktor, nur weil du Pizza machst? Doch. Nee. Blödsinn war normal. Zieh dich an den Haaren, du Penner. Boah, ich teste den Schlagring jetzt. Zieh dich an deinen. Oh, die Kutte weg. Das funktioniert gut. Ich fahr das Auto eh nicht mehr. Denver fährt das jetzt. Achso. Du hast also dein Angesraubenauto kaputt gemacht. Vollidiot. Äh, die Aufhängung. Das wäre jetzt Serie. Stufe 1, 2, 3 und ganz tief. Ja, dann kannst du ja mal nochmal einlassen. Bitte? Da sieht man fast gar nichts. Lass mal Serie. Lass mal Serie, okay. Okay, und dann hätten wir noch 10 anscheinend, wer war. Oh Gott. Nee, lassen wir normal. Schöne weiße Lichter. Okay, dann sind wir durch. Ja, dann machen wir nur Farbe. Dann machen wir nur Farbe. Perfekt. Was hast du dir vorgestellt? Also so ein schönes dunkles Grau vielleicht. Ein schönes dunkles Grau. Matt, schwarz. Nee, kein Schuhe. Once. Ja, aber man schubsen. Sowas? Nein. Okay. Nee. Mach mal matt. Matsch, matt, ja. Äh, matschgrau. Matt? Das wäre ein dunkles Mattgrau. Oder helles Mattgrau. Mach mal Anthrazit, wie das Album von Rav Camorra. Anthrazitgrau. Damba packt ein Duplo weg. Money Rain Entertainment. Damba. Mach mal. Mach mal. Stahl. Schwarzer Stahl? Karsten. Nee, normaler Stahl. Ich hab auch. Also das wäre jetzt schwarzer Stahl. Ich hab auch. Äh, ich muss mal ganz kurz gucken. Stahl, Stahl, Stahl. Wo ist das denn? War das ne Biene? Oh. Was trinken? Guck mal. Das wäre gebürstelter Stahl. Ja, komm her. Gebürstelter schwarzer Stahl. Was hatten wir denn noch? Was hatten wir denn noch? Nee, das wäre es mal Stahl. Boah, das sieht jetzt echt kack aus an dem Auto, die Farben. Ja, ja. War das hellere Stahl nicht. Das. Grau. Matt. Auch. Was? Das, 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 äh, Matt, Matt hellgrau, dieses oder, äh, das? Das hellere. Das, 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 hey nein, warte mal. Das ist doch besser, oder? Das ist schwarz. Das ist grau. Das ist grau. Das ist anthrazit. Das ist nicht schwarz. Schwarz wäre das. Das ist schwarz. Das ist schwarz. Das wäre grau. Das ist schwarz. Dann machen wir das davor. Das wäre schwarz. Das ist schwarz. Nein, das davor. Das davor, das wäre hellgrau. Das ist grau. Ich bin übrigens farbenblind. Das sieht gut aus. Dann machen wir so. Gibt's Sekundärtechnik was? Das hat der Rapper still den Bang auch so. Ne. Sekundär hatten wir gar nix. Dann machen wir so. Hör der Effekt irgendwas? Ja, weiß. Okay, alles klar. Doch, mach mal weiß. Pass auf. Mach mal weiß. Ja, ich mach mal weiß. Ich mach mal weiß. Was ist denn das? Tag, Jungs. Äh, Moment. Was ist denn los? Tagsam. Tagsam. Wie wäre es mit... Der sieht halt auch gegenüber, dass sieht der Typ auf den Weg bei mir. Ja, Mann. Zähl die Kutte aus. Dann hätten wir neunzig. Wie wäre es... Damage? Boah, ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ne, nicht wirklich, ne? 25, das ist noch ein bisschen heller. Ja, das ist ein bisschen heller. Oder... Ah, hier hinten gab es auch noch irgendwas. Äh... Richtiger Partyboy. Ja, Mann. Ja, lass mal das. Das ist 69,61. Prima, denk, ja? Ja. Ja. Ja, kriegen wir hin. Darf der Nazgul mitspielen? Ja. Mach nochmal. Geil. So, dann bekomme ich... Einmal... Darum hänge ich mich... Darum hänge ich mich mit euch ab, Alter. Ja. Per Sekunde haben wir... Bekomme ich einmal 10.500 Dollar von dir. Ja, mach Rechnung. Ich mache Rechnung, Sophie. Ja, können wir bestimmt werden. Mal gucken. Der ist als nächstes dran. Das ist die schnelle Brille. Die gibt plus 10 Agility. So, dann einmal die Karte drauf und wir können bestätigen. Ja, das war's. Das ist wie mein Mixpilz raushaut. Kannst du zwar schon abfahren. Ja, mach ich. Mach ich. Wo ist denn Schlüssel? Ich hab... Du brauchst den Schlüssel. Ich brauch den Schlüssel noch. Ja, ja. Sonst wird es schwierig. оказesa. Aber das auch nicht. Ah, du musst dir noch die Haare färben, Junge. Ja, blond, ne? Ja. Kommt noch. Abhalsschneid, bleib gleich. Wieso darfst du so sein? Alle tut. Aber kein Problem, aber kein Problem. Denn ich kann das regeln ganz normal in meiner Gegenwart. Es ist geschehen, mein Schatz. Nee, du hast... Ey, Betty, du hast keine Ahnung. Betty, du hast wirklich keine Ahnung. Was denn? Du hast keine Ahnung, Bruder. Ich bin der Partyboy. Ich habe Durst. Ich verstehe nicht. TK, ich muss trinken. Woher willst du ein bisschen Sprechen dabei haben? Weil du eine Tasche bei mir. Ja, okay. Was kostet? Gelix. 5 Dollar. 0. Yo. Ich bin der mit Zylinder. Ausnahmsweise. Danke. Das sieht doof aus, Deinba. Meine Mutter sieht doof aus. Die Mutter. Geh mich auch zur Mutter, du kleiner Hund. Ja, sieh den gleich scheiteln. Ey. Fick den mit dem Schuh des Satans. Ja, ich fick den mit dem Satans. Das macht ja. Ey, ich frage jetzt die Leute, ihr habt die Knarre kaufen wollen. Nein, verkauf nicht. Doch, ich brauche das Geld. Wofür? Ich bin jung. Nein, du verkaufst keine Knarre. Warum nicht? Kriegst einen Schlag im Nacken. Hä? Nein. Du. M-m-m. Du. Brauchst du das? Mila hat geweint. Die sind geklaut. Mila hat geweint, weil die nicht Nightwilder-Club mit darf. Hä? Darf die doch? Ich hab verboten. Warum? Weil wir keine Dings gefunden haben für Mopet. Stützreiter. Geht nicht, die ist Mitgründerin. Ja, es gibt aber keinen Stützreiter. Von Hogwarts e. No, und? Demba, why? Weiß nicht, frag gar das. Ah bon, gottes, why? Why Kiki? Boah, der springt einfach mit der Farbe klopfen hier rein, Junge. Der ist richtig als Special Force Lager. Boah, der hat sogar Montana Black Dose in der Hand. Ich will mich umschneiden. Sieht aus wie eine F-Bahn auf einmal, das Auto. Sei froh, nicht dass der nur ein Aquarium im Koffer bault. Hauptsache, der macht ein 187er. Tschüss ist drauf, hat er. Hä? Wieso hat der denn Kabine auf beim Lackieren? Ja, damit er atmen kann. Flugpartikelfilter vom Schnee. Lüften, falls Virus reinkommt. Was? Computer Virus? Ja. Corona von Computer. Die Uber-Excel. Excel. Pornosverbot! Jünger, dieser dreckige Finn, ey. Ich hasse euch alle. Warum? Weil du dumm seid. Nur mich liebt er. Nein, die Raupen liebt er. Ja, stimmt auch. Hat einer was zu essen? Raupen. Nein, nicht für dich. Raupen mit Schlache. Ich hab nichts. Doch, ich hab ne Pommes. Willst du ne schöne Cringe-Pommes? Ja, gib her. Ich hab schon lange nicht mehr gefakt. Mit Liebe gekriegt und gemakt. Ja, nur Lackieren. Wie, schon fertig? Bei Bennys dauert das aber zwei Tage. Ich geh kurz, äh, mein Auto reinfahren. Oder lass meines reinfahren. Die guten Lackierer-Pommes. Ey, der hat mein Auto frisch lackiert und ist einfach rausgefallen im Schnee. Ja, du musst ja irgendwie den Pearl-E-Pack draufbekommen, ne? Mit Schneeflocke. Schnee, 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 Schnee. Schneeengel. Schneeengel. Und umgekehrt. What night? What's on? Oh, Junge. Jetzt geht's schon wieder durch. Ich bin der Schnee-Form. Ihr seid alle nur hyperaktiv. Hyperaktiv. Pussycat. Hure. T-Bag, T-Bag. Lass mich rateln. Zwei. Ja, dann tut deine Raube schon wieder bei dir, ne? Oh, seid ihr schon fertig? Ja, klar. Ich hab dann aus den Wolle-Höhe-Feldern einen Stein geholt. Okay. Okay. Ich hol nachher Schlüssel. Ja, glaubst du, damit ich jetzt so wie die jeweils hier kriegst. Ja, dann komm ich mit dem Benton-Mischer und dann mach ich auch einen Turf zu. Benton, klar. Ja, 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 ja. Dann brauch ich eine Mauer, brauch ich drum. Oh nein, bis jetzt. Tschüss. Demba? Ja? Briti? Ja. Ich glaub, wir müssen Kakao werfen auf die Yadis. Ja? Mhm. Ich bin eben in ein Auto reingefahren, weil Giffi hat Bremsseil durchgebrochen. Was hat er durchgebrochen? Bremsseil? Mhm. Mhm. Da gänzt du, aber du. Dreckiliger Rocker. Das ist doch kein Rocker. Das ist undercover. Röcker. Mahlzeit. Tagsam. Ja, die hat gar keinen Bock auf uns. Moin. Tag. Mahlzeit. Erstmal auf Uhr guckt. Erstmal. Die sucht dem was. So, der Herr, jetzt sind sie dran. Einmal Schlüssel geben und einmal den Ausweis zu mir dir zeigen. Boah, Junge, Alter. Polizeikontrolle. Wird's dein Auto laufen? Weiß ich nicht. Einmal Hände hinter den Kopf, bitte. Das, oh. Stell dir vor, du arbeitest in einer Lackiererei in der Autowerkstatt. Da steht jemand vor dir mit einem Zylinder. Dann wollte ich jetzt noch einmal den Ausweis. Lämmbar. Grüne Haare. Perfekt. Wurde aber noch keine Telefonnummer hinterlassen. Magst du mir einmal deine Telefonnummer geben? Ja, immer. Wir ganzen Wohnort, Dinger. Der will nur sein Auto lackiert haben, Alter. Ja. Wann sind sie gebrochen? Nochmal bitte. Ich bin schon was zu sagen. 07. 07. 2, 2, 07. Perfekt. Hab ich. Du rübst ihn einfach zu süß, Dinger. Das kam von Knoblauch. Jo. Jo, dann fahr ich den Arm ran. Ja. Das kann was werden, wenn das mal ein Auto tunen will, Dinger. Fock. Fock. Hallöchen. Ja, 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 ja. Ganz in Trinischbeifahren. Hab ich auch. Hat die denn jetzt was ins Ohr geflüstert? Aufs Auto? Wohin sonst? Aber warum kaufst du überhaupt so ein Auto, Alter? So, einmal tunen, ja? Ja, das fängt Gang Gang. So. Was haben wir denn? Oh, hier haben wir tatsächlich ein bisschen mehr zu tunen. Ja, ich wusste doch, ich hab richtige Auto. So, dann haben wir einmal die Frontstuhlstange. Sag ich mal. Ja. Geh weg, geh weg. Ah! Ah, ich komme nicht durch. So. Da hätten wir einmal Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und die Nummer 2. Nummer 5. Kannst du noch einmal durchgehen, nur noch ein bisschen schneller? Ich hör dir leider nicht. Ich hör dir auch ein bisschen lauter, bitte. Ich hab gesagt, kannst du einmal durchgehen, nur noch ein bisschen langsamer? Ja. Das wäre Nummer 1. Ja. Die 2. Ja. Die 3. Ja. Die 4. Ja. Und die 5. Ja. Demma, das ist richtig teuer, ich sag's dir. Ja? Ja. Was kostet denn? Wenn du alles machst, lock ab 50, 60.000. Okay, machen wir nur Hälfte. Ja, wir können ja mal durchgehen. Und ich sag dir zwischendurch, was es kostet, okay? Okay, sehr guter Plan. Ach, Stau. So, da haben wir die Frontstuhlstange. Sind wir bei 5.500 Dollar. Siehst du, nüffelt das bisschen Plastik. So, hintere Stuhlstange. Der Russland zieht uns ab. Der kriegt Stiche. Kriegen wir Rabatt auf Check24? Äh, warum? Seid ihr irgendwo Mitarbeiter? Irgendwie so? Ja. Wir betreiben einen Tag seit zwei Tagen. Ja, das sei ja nicht. So, da hätten wir einmal die hintere Stuhlstange. Einmal die Tuning-Stuhlstange. Vase. Und Straße und Spitzierung in Sekundärfarbe. Normale Straße. Diese? Ja. Okay. So, trage ich ein. Sind wir bei 11.000 Dollar. Okay. So, Karosserie 1. Sind die Seitenschwellung? Schwellungen, ich mag das. Haben wir einmal Nummer 1. Ja. Nummer 2 in Chrom. Ja. Nummer 3. Ja. Nummer 4 in Chrom. Ja. Nummer 5. Ja. Nummer 6. Ja. Nummer 7. Ja. Nummer 3 in Chrom. Boah. Cool, ne? Dann kann kein Wasser drauf gehen, ne? Pfeilt immer runter. Und Schmutz auch. Wenn ich in Hunde kackgetreten bin. Ich glaube, dann mach nochmal von vorne. Ja. Nummer 1. Ja. Nummer 2. Ja, das. Das? Okay. So, da haben wir dann Karosserie 1. Sind wir bei 15.250 Dollar. Okay. So, jetzt haben wir den Auspuff. Ja, sieht man ähnlich, glaube ich. Ja, vielleicht gleich. Da haben wir Nummer 1. Wer ein ovaler Doppelauspuff. Mhm. Nummer 2. Ja. 2. Ja. Ja. Nummer 4. Ja. Nummer 5. Ja. Nummer 6. Also einen habe ich gesehen, der kurz rausgelullert. Achso, sieht man schwierig, ja? Der Pips, ja, der kam kurz raus. Ist egal, passt schon. Ich habe gesehen, aber der ist noch teurer, ne? Ein Auspuff kostet... 3. Ich habe 10. 10.000 Dollar. Ja. Für einen Auspuff. Das ist abgezocke. Nein, 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 nein. Abgezocker in der Gage. Ist da eine Flasche Alge mit drin? Leider nicht. Der war schön, ne? 10.000 Dollar. Ja, mich auch. Hat der Pips da reingepfickt? Ne. Also? Das Auspuff weg. Brink dir nichts. Ich nehme die 0. Gar kein. Okay, perfekt. So, dann haben wir den Kühler. Macht dann 8.000. Kühler Grell. Lass mich durch. Dann haben wir den Kühler Grell. Da haben wir dann einmal die Nummer 1. Ja. Nummer 2. Ja. Nummer 3. Ja. Nummer 4. Ja. Nummer 5. Ja. Nummer 6. Was sagt ihr, Freunde? Aber der kostet 20.000 Dollar. 3. Okay, dann nehmen wir den raus. Der kostet 20.000. Nein, wie teuer ist der? Bitte? Wie teuer? Ein Kühler Grill kostet... 5.500 Dollar. Okay, 3. Nummer 3? Das wäre das. Ja. Ja. Okay, machen wir. Stell zusammen. 20.750 Dollar. 20.750 Dollar. Dann habe ich noch 6 Dollar. Das ist gut. Mach weiter. Haben wir den Motorhaube. Da haben wir... Lass doch eine drauf. Ja. Komm auf. Geht los. Einlass mit Doppelhutze. So andere. Einlass mit Großhutze. Doppelhutze. Mittlerer Einlass. Angenietete Ansaugstutze. Einlass mit Ansaugstutzen. Und Chrom Einlass. Du kannst gut vorlesen. Ja, oder? Nö, ich nehme keine. Gar keine. Okay. Dann haben wir... Kannst du die abmachen? Kriege ich dein Geld dazu? Nee, leider nicht. Dann haben wir die Spiegel. Ja? Die Ausstiegeln, ja? Okay. Ja. Okay, haben wir einmal in Kunststoff. Okay. Und einmal in der Wagenkabel primär. Nö, war voll cool. Okay. Dann haben wir Karosserie 5. Das ist auf dem Dach. Ich muss noch kurz gucken. Lass mich rauf. Da hätten wir einmal Trägerschiene. Boah. Dachstreben. Kein Schieurlaub. Dann hätten wir den. Boah, da können wir ein Skateboard drauf tun. Jetzt sind wir im Schieurlaub. Habt ihr auch MG dafür dann? Leider nicht. Leider nicht. Okay. Einen kleinen Dachkorb oder einen großen Dachkorb? Gar keins. Gar keins. Okay. Eine Hupe? Nö. Okay. Patro Station. Tiefer legen. Das wäre ganz tief. Das Quatsch, war das ein SUV? Okay. Dann haben wir Xenon Scheinwerfer. Ja, nein? Nö, die baue ich woanders aus. Okay. Jetzt hätten wir noch eine Rennlackierung. Also Folien. Vinyl. Einmal doppelter weißer Streifen. Boah. Auf einmal Wambi. Weifarbig. Okay. Flammdesign. Boah. Nein. Amethan. Boah. Apatavani. Boah, dann sieht man den nicht im Schnee. Dann hätten wir auch den. Powakpizubu. Oh, das ist eine Zwiebel. Den. Hä, was war denn hier vorne? Ob das ein Typ hat oder so? Das ist ja, ne? Das ist ein Yelty. Das ist ein Yelty. Das ist ein Yelty. Kürbis. So, dann geht's weiter. Dann hätten wir noch das. Das, achso. Blutspritzer. Ready. Dann hätten wir noch das. Boah, Gucci. Und das. Boah, Gucci. Und das. Boah, Gucci. Boah, das würde ich dir nehmen. Ich glaube, Tan muss das. Warte mal, nimm das denn mal. Dann können wir das Geld wieder zurückgübbeln. Das hier? Ne. Das hier, ne? Was sagt ihr dazu, Jungs? Ich finde, das Tal muss auch besser als das andere. Ich finde die Flamme am besten. Ja, nehmen wir das. Wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt. Nicht erschrecken. Aber, Rennlackierung, da sind wir dann bei 40.750 Dollar. 40.000 Dollar. Wir sind aber gute Freunde vom Russland. Ja, Putin ist immer stolz. Ja, da müsstet ihr mit Russland sprechen. Also, da kann ich nichts machen. Hast du 40.000 Nummer? Ich hab 30. Ich hab, ich hab. Mach. Für uns zu Ende. Okay. Gibt's Geld zurück Garantie? Ne. Warte mal, willst du dieses Vinyl benutzen? Na klar, Logo. Also, das ist schon ein bisschen abstrakt, ne? Ja. Das spiegelt dein IQ. Mein Hut. So, dann werden wir auch durch. Willst du noch lackieren? Der ist doch lackiert. Ja. Manche wollen ja auch noch lackieren. Gut, machen wir das so, ja? Ja. Kannst du nicht Fensterschwarz machen, bitte? Das geht leider nicht. Toll. 2 Zoll ist toll. Ja, scheiß Nickelodeon. Machen wir so. Machen wir so, perfekt. Hab den geilsten SUV in Tauren jetzt gleich mal Bitches abschalten gehen. Alex! Habt ihr eine Alexa? Alexis! Alexa, stopp! Magst du einmal Abrechner, bitte? Mit dem Herrn, mit dem Zylinder? 40.750 Dollar. Warte, ich hole meinen E.E. zum Meister. 40.750 Dollar. Ja. 40.750 Dollar. Hier, die Kreditkarte steht hinter ihm. 40.750 Dollar. Nein, hier ist falsch. Wer, der, der hinter mir ist, will ich auf eine Alexa zu rufen, der ist unfair. Ich habe Zeit. Lember, mach dich weg. Ich bin die Kreditkarte. Was ist mit dir? Warum packst du mich an die ganze Zeit? Ey. Deine Schulter ist so weich. Boah. Aber wie hier... Ey. Meine Pupillen groß, ja? Ja. Ketaminium. Ketaboy. Echt jetzt? Ja, ich muss Bauer nicht machen. Bauer, ne? Bauer, ne? Bauer, ne? Aber im Handclub, mach mit dir. Äh, in der Stunde. Ja. Bauer, ne? Ja, muss ich... Lange nicht mehr gehört. Schwierig. Wir müssen mal ganz kurz warten. Oder ist jemand noch anders? Super Nap. Äh, wir warten mal ganz kurz. Ja. Warte mal, hat der Typ sich jetzt einfach hier ausgelockt, Alter. Danach ist meins dran, ne? Hogwarts. Äh, ja. Genau. Geil. Soll ich dir schon mal Schlüssel geben? Äh, kannst du gerne machen. Muss ich nur wissen, wo der ist. Kann kurz dauern. Ja, ja, ist gut. Boah, da können wir nicht so oft das Auto sabbern. Äh, äh. Boah, hab ich ihn schnell gefunden. So geil. Machen wir nochmal? Also, ich meine, ich kann aber nie aufgemacht haben. Also, haben wir nochmal was, oder? Tut mir leid, aber das Auto lohnt sich überhaupt gar nichts zu tun. Doch, doch. Das ist so eine Dreckskarre. Egal, dann freust du nicht. Bist du ein Familienvater? Ja. Was hast du? Das ist so eine Dreckskarre, Junge. Ich hab da was mit Mila rausgehört. Ein Schnauzbart. Oh, oh, Motoren-Schnauzbart. Ich liebe Finn. Jetzt wird der Lachs geputtert. Lass das nicht in TK hören, er wird eifersüchtig. Wir haben auch eine Beziehung, ja. Ja. Können wir heute jemanden ins Land treten gehen? Ich hab schon überlegt, ob wir heute haben, aber irgendwie nicht. Doch, vielleicht ein bisschen. Wo ist Chugs, wenn man ihn braucht? Der haben wir gestern an ihm in den Kopf gezogen. Warum? Weil der scheiß labert. Was denn? Der will nicht arbeiten. Hä? Der arbeitet doch gar nicht mit uns. So, also der schuldet jemandem Geld, den ich mag. Milch. Mhm. Puh. Was passiert hier jetzt? Was für eine Dreckskarre? Du hast doch gesehen, der Typ macht Powerlip mitten vor uns. Mittagspause. Nicht so laut, der schlägt. Wir kriegen aber Rabatt, die Scheibe ist kaputt, ne? Das ist meine Karre. Das war vorher nicht so. Jungs, ich mach das Power nicht. Wir sind eine Scheibe zum Bruch gegangen. Beim Lackieren. Nee, 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 nee. Die haben wir ja nicht mal lackiert. Ja, doch. Nee, nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Das werde ich mit dem Russland besprechen. Okay. Okay, here we go. Bock. Wacht, ein Hackeperner hier. Mach Power nicht. Ich hab auch Schlagring. Wenn der jetzt nicht Prozente gibt, dann haben wir den zu klumpen, okay? Du hast Prozente, Junge. Du hast Prozente. In meinen Ausweis. Hui. Der wird aus. Danke, Beine Meister. Wieso hast du meine Lackierung nicht bezahlt? Was, ich? Ja. Weil ich nicht da war, als du, oder? Du hast mein Herz gebrochen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Da steht kein Auto. Hast du noch genug Geld, BT? Der Affe sieht mega süß aus mit der Weihnachtsmitte der Grumpy. Was soll die gemacht? Was soll die gemacht? Was soll die gemacht? Was soll sie nur noch 600 Dollar hast? Weiß nicht, BT. SwissTV, danke für den Weislam-Greinz. Da vorne ist ETM. Und Hallo, Schrieder. Ich sag wieder keiner guten Abend zurück, weil alle wieder im Binnen sind. Scheinwerfer. Warte, ich zeig dir. Ja, hier, hier, hier. Very good. Dachte, ihr seid eine Werkstatt oder muss man das Kartenlesengedrät extra holenbringen? Nee, nee, nee. Wo ist Schäfte? Okay. Ich warte, oder ich guck. Ich würde gerne rausgehen und gucken, aber es ist gerade schwierig. Wissen Sie, wo der Schäfte ist? Keiner. Gut, danke. Was dann? Wo der Schäfte ist? Wissen Sie, wo jemanden, der hier draußen arbeitet vom Spidee? Boah, ich kriege wieder da husten. Äh, weiß ich nicht. Ich kann mal nachgucken. Ja, guck mal. Ich lasse mich mal kurz raus. Hallo, arbeitet einer hier in dem Laden? Warum kriegst du husten? Hallo? Warum du husten? Arbeitest du hier? Heißen. Der Kollege drin braucht dich kurz. Was? Ist alle drin. Was? Nein, der Arbeiter sucht einen anderen Arbeiter. Ist alle drin. Ich arbeite nicht hier. Was? Kannst du mal aufhören, in deine Flasche zu reden? Seid ihr es witzig? Geht rein. Meine Fresse, aber nervt die Leute hier nicht. Was? Boah, der hat seine Tage. Jungs. Man versteht dich nicht, Junge. Dann hör mal auf zu nuscheln, Alter. Und nimm den scheiß Daumen auf den Mund. Drei Mal. Das ist ein Präzis. Bitte schön, lassen Sie dumm, Alter. Schon wieder ein Wehrlose. Perfekt. Andere Autos steht da hinten auf dem Parkplatz. Bieti, hör auf damit. Moment, ich muss kurz telefonieren. Bieti, hör auf. Bieti. Warte mal, der hat gesagt, wir haben ein Problem, wenn wir uns mit denen anlegen. Ja, lass sein. Das ist vom Russland hier. Boah, das sind die arabischen Wurzeln wieder von ihm, ne? Man versteht halt kein Wort von dem, was der Typ quatscht, Alter. Und dann zickt er uns an. Nicht so aggressiv. Der kann nicht immer alle hauen. Bitte. Oh. Der macht halt schon wieder. Der dritt auf den Boden. Okay, jetzt darf ich... Ich krieg Bieti eine, pass auf. Pass auf, ist ganz einfache Sache, Jungs. Ihr geht entweder vom Gelände oder ich ruf die Cops. Ganz einfach. Nicht hier. Werfst du hier? Ich gehöre hier zu. Wie gesagt, das muss nicht hier auf dem Gelände sein. Das muss nicht werden gemacht. Ja, trotzdem müsste das nicht hier sein. Dafür hat der gerade ja noch eine bekommen, weil er ihn geschlagen hat. Ich habe Bieti gehauen, weil er jemanden gehauen hat. Ach, da ist er, der Chef da. Ihr könnt eure Sachen machen. Alles gut. Da halte ich mich auch raus. Aber das muss hier nicht auf unserem Gelände sein. Dann frag doch erst mal, warum das passiert ist. Wie bitte? Dann frag doch erst mal, warum das passiert ist. Anstatt du uns sagen, wir sind schuldig. Das wird ja nicht ohne Grund passiert sein. Ich gebe ja gar keinem die Schuld. Er wird nicht ihn ohne Grund geschlagen haben, geht davon aus. Er wird schon irgendeinen Hintergrund haben. Warum hast du einen Rock an? Wird da nicht mehr geboxt, ist ja von Russland, ja. Ist nicht kalt? Ich hatte einen kleinen Unfall. Ich bin schon nicht, Läger. Ich lass mich schon nicht beleidigen von dem Vogel. Wer, wen beleide ich? Wo bin ich denn, Alter? Wegen der Werkstatt, dass ich mich hier beleidigen lassen muss, Alter. Sitze eine, fertig. Da kommt der Kiez in mir raus, Junge. Warum hat der dich denn überhaupt beleidigt? Keine Ahnung, Alter. Der Typ, der drinnen lackiert, euer Arbeiter. Der hat gefragt, ob einer von uns rausging, kann jemanden suchen, kann der noch hier arbeiten, weil das Kartenlesegerät nicht funktioniert. Und dann haben wir den angequatscht und man versteht den halt nicht. Und dann hat Beatty gesagt, der soll aufhören, in seine Flasche reinzusprechen. Da meint er so, ja, aber jetzt seid ihr jetzt lustig, was soll das? Und dann hat der zu Beatty gesagt, wenn ihr euch mit mir anlegt habt, ihr ein Problem. Und dann beleidigt. Eieieieiei. Kündigen. Der gehört ja noch nicht mehr, als hier zu ist. Nein, der gehört auch gar nicht hier zu. Der gehört doch gar nicht hier zu. Ja, direkt kündigen. Wo ist der? Wer war das? Es ist scheißegal, weil das war. Hier wird kein Stress gemacht. Kündige den. Na, wo das ist, alles gut. Boah, das juckt mich schon wieder. Ja, gleich mit Rasenmäher. Du hast doch kein Chef da. Der. Dauro. Auch. Puste mich. Was? Ah. Ja. Das wollte ich. Hi, Harry. Das ist nicht Harry. Wer denn? Tika. Tika, du Wichser. Tiefkühl. Hass mich. Hass dich. Ruhig dich. Fick dich. Nimm das zurück. Nö. Doch. Nö. Doch, du drehst dich jetzt nicht um. Keine kalte Schulter. Nö. Hast Christa 2. Glaub es hackt. Lass meinen Zylinder an, du stirbst. Ob welches Auto bald mit noch? Alle. Ne, das dauert ein bisschen, ne? Morgen kannst du es abholen, ne? Eine Stunde. Dann hast du ja dann... Nein, ich warte, aber nicht eine Stunde jetzt hier. Ne, Philipp will sein Auto noch machen, aber der Telefonie ist trotzdem. Jetzt kannst du Kaffee holen gehen. Ne. Aber ich hab noch ganz viel Eistee dabei. Eistee im Winter. Ja. Natürlich. Dann kann ich essen gehen, gleich den Nieren. Mit feinem Anzug. Warte mal, Küffi, warum hast du... Geh rein, ich arbeite nicht. Du hast keine Hosen an, Junge. Ich hab'n Unfall. Du bist'n Unfall. Der hat sich die Beine rasiert und geschnitten. Nein, ich hab'n Unfall, dann ist meine Hose nass geworden. Frag' nicht weiter, wieso, okay? Warum hast du denn... Hast du denn die Hose in die Hose, Pipi, gemacht? Nein, hab' ich nicht. Ich hab'n Pimpi, ja, schrocken. Ich hab' mir jetzt ein Handtuch umgebunden. Das ist aber ein Bademantel, kein Handtuch. Das ist doch... Das ist ein Handtuch. Das ist ein Bademantel. Das ist ein Handtuch. Ist das nicht kalt? Schon ein wenig, deswegen hoffe ich, dass wir gleich nach Hause fahren. Hure. Warum ver... Egal. Was? Was denn? Ja, der eine sagt, Schmutz bleibt schmutz lang. Der sagt, Hure. Passt überhaupt nicht zum Kontext, Junge. Der Konzept. Ich hab' Arbeitslosengeld. Ja, Schnee, Schnee, Schneid! Ne, aber in Rot fährt er schon voll oft rum. Ja, das stimmt. Du kannst Gelb machen. Ich wollt grad sagen, in Gelb wird der noch gehen. Oder man könnte mal Blau ausprobieren. Warum wirst du immer so schnell beleidigt? Ich bin noch gar nicht beleidigt. Blau? Blau könnte man auch ausprobieren. Aber so ein Metallics Blau-Silber. Mann, jetzt ruft der Nächste an. Kann grad nicht Business-Gespräch. Ich ruf zurück. Sollenblau? Oder... Blau-Schwarz? Aeroblau, sowas? Oder dunkler? Ja, obwohl das sieht nicht gut aus auf der Karre. Mhm, okay. Dann schau ich mal nach Gelb. Genau. Kann man das Leben ändern, Amerika? Gelb ist wild. Bananengelb. Gelber Vogel. Das wären, glaub ich, so die Gelbtöne. Ich bin Bananengelb. Bananengelb, so ja? Das hier, oder? Ja. Das ist schwarz. Nein, das sieht geil aus. Ohne Pearl, ja? Kann man den Innenraum machen? Ich frage es, Pearl, was... Was wird gut aussehen an Pearl? Nur weiß. Immer Frostweiß. Ja, ich wollte sagen, eigentlich immer Standardweiß. Oder ein anderes Gelb nochmal. Ein Orange oder so. Dann hast du Candyfarbe. Das stimmt, ja. Ja, man könnte Orange nochmal als Pearl auch ausprobieren. Ja. Kann ich dir mal zeigen? Moment, ich schau mal ganz kurz in meiner Liste nach. Orange. Äh, zu... Vielleicht... Ich hab auch mal in der Werkstatt gearbeitet, deshalb weiß ich das. Vielleicht wäre es... Hier mit was. Äh... Die 89. Boah. Sonnenorange wäre das. Ja, da sehen die Spiegel so komisch aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Na, die Spiegel könnten wir ja auch noch in Bananengelb, glaube ich, machen, ne? Nein, du sollst du schwarz, ne? Ja, das stimmt. Die sollen schwarz machen? Ja. Okay. Da würde ich ohne Pearl machen. Okay, ohne Pearl. Nur primär. Ja. Mhm, okay. Oder macht man Frostweiß als Pearl drauf, weil dann werden die Spiegel, glaube ich, ein bisschen heller. Das stimmt. So Frostweiß gibt es nicht? Ja, so halt ganz, ganz helles Weiß. Eisweiß. Eisweiß, Frostweiß, keine Ahnung, wie man das nennt. Wasser, Eisweiß, Wasser, Eisweiß. Genau. Hallo, gehen Sie bitte vom Auto runter? Das ist Falahari, Junge. So was? Ja. Ja, oder? Das sieht man aus. Du bezahlst jetzt wirklich viel Geld für einen kleinen Pack, ne? Ja, aber das... Wir sind reich. Das wären jetzt 10.500 Dollar. Ja, das ist nichts. Machen wir ja? Das machen wir so, ja. Das Ganze so lassen. Äh, dann machen wir das einmal ganz kurz fertig, dann würde ich dir das gleich einmal kurz in Rechnung stellen, damit wir das fertig haben. Ja, okay. Das ist ein Auto, der mal nicht so deine Wix-Karren hat. Aber die Karte drauf, der ist gar keine Wix-Karren. Jo, perfekt, danke. Ich hab Stöhling getätigt. Ich hab da in den Auspuff gepickt. So, dann mach ich das einmal ganz kurz drauf. Yeah. Ja. Ey, nur du Scheiße. Wo ist das jetzt? Baladwelle? Du bist Verschwendung. Dein Pulli ist... Nahtgelb und der weiße Pfeil. Genau. Und? Wie wird der Weihnachtsmann denen die Stiefel kacken? So. Nun geht's weiter. Immer mich beleidigen hier. Jetzt hätten wir einmal den Spoiler hinten. Zeig mal, was gibt's da? Serie. Also Serie. Ja. Serienmäßiger Spoiler, das ist so ein bisschen Upgrade, ne? in Sekundärfarbe, Carbon, GT-Flügel, in Sekundärfarbe, Carbon, Sportflügel, in Sekundärfarbe, in Carbon, Rennflügel und Rennflügel in Sekundärfarbe. Was hast du gehört? Ich find davon gar kein schön. Gar kein? Ich find die zwei schön. Die zwei ist das? Ja. Das hat was, ja. Das stimmt. Weißt. Boah. Fau ab wie Turbo. Also, warte mal. Ich kann's erstmal eins fragen, wir können ja weitermachen, ich kann ja immer noch wieder ausdenken. Arschloch. Das ist ein Falali. Äh. Das sieht nicht schön aus. Äh, ohne Spoiler, ohne Spoiler. Okay, pass auf, die Sache ist, willst du damit mal abhauen, Verfolgungsakt, oder nur so zum Cruisen? Ich denke, ja, so zum Cruisen. Ja, dann ohne Spoiler. Okay. Dann haben wir die vordere Stoßstange. Oh. Vordere, ja. Mhm. Da haben wir einmal die Nummer 1. Nummer 2. Auto sieht mool aus. Nummer 3. Ich seh nix. Nummer 4. Nummer 5. Und Nummer 6. Sechs. Mach mal die ersten vier nochmal. Eins. Mit die drei nehmen. Drei. Drei. Oh, Auto müde. Die drei fällt schon raus, wegen den Stangen, die da vorne rausgucken. Das hat so Rennenmäßiges. Nimm die Six. Mach mal so die ersten drei, das sind so die, die auf jeden Fall in Frage kommen. Die drei, die war ja nicht, ne? Die eins. Die zwei. Achso, das war die dritte jetzt. Chat, mach doch mal ein Tinker-Päckchen auf. Ah, okay, ja, ne, ne, die fällt dann auch los. Die fällt raus, ja? Eins und zwei dann nur, ja. Die? Was sagt ihr? Ich würd die erste nehmen. Ja. Die eins. Okay. Die eins. Sieht aus wie Nemo. Machen wir, hab ich eingetragen. So. Ich hab boh angefangen. Dann haben wir Karosserie 1, das ist diese Seitenverkleidung. Oh ja, Schwellungen. Hau raus den Lachs. Da haben wir einmal Seitenverkleidung in Sekundärfarbe und in Karbon. Sekundärfarbe. Man sieht nix, wenn jemand dazwischen läuft. Der rennt dann nicht dazwischen. Ja, du stehst davor. Du stehst. Verpiss dich, der Mann. Ich würd auch in schwarz nehmen, ne? So ein kleiner Akzent wieder. Mhm, mhm. Okay. Nehmen wir nicht in Karbon, in schwarz. In schwarz, okay. Hab ich. Ich würd die anderen Herren ein bisschen auf den Weg gehen, damit der Herr hier auch vernünftig das Auto sehen kann, ja? Das wäre super von euch. Genau, hold up. Der meint dich. So. Danke. So. Dann haben wir den Auspuff. Verpiss dich. Lass den zusammentreten, Curtis. Jetzt. Oh, da haben wir einmal einen Karbon-Auspuff. In der Nähe. Titan und ein Breiter-Auspuff. Der Breiter-Auspuff ist aber nicht in Titan, ne? Ja. Den gibst du nur in Titan, ne? Ja, in Titan meinst du auch an den Pro. Ähm. Mach nochmal den, den... Ich kann... Ich kann... Wäsch den Kotter haben. Schaut die, bei wie viel sind wir? Wie viel Prozent? In Chrom. Als ich vorhin geguckt habe, waren wir bei 79. Oder in Breiten. In Chrom. In Chrom, okay. Ja. Perfekt. Wer geht jetzt? So. Dann haben wir die Motorhaube. Boah, ich finde die hat Sieg aber schon schick, ne? Da haben wir einmal Motorhaube mit Streifen. Auf gar keinen Fall. Doch, das sieht schon fett aus. Nein, nein, nein. Das ist doch keine Viper, Junge. Äh, da haben wir belüftete Motorhaube. Der Viper. Nummer zwei, äh, drei. Nummer vier. Der Viper ist gefährlich. Nummer fünf. Nummer sechs. Hässlich. Und Nummer sieben. Alles hässlich. Außerdem werden die Spiegeler nur getauscht. Ja. Okay. Ich habe Bock, den tiefkühlen in die Eier zu treten. Dann haben wir Karosserie drei. Das ist hinten der Motorblock. Ja. Wenn du da mal reinguckst. Vertwecklicht. In Primärfarbe, dann wäre er gelb. Oder in Sekundärfarbe in Schwarz. What? Oder? Und wie sieht Serie aus? Also Serie wäre das. Ja, dann Schwarz, oder? Was ist denn das für ein Nummer? Und in Sekundär. Hallo. Ähm, ne, ich würde Schwarz nehmen, ja. Okay. Perfekt, so. Dann haben wir Karosserie fünf. Da haben wir vorne an der Frontschreibe eine Blende in Primärfarbe. In Sekundärfarbe und in Karbon. Ne, ich stehe auf Sonne. Okay. Ohne Blende. Brauchst du eine Hupe? Ne, ne, ne. Schaut ihr, wie viel Prozent sind wir? Ähm, Masahiro-Dankeschutz, für den gibt es der Band. Die sind glaube ich schon drin, warte, ich teste mal kurz. Ist schon drin, ne? Ist immer wieder 100 geklaut? Äh, ich kann es leider nicht sehen. Jungs, ist auch 10 noch nach vorne, oder nicht? Ja, ja, ja. Okay. Perfekt, dann haben wir alles. Gut, dann machen wir den so. Ja, ich luchte schon mit dem Finger. Machen wir den so, perfekt. Jetzt brauchst du bestimmt wieder dein Kartenlesegerät, ne? Ja, theoretisch kriege ich es auch so hin. Ich mach das einfach mal eben so. Kann man den Innenraum nicht machen? Nein, im Innenraum gibt es gar nichts. Bulliet! Ja, der muss leider rot bleiben, aber ist auch in Ordnung. Rot ist eine schöne Farbe. So, dann bekomme ich einmal 33.250 Dollar von dir. Ja, mach Rechnung. Ja, mach ich. Boah, das sieht schon wild aus, im gelben, ne? 33.250 Dollar von dir. Richtiger Sprecher. Dann haben wir die Karte drauf und wir bestätigen. Wird das schon. Perfekt, ich danke dir. Dafür. Wir machen den fertig und mitnehmen. Ist da keine Verlierung oder sowas drauf? Äh, nicht, gar nicht. Doch, das ist kein Ding. Okay. Vielleicht sind da jetzt wieder Leute unterwegs, die noch einen Chat, die noch nicht gewartet haben auf Instagram, wenn die Bock darauf haben. Für den Shorty. Nee. Aber wir wollten noch den Ball am Atten, ne? Bald. Wir haben noch ein Auto. Ist gerade eins. Ja. Habe ich noch Tasche. Moment, Chat. Ja, warte. Lass mich ein Ding spielen hier. Den Stalk hat gewichtig hier. Und den Drafter, ja? Ja. So, jetzt würde ich einmal alle bitten, einmal rauszugehen, damit ich das Auto lockieren kann. Ja, danke dir. Denkt dran, hier hinten schwarz machen, ne? Ja. Wenn ihr Bock habt, für den Shorty zu voten bei Instagram, der macht bei so einem Gewinnspiel Dings damit, der ist auch im Finale grad und auch im Gewinn, einfach auf den Link da klicken, den Jazz gepostet hat und dann den Finger nach unten. Den roten Nissan. Für den ist der Voten mit dem Finger nach unten. Dankeschön. Und aus. Wild, wild, wild. Danke, Swiss. Ja, für die Leute, die das noch nicht gemacht haben und vielleicht Bock haben. Ist kein Muss. Ne. Wäre aber sinnvoll. Perfekt. Lass du eben schon mal, lass du mal eben schon ein paar mal, ne, lass du eben schon mal ein paar mit dem Chef da fahren. Ja. Ja, ich bleib noch wegen dem Bonner. Der wollte mal den Ombauern auch machen. Wolltend hier auch noch mal. Wo fahren wir hin? Ja, die fahren schon mal nach Hause. Ja, die fahren schon mal die ersten Leute runter, weil sonst haben wir gleich nicht genug Platz. Aber wir machen noch ein Auto. Das ist ja fertig, jetzt ist der Dubser sowieso eigentlich fertig. Ist der Dubser nicht lackiert? Doch, der ist lackiert, aber wir sind ja schon fast ne Stunde hier. Boah, der sieht so wild aus, n' Gelb, ne? Ja, Mann. Boah. Aber die Spoiler sind alle so kacke aus. Schade. Fand den zwei eigentlich ganz gut. Obelix, Finger nach unten für Shotty sein Auto. Fand gar keinen gut. Auf dem Link da. Ich will mal so viel Geld haben wie der Bademeister. Tant halt noch mehr Geld. Ich hab dir drei Geräte gegeben. Der hat fast 10 Millionen. Geil. Ich hab auch ganz viel Geld. Dann leih mir 10 Millionen. Nee. Leih mir drei. Nee. Warum sagst du das dann? Hä? Ist doch nicht, dass ich irgendjemand am Geld will. Ist doch ne Angeberin. Ja. Ja. Lex, Lex, bobobobobo. Weil ich bald gar kein Geld mehr verdienen. Das weggehen. Da schmilzt der Schnee bei der Sonne. Waschallah, einfach der Hübsche. Guck mal, ihr wollt gleich sein Schreiben fahren. Boah, ich glaub ich hab 80.000 oder so. Aber Felgen haben die keine. Nein. Nee. Und keine Scheibenfolio. Keine Scheibentüren und keine Felgen. Kein Folio. Boah, der hat die Pau geschlagen. Soll ich die Schlüssel geben für den Waller? Ja, die Frage haben. Ich hab ganz warm. Sollen wir den boxen jetzt? Da suchen. Geht auch auf deinen Namen, ja? Ja, ja. Erstmal ne Kippe. Duftkerze. Dankeschön für die, die gewolltet haben. Yo, Dennis. Ja? Dennis. Ja? Ja, grüße. Ich bin fertig und so weiter. Hier, wir haben noch einen Aspen zum Tune. Was machst du? Verstehend, wie so selten ist. Das ist von der Dame hier links. Ich, 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 nein. Jo, perfekt. Äh, Killerguy, Dankeschön für den Prankerbund. Herzlich willkommen. Was, dann ist der langweilig? Bisschen, bisschen. Dann geh doch schlafen. Okay. Boah, ne. Ne, jetzt hätte ich gucken nachher nach Stream. Da fehlt ne Scheibe. Sag ich doch. Heute wird, heute ist eh nix los. Jetzt sind Feiertage bald. Oh, warum bin ich? Tunneln. Ja, der hier ist noch nicht fertig. Der muss noch. Sonst geht nicht. Aber, aber. Was machen wir jetzt mit dem Hand? Ach, wir müssen noch zu dem Tuben, ne? Zu welchem? Wegen dem Haus. Ja, wegen dem Haus. Ich hab mich gerade angerufen. Da fahren wir gleich hin. Ich würde gerne einen Schneeballschlacht machen, aber der Schnee geht immer aus meinen Händen. Wie die Würfel. Dann sind es zu warm, die Hände. Der schmelzt direkt. Ich bin zu heiß. Heißer Typ. Wie wollt ihr den Bowler machen? Äh, ich würde sagen in Matt, Grafit oder so, Anthrazit, irgendwie sowas. Oder was sagst du? Na, Klo. Na, Klo. Wenn du Ideen hast, sag. Oder ihr. Weiß nicht. Einfach irgendwas? War schön. Damit nichts aussieht wie Autos. Au, 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 au. Äh, ich brauchst du mal kurz den Tourismus. Das ist ein Tourismus. Ja, weil die Trachten nicht so. Äh, ja, Weihnachten werde ich streamen, aber halt ein paar Stunden eher. So, eigentlich Abend nicht. Okay, ich geh mal rein. So, wollen wir? Ja, wir können. Ja. Du wolltest den Tune lassen, meinen Sie? Ja. War das geblacklisted, Müller? Eigentlich nicht. Yes. Jawohl, jawohl. Das war ja hier Dings. Das hab ich ja gemacht. Zicke. Wir haben acht Jahre Tartam. Wir haben uns erkannt. Ich wusste keinen Grund, warum Müller geblacklisted sein soll. Galivanter. Ich dachte, das wäre ein Baller. Guck mal, Jess kann Müller schreiben. Die haben uns verarscht. Auch geil. Was denn? Das ist kein Baller, das ist ein Galivanter. Das ist, glaube ich, die Firma, die den herstellt. Aber. So. Welche Farbe willst du denn gerne haben? Mach mal, hast du so ein Anthrazit, matt, schwarz? Das wäre matt, schwarz. Das wäre matt, grau. Anthrazit. Julikon, voller Lügner. Nee. Hattest du doch vorhin auch beim Dabster. Dasselbe Dabster? Das wäre matt, grau. Matt, hell. Nein, Anthrazit hattest du beim Dabster. War nicht schon matt, glaube ich. Anthrazit vielleicht bei Metallic mit drin. Aber warte. Hau mal ganz kurz. Rad Business-Gespräch. Ich ruf vielleicht zurück, ja. Bis gleich. Dann schreib doch einfach nochmal Müller-Unicorn. Vielleicht hast du einfach nur gefremd. Und der Bot hat das gelischt. Was? Oder Caps Lock. Who knows? Ich schaffe diese eine Animation, Alter. Hallo? Ja, so fühle ich mich auch gerade. Yeah. Ein Anthrazit. Ich glaube nicht so richtig in matt, ne? Kannst du auch mal bei Metallic oder so gucken. Also sowas mit Helles dann. Ja. Mal schauen, wie das aussieht. Ja. Also Metallic hätten wir Anthrazit. Oder was ist das? Anthrazit-Grau. Das wäre Metallic. In the jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle. Aber so wirklich. Da gehen wir die matten Farben durch. Ja. Ich fange mal auf der ersten Seite an. Mattschwarz. Äh. Mattschgrau. Mattschgrau. Versuch mal Seiden-Matt-Athrazit. Seiden-Matt-Schwarz. Seiden-Matt-Graffit. Seiden-Matt-Silbernes-Grau. Das ist die Gulus. Seiden-Matt-Silber. Das ist die Gulus. Seiden-Matt-Blaues-Silber. Seiden-Matt-Schattensilber. Dein Kollege sagt immer, dass du was von Seiden-Matt-Athrazit. Seiden-Matt-Schaff-Flaschen-Verbot. Ich darf nicht mehr zur Flasche greifen. Okay. Ist er auch berechtigt. Sonst gibt es Anzeigen. Ich gucke mal ganz kurz die Liste durch, Seiden-Matt-Athrazit, ob es sowas gibt. Ja, ja. Gold, Dunkel-Rot. Was willst du? Ich will Grün-Wald-Grün-Schaum-Nen. Dein Vater, du grüßt. Hallo. Schlau' mir ein bisschen zu sehr rein. Warte, ich muss wiederkommen. Seiden-Matt-Dunkel-Blau. Seiden-Matt-Seiden-Matt-Seiden-Matt-Pookie-Braun. Seiden-Matt-Seiden-Matt-Seiden-Matt-Nein, Seiden-Matt-Athrazit gibt es nicht. Mann, tu die Knarre weg, du Jungs. Was war das, Mann, Jungs? Halt deinen Schnauze, tu die Knarre weg. Was war das, Mann, Jungs? Hau, wieso Faxe machen. Ähm... Santina-Maurina? Was? Ne, aber wir bekommen ja gar. Ja. Vom Russland. So ein Steinsilber. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Halt das erstmal im Hinterkopf und mach da mal einen Pearl drauf, oder geht das nicht? Na klar. Doch, 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 geht. Äh, Pearl in Schweiß, oder? Mach mal. Hast du auch Schweiß? Nein, ich geh doch Weihnachten nicht in die Pömmes. Was aber nicht weiß, oder? Also, vielleicht Mittagsdunstündchen. Ja, nicht ganz, sag mal. Äh, ich geh doch mal. Aber amst du nicht? So was? Amst wirklich den Ibiki aus. Was kann so sein, dass ich zu Mom gehiss in da? Was sagt ihr? Und alle. Oh, wow, wow! Ich fand das wohl das auch sexy. Ja, ist gut. So. Habt schon was. Aber Border muss eigentlich schwarz sein, ich weiß nicht. Also, so ein Gangster ist so wie. Oh, schön. Aber was wolltest du sagen, KT? Border muss, also ich finde Border muss schwarz sein. Ist einfach so ein Gangster ist so wie. Finde ich. Das ist so einer, so, wenn die Scheiben noch getönt sind, dann Fenster runter, Uzi raus. Ja, wahrscheinlich ist das so wie du so sollst du. Die Töne geht leider noch nicht. Ja, noch. Irgendwann vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Irgendwann fang ich wieder zu leben an. Ich fand ich da. Uzi. Äh. Wie bitte? Da können wir uns das merken und nochmal weitergucken. Aber das ist so braun. In Pearl oder auch die Fagenfarbe nochmal ändern? Äh, ne, die Fagen, äh, Wagenfarbe. Ja, ich speichere mir das einmal ganz kurz, damit ich das hab. Alles gut, dann kommen wir. So, dann mach ich den Pearl nochmal einmal runter. So, Wagenfarbe. Äh. Äh. Wie wäre es? Ja, schwarz ist halt schwarz, ne? Das ist richtig. Das ist matt, matt-schwarz oder... Philosoph. Hm. Wir haben mal so eine Mischung zwischen schwarz-weiß, schwarz-weiß. Seiden-matt-Schatten-Silber, na, ist der hell wahrscheinlich, ne? Das ist, äh... Ich fand die erste Farbe am besten. Was? Welche meinst du? Ja, das, was wir behalten sollten. Ich hab vergessen, bitte. Das waren, glaub ich, die matten Grautöne, ne? Die matten Grautöne, ne? Äh, das war dieses hier, ne? Matt-Helldraben. War das das? Nein! Ich glaub, das war ein dunkler... Ein Ton. Wie du am Anfang durchgegangen bist, wo wir, äh... Wie heißt das? Das ist Seiden-Atransit-Ding. Genau. Ach, Seiden... Seiden... Hallo, Heddy. Wo so ein bisschen Blaustich mit drin war, aber nicht zu viel. Ja, oder? Genau. Sowas? Das war... Nee, das war das davor noch, davor noch. Das da. Genau das. Das, genau. Seiden-Matt-Silber, ja? Das sieht auch geil aus. Das sieht aus wie... Wie Dings. Ähm... Wie Familienkutsche. Wie das, was wir in Minecraft gebaut haben, den Stein. Mach es Lazzuli? Marmor! Marmor, genau, Marmor. Stein, Marmor, ja. Eisen, brech. Aber, und... Ach, da haben wir den weißen Pearl drauf. David! Die Polen! Hannes! Geht's verfallen! Doch, wir sind Australi... Oh, yeah! So, das wäre jetzt der Pearl. Entschuldigung. Mach mal das mit weißem Pearl. Ja, das find ich sexy. Das ist geil, ja. Elegant. Elegant. Geh-Ramo, Geh-Ramo. Brauchen wir das so, oder? So, ja, so kannst du speichern. Boah, sonntags nicht. Rechnen wir es einmal ab, dann sind wir wieder bei 10.500. Ja. Sollt ihr das doch einfach ein... ...mechern. ...die Rechnierung. Na ja, den biet ich es einfach nur... ...amos die Karte drauf mit Grundbestedingung. Perfekt. Schön. raus aber neu starten so dann machen wir das einmal drauf da haben wir dann seidenmatt silber und viel zu lange hat er gar nicht verdient der pinne hallo so bt jetzt eine hupe aufhängung und mehr haben wir nicht aufhängung das tiefer legen das wäre tiefste wollte den tiefer legen das ist ein erstes die werden nicht sagen okay den scheinwerfer sind bei dem glaube ich auch schon drin ist drin ist drin ist drin okay dann sind wir fertig warte wir gucken wir machen es ist nicht drin doch aber ich weiß sieht viel besser aus machen wir bitte noch mal an oder aus naja ich glaube das ist nicht sehen auch nein nein das weiß licht aber ist ein weißer auto das stimmt das besser für den snee ist frei lassen wir so machen nur die lackierung gesagt alles klar dann kannst du ihn in zwei stunden ab und kommen zwei stunden alles klar also drei leute kann ich mitnehmen jetzt ich hab mein auto jetzt auch fertig ich gehe meinen schlüssel holen so drücken also der eine müsste auch fertig sein oder nicht der land stalker ja locker wir sind schon fünf stunden hier oder wurde der lackiert weiß nicht nein habe ich nicht nein nein kurzen den hans an der soll zum park kommen mit dem ja ich habe seine nummer nicht also ich rufe den an jaja den hansi äh hast du äh oh ok kommen gleich äh 40 50 leute wie immer ich rufe kurz kusen mama papa die kommen zum junkie park wir haben jetzt autos ich habe auto geholt ja ich kann jetzt schon mal runter fahren ich habe jugular mitgebracht mit zwei jugular boah ich bin heute müde ja was waren wir jetzt ja wir waren auf abholung hier ja da wir haben genug autos glaube ich wir sind von euch fahren nein du fährst kann bock jetzt den kinder sitzt vom fahrerseil der wichser ah der wichser aaaaaaah der hat auch so stöcke mit block an den pedalen sonst kommt er nicht dran der hat auch seine auto oder ja und da ist die roben karre er schickt mein auto ne schick schick man knallen zu silvester ist eh voll dumm alter allein schon wegen den tierern in den bau gerade eingestiegen ist und kina büller da ist ne sperre ah bin ich auch kein fan von unicom finde ich auch ein paar nein fahren ausgetrickst boah wenn es eins gibt was ich hasse ne es ist umstehen und sich langweilen macht da voll spaß greifbildung und so wieso bist du schneller ja pass auf was machst du da war doch noch richtig viel platz boah wind junge oh gott verdammtes stück da war noch richtig viel platz ja ja facebook freundschaft gewinnig die rechnung zahlst du windschatten ja ja mit meinem windzug habe ich den weg brech den damm befreit den fluss boah du hast richtig lange beide ne ja und jetzt rein in die olga okay let's go okay let's go und jetzt drehen wir noch eine runde wisst ihr was aber der landstock ist jetzt so auffällig getunt das ist nicht mehr so wie in den dokus was verstehe nicht was du denn gesagt hast das auto achso verstehe nicht das ist jetzt so auffällig mit dem den den please explain ich hätte nur noch coole ferien drauf gemusst i eat the potato oh halt mal hier am bauer weiterding wieso weil ich was gucken will wir brauchen wieder neue bretter ja genau soll ich hier halten ja pass auf pass auf stopp kurzes kuckeln ich dachte hier kann man ein halb kaufen ich dachte hier kann man ein halb kaufen auf ich könnte ich könnte ich könnte ich könnte in der ich administrative dass ihr Wie geht der Bruder, mach gut, Arbeit, immer gut. Der hat gar keinen Bock, um mit dir zu reden. Komm, Schei. Kötzesticker, alles fit? Wie geht's? Parfum drauf gemacht heute, Dicca? One million oder one thousand three hundred. Also, guten Paffens. So bist du ja die Schnurz, Alter. Entschuldigung, Dicca, es tut mir leid, okay? Was macht ihr bei Weihnachten? Ich weiß nicht, warum, aber Mila hat vier Weihnachtsbäume aufgestellt. Und alle sind geschmuckt. Mit vorm Weihnachtsbäume aufbauen, Dicca. Hat die kein Lust mehr rauszukommen? Die hat ein bisschen Boho. Und ein bisschen Flitzekacke. Bisschen Sprühschiss. Die fahren wie raus. Ja, du kannst doch nicht mit drei Leuten in die Stadt fahren, Junge. Oh. Ja, siehst du. Aua, mein Kopf. Weihnachtsmarkt, du musst immer besser langsam. Pass doch auf, Guffi. Wir fährst so gut um. Hey, ich weiß, was ich mache. Mhm. Na, wie? Was ist denn das für ein Auto? Atomic. Das war's jetzt, ob die gerade das im Urlaub kam. Boah. Boah. Hier geht's denn, Herrschaft. Mhhh. 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 Krieg er so ein Schiff. Oh, ja. Ja, ja. Auch. Auch. Mhhh. Mhhh. Boah. Da kann man einfach nur pennen gehen heute. Pennen? Geht schon? Was für'n Dreckswetter. Jo, das stimmt. Das sind doch Winterdepressions. Ja. Hecknigger, wie hast du dich entschieden? Wer bist du? Hallo. Mago, redet jemand? Ich nehm, Mago, die versteht, wenn ich mein Haus nicht räumen will, oder? Klar. Also hast du dich dagegen entschieden? Mago, das kannst du das ruhig direkt sagen. Ich muss nicht um den heißen Beirn rumreden. Boah, alle, die nicht die Fresse halten können, verpissen sich jetzt. Fuck mich jetzt schon wieder ab. Bööööö. Das wird unserem Auftraggeber aber gar nicht gut gefallen, ne? Auftraggeber also? Ja, richtig. habe ich mich schon gedacht aber ohne spaß das problem ist aber du hast halt einen fehler gemacht das letzte mal du hast die cops dazu geholt versteht mich nicht wie soll ich sagen versteht mich nicht falsch aber das was man von euch in der stadt hört ihr seid nicht gerade immer die sympathischen nein 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 warte 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 was ist das was man mitbekommt du hängst doch mit jeder scheißgang rum und da hat man doch gemerkt dass wir mit den scheißgangs reden können also können wir auch mit dir reden und dann gib einen Fick auf die anderen Leute die scheiß behaupten mit uns kann man reden das haben wir schon so vielen Leuten gesagt und immer noch hinter unserem Rücken gelästert und gelabert ja ich weiß es jetzt besser ist ja auch egal aber es war halt nicht so schlau von dir war eine Unkulation akzeptiere ich vor allem weil die dann auch noch so dumm sind und einfach auf das Nachbargelände gehen und dann zeige ich das jemandem das Nachbargelände und ich gehe durch die Garage und auf einmal stehen da zwei Cops und du währenddessen und du versuchst die ganze Zeit das Nachbargelände anzudrehen das war ziemlich dumm von dir das nicht so klug da bist du uns jetzt auf jeden Fall was schuldig dafür dass du das so versucht hast mit Cops und uns da was einzu... beziehungsweise du könntest ja uns auch umstimmen dass wir den Auftragsgeber fallen lassen das können wir auch und wie soll ich das machen? naja der hat uns was geboten was denn? Geld Welche Menge? 80.000 hat er uns geboten genau 80.000? 80.000 dafür dass wir ein bisschen... Geil das Geld also wenn die das Lacher findet du musst das halt mal so sehen wir haben 80.000 bekommen dafür dass wir ein bisschen Druck gemacht haben und ein paar Autos bei dir aufs Geländer gestellt haben schnell verdient das Geld und der wäre bereit nochmal zu zahlen und das wären dann schon 160.000 ok dementsprechend war es schon mal nicht der Architekt warum? der hätte euch eine Mille geboten dafür dass er das auskriegt ach für den Architekt nicht das ist kostenlos gemacht richtig aber nein das ist nicht der Architekt macht ja auch ein paar mehr Sachen da hätte man vielleicht auch einen Gefallen einfach einlösen können und was wollt ihr dafür haben wenn ihr mir den Auftraggeber nennt gar nichts gibt es nicht warum? na Auftrag wir können dir einen Tipp geben aus welcher Richtung aber ich werde meine Kunden nicht direkt verraten denn das mein Vorderl ist riecht durch warum lachen wir ich habe doch gestern schon gesagt als ob irgendwer da hingeht und das einfach sagt da steckt immer irgendwas dahinter was haben wir was haben wir von deinem Haus warum sollten wir einfach zu irgendjemandem gehen und sagen zieh aus du hast schon ein schönes Grundstück oh ja Moment mal eben ja aber der Aufwand wäre es mir gar nicht wert Mr.Polizei alles gut das klärt sich es gibt bei diesem RP gar kein Auftraggeber das sind wir gerade einfach das glaube ich nicht du RP-Polizist du das wäre ziemlich blöd es gibt kein Auftraggeber naja das hast du ja beim letzten Mal schon gemerkt dass es ziemlich blöd war so richtig obwohl das nicht mal wirklich Auswirkungen hatte also hast du nur Glück gehabt einfach ja du bist so ruhig der Typ hat euch 80 Riesen geboten und er würde wieder zahlen er würde wieder zahlen das wären dann schon 160 es gibt ein Amt von Leute die wirklich Interesse an diesem Ding haben oh die Leute sind mir halt nur egal ja klar ja aber mir sind die Leute nicht egal wenn die mich bezahlen und da gehe ich auch über Leichen wo lange Geld in die Kasse kommt okay Klinker macht euch jetzt ein Gegenangebot er zahlt den ganzen Spaß und nächste Woche kommt wieder jemand der das Haus haben will und bietet euch Geld und dann haben wir den ganzen Spaß wieder nö 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 das ist das Thema durch und dann äh das wäre doch absolute Kindergarten Blödsinn scheiße ja deshalb würden wir uns ja nicht hier treffen uns darüber reden einfach ist eigentlich schon zu viel gesagt dass wir überhaupt sagen dass da jemanden gibt also wie gesagt ich werde keinen direkten Namen sagen ich habe da so eine kleine Idee hau raus wäre ein positives Ding für euch ich würde mich revanchieren für dieses für dieses Cop Ding ihr lasst ein paar Autos einfach nur eine ganze Weile bei mir stehen pass auf das Cop Ding äh das ist eine Sache zwischen uns so da hat nichts der der Auftraggeber mit zu tun das war dein eigener Schulden ich meine ja ich revanchiere mich dafür quasi als Entschuldigung biete ich euch was an und ihr könnt bei eurem Auftraggeber ja vielleicht nochmal ein wenig Geld rausschlagen indem ihr die Karre noch weiter da stehen lasst aber wenn es keine Wirkung zeigt du es zeigt ja keine Wirkung dieses Karre-Handstellen da müssen wir dich verkloppen einpacken also da müssten wir auch mehr Geld fordern dafür wir haben dir ja gesagt wir können dir das Leben zur Hölle machen ja das nicht einfach so gesagt was passiert wenn der sagt dass wir dich dass die Jungs dich holen sollen weißt du also zu dem schleppen sollen und der steht dann da mit einer Maske und wir sollen dich verprügeln du musst bedenken es waren 80.000 für drei Karren die wir dann gestellt haben dafür hat der 80.000 bestellt dass er gezahlt hat dass ich mich in die Karre setzt da hinfahren wurdest du nicht letztens auch bei PDM mitten auf der Straße einfach angeschossen ja weißt du da mehr von ja wer war das denn wenn ich fragen darf Alex Stein und seine paar Leutchen da deswegen die haben einen Kollegen von mir mitgenommen ich bin hinterher und bin vielleicht durch die halbe Stadt gejagt hab dann irgendwann eine Karre von denen gefunden und die sind mir hinterher ja irgendwann haben sie angefangen zu schießen haben mir einen Reifen weggeschossen bin stehen geblieben wollte aussteigen aber erzähl nochmal von deiner Idee was du davor hattest ich hätte halt gesagt ihr versucht dem Typen nochmal mehr Geld aus dem Kreuz zu leiern so habt ihr nochmal ein Plus für euch naja aber ist das so wenn ich dem nochmal Geld aus dem Kreuz leier dann werde ich den Auftrag auch ausführen ich mache euch nochmal ein Gegenangebot um gegenzusteuern und ich revanchiere mich noch zusätzlich für das Korbding ja aber damit verbrenne ich mir meinen Kontakt weil wenn der sieht dass da nichts passiert und ich weiß dann nicht was der diesmal in Auftrag geben wird er wird halt nochmal eine Nummer drauflegen wollen weil er ja sieht dass es nicht viel bringt also damit bringst du dich selber in Gefahr ja richtig und wenn wir Geld dafür bekommen dann ziehen wir es auch durch dann scheiß doch erstmal auf dem der das Ding gesagt hat den Auftrag gegeben hat lass uns so die scheiße einfach beenden jetzt mit dem Gegenangebot so dann halten wir uns komplett daraus Gegenangebot und dass du dich halt dass du dir was einfallen lässt wie du dich revanchieren kannst wegen der Kopfgeschichte ja da kann er doch wenn er selber angezeigt hingehen und sagen ja sorry nochmal zurück das waren doch nicht die das war XY deine Anzeige ist da glaube ich nicht rausgekommen oder? weiß nicht sonst hätte ich da schon was gehört es wurde auf jeden Fall keiner aufgenommen ja was ist denn dein Angebot? du sprichst das ganze von deinem Angebot dann bringst du es auch gebt mir mal eine halbe Stunde Zeit dann komme ich nochmal wieder seid ihr dann noch da? da kann man dann irgendjemanden von euch mal kontaktieren? ja immer doch dann bräuchte ich mal eine Nummer von einem schreib auf ja 56 ja 50 ja 56 ja 9 ok Name Bademeister Hallo Natsuma und Sinni danke für den Weasel alles klar ich meld mich dann gleich nochmal alles klar alles klar bis dann danke euch dafür warte mal wir sind jetzt verblieben dass wir nix mehr für den Dings machen äh der kommt gleich mit dem Gegenangebot in einer halben Stunde bis dahin hat er noch Zeit bin ich mal gespannt wo ist er auf den Auge halt ja das wäre dann sein Ding ich hoffe was vernünftiges reingucken ja aber egal wird's fett ohne dich jo ne ich bin ja selbst nicht mit dem Auto ach so geholzen Name gestern Abend mitgekriegt ja ja du bist gerade gebrochen welche ich hab gehört 53 Leute bei der Geiselnahme bei der Geiselnahme ne ich mein die andere die die Geiselnahme ja da auch ich hab gehört da wird ziemlich reingehalten da hab ich zugeguckt ja ich hab mitten drin gelegen als Geisel wurdest du getroffen? ja jo bin mir nicht sicher ob vom Geiselnahme oder vom Officer da stand eine Geiseln in der Ecke also es wurden alle Geiseln in der Ecke gestellt wurden die niedergeschossen ich hab mich hingelegt wurde nicht getroffen und dann kam da ein Officer rein da stand da auch eine Geiseln der hat die Geiseln niedergeschossen weißt du denn wer dich als Geisel genommen hat? wer das war? ja so so Pranus und Sixthelf ist das ach so Pranus mhm weißt du das? ja ich bin nicht blöd wenn man mit seinen mit seinen gegen gegen Autos rumfährt dann haben die nicht gemacht oder? ja die sind dann mit weißen Jugolos aufgetaunt also das können auch andere was sein oder auch mit Fahrzeugen ne das waren die das hab ich inzwischen die Bestätigung sag mal aber wurden ja auch alle festgenommen ah ja gut warte mal die sind da reingestimmt noch? ja die Polizei ist da reingestimmt also ne die ist die ist reingestimmt und hat auch ne Geisel niedergeschossen ja aber das war klar dass die da reingestimmt wer macht denn ne wer macht denn ne Geiselname im PD? ich frau mich halt was die für ne Vorgang hatten dass die Polizei gesagt hat ja ne das hab n Uster du gehst da rein für die komische Kammer und dann verpisst du dich wieder aber du machst doch kein Geiselname da ne die haben ne Geiselname gemacht die fand unten am Hafen statt und dann wollten die Officer keinen Kontaktmann schicken weil die mit der anderen Geiselname beschäftigt waren und dann haben die dann haben die zwei Geiseln zum PD gefahren und haben die da hingerichtet und weil dann immer noch keiner drauf reagiert ja ja und weil immer noch keiner reagiert hat haben die gesagt gut denn wenn die Polizei nicht zur Geiselname kommt kommen die Geiselname jetzt zur Polizei oh mein Gott die haben die hingerichtet? ja wir haben die halt vom PD umgeschossen um zu zeigen wie ernst es ist ja ja und da seht ihr mal und da seht ihr mal den Unterschied zwischen dem Profi Geiselnähmeln und Vollidioten ja warte ich ruf dich in einer Minute zurück ja die Profis sind dem mit dem wir zusammengearbeitet haben ja ruf dich sofort zurück ich bin Profi ich weiß doch nicht was die davon halten sollen war auf jeden Fall sehr viel Spaß für gestern warst du bei der anderen Geiselname dabei? wie? ja du bist doch da oben unterwegs ja ne ich war ja Geise gestern ne halt davor ach so nehm wie die ach stimmt ach so nach dem Montag ist der neue Sonntag mich würd mal interessieren was die Angeln bekommen haben für die 53 Leute das musst du auch noch nennen Kohle gegeben haben alter 53 Leute mhm boah wir hätten das gesagt aber das wussten gestern Abend schon für viele ja auch auf der Geiselname wo ich ankomme hieß es ja ne die können die Cops die kümmen wahrscheinlich gar nicht da läuft grad ne andere Geiselname mit 58 Geisel jetzt im Nachhinein heute wurde ich gefragt wo kann er das denn wissen da hatten wir die Polizei noch gar nicht bestellt verständigt ja ja da haben wir ein passendes Kennzeichen für ja ja das ist mal bei der Geiselname einfach Geisterbuch auf Tisch legen ja 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 stille Post ist immer schnell mhm aber da muss halt echt viel rausgesprungen sein dann für die Wir hatten das gestern, Gegenteil, man hat gestern gemeint 800.000 Dollar. 800.000 wäre eine Nummer. Das ist auf jeden Fall, das sind das rekordverdächtig. Das wird schmecken, ja. Aber die ist ja unscheinend glatt gelaufen und alles gut durchgezogen. Profis halt. Naja, wenn man es jede Woche macht, ist es auch nicht so schwierig. Und die Übung. Übung macht den Meister auch in dem Falle. Ach komm. 53 Leute oder mehr zur Hand haben und den Schach zu halten und die zu verpflegen, Alter. Ja, aber du musst die auch verpflegen und so, ne? Ja, stimmt. Jeder will essen, jeder Tegu. Dann lass dir Leute zum Befehl gehen, dann stellst du einen hin mit einer Knarre. Reicht. Dann stellst du einen hin mit einer Essen hin. Nee, nee, das war in einer Hochzeit. Da gibt es 100 Punkten für Befehl. Also haben die die einfach da hingeschickt. Das ist gar nicht so blöd. Ja. Aber den Schach zu halten, Junge. Aber Fynn, ich leine mal nicht aus, ne? Das ist unser Plan. Nein, nein. Funkcheck? Ich gebe jetzt keinen Funkcheck zurück. Au, 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 au. Aber mit was denn Gegenangebot will er kommen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, Sie rufen die Mords rüber. Schaut, wenn er mich fragt, ob ich eine Idee habe. 35 Mille. Hast du ja eigentlich abgerufen. Äh, ja. Ja, ja. Aber die 80.000 hast du schon gelacht. Ja, mach das. Ich bin mindestens 300.000. Oh, schöne Haarfarbe. Doch. Nein. Die 80.000 gelacht, das wäre jetzt nichts. Hi, Boys. Der Dämper Kusch. Hi. Halbzeit. Punktcheck. Punktcheck. Ja, machen wir auch auf. Check. Ah, okay. Ja, kam durch. Ich hörte es. Wie heißt der Vater? Weißt du das? Wenn das der ist, der gestern hier war? Wer hat denn eine Nummer? Ich weiß nicht. Ich dachte, die kommen schon wegen uns. Ich weiß nicht, wie der hat. Aber ich glaube, das ist der Papa von dem hier, der telefoniert gerade. Park da einfach mal so. Nee, egal. Ich habe schon eine Idee. Ja. Jetzt. Ja, ruf nochmal an. Okay, bis gleich. Ich dachte, der will hier reinfahren. Ich dachte, der kommt jetzt hier mit seiner Kavallerie an. Was, du, Finn? Wütend. Wind? Giffi! Wütend! Hä? Warst du nicht dabei, dass der Kampf mit 100.000 stattfinden sollte? Welcher Kampf mit 100.000? Nee. Ja, das solltest du doch organisieren. Nee, ich sollte das nicht organisieren. Jemand anders wollte das organisieren. Giffi oder Max? Ja, ich, aber die Frau hat nicht nochmal angerufen. Mann! Hab ich auch schon ein paar Mal schon gesagt. Schon locker. Keine Ahnung. Mann, Mann, du. Ihr Hoden. Ruft ihr nochmal an und sagt, we're ready. Let's that go, yeah! Wir müssen um 23 Uhr Autos abholen gehen. Ja, stimmt. Ja, alles. Ich war im Brille. Digger, wir müssen noch ein wenig in den Zettel. Ja, ich bin jetzt gerade in meine Vorderung. Ich will ganz schnell herfahren. Ui. Was sagst du? Brillenträger, Mann? Hab mich verstanden, Digger. Ich komm jetzt her, Digger. Ja, ich komm. Ja, komm, hör auf. Wie so ein Spassi zu reden. Was? Ich dachte, du trägst was. Was? Gehst du pannen? Was meinst du? Ja, ich gepannen, Curtis. Ja, warum rinnt es denn du jetzt so? Ich weiß nicht. Ich bin Fanboy. Weißt du doch. Immer alle Ärger. Ich warte unten in den Rancher Blocks auf dich. Ui. Aber fährt sich schön nachgefährt. Warum willst du den Schuss jetzt genau wieder? Ja, weil ich den vielleicht abgeben muss in der Zeit. Nee, da bin ich nicht. Tag, Tom. Ich zeig dir immer Nullo in die Gang. Kannst du mal voll tanken. Kannst du mal voll tanken? Bio-Ethanol. Ich hab Krebs. Der fährt mit Pommesfeld. Das sagt man nicht, Junge. Wieso? Habt ihr den Stein in die Zunge gebracht? Zeig mal. Mal zeig ich dir, oder? Musst du ja den Schuss hier raussuchen. Ach so. Der Jute-Lie-Bold oder so. So. Kommen Sie bitte, Junge. Zeigen Sie mal. Bachtexemplar, oder? Boah. Hier in der Engel. Boah, ist krass, ne? Boah, das ist aber eine gute Idee, den hier hinzustellen. Ja, 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 ja. Das ist der Stein der Waisen. Nee, das ist der Stein der Steine-Kloppe. Boah. Der ist halt vorgewaltig. Ja, das ist ein Riesenviech, ne? Boah. Er hat mich voll in den Arsch unter der Mar erinnert, Bruder. Boah. Seid ihr mir das? Ja, Mann. So wie auch das erste Mal reagiert, als ich Dinge gesehen hab. Wir haben auch einen Bildhauer, ne? Wir haben halt den Bunn bei uns auch selbst gemacht. Sagst du? Diese Kugeln. Aber es soll wirklich nur ein Stein sein. Okay. Der bleibt so. Den fährst du nicht an, Kollege. Ja, ich dachte, wir machten so einen Start oder was? Nein, nur ein Stein. Ein Stein. Der deinen Namen trägt. Zeiten überlebt. Beutelung. Und unser uns. Sag mal, wer sind sie, der Herr? Ein Schuss. Wie ist das? Was macht ihr so? Easy. Nix. Hab dir gestern keinen Stress gehabt. Lug doch nicht. Ja, Dinger. Das war kein Stress. Ich bin zu den 1 und 7 hingegangen, zu den dummen Lutschern. Dreckigen 1, 8, 7er, Junge. Dreckigen Fotzen. Warum betonen sie das so, der Herr? Und, äh, ja, weiß nicht, Digga. Dann hat mich Logan richtig sterbe Hops genommen. Ich sag dir, wie das, Junge. Worum hab ich ehrlich gesagt. Ja, weiß nicht. Er hat mir einfach die Kokosrute gegeben. Hä? Dann kam ich nicht klar, Digga. Ich weiß nicht. Das war einfach heftig. Ich hab mich, äh, ich weiß es nicht. Wie, der zieht dich aus dem Business zurück? Ja. Blaber du nicht. Der hat mich komplett Hops genommen. Der hat bestimmt irgendeinen Pfeilfettplan hinter, den ich noch nicht raffe. Aber dann wäre ich noch Hinterkommende. Ich hab da Leute beauftragt. Ja. Ich hab da schlaue Leute bezahlt. Dass sie sich, äh, sich der Sache mal annehmen. Dass sie das mal analysieren. Das Verhaltensmuster. Und dann werde ich vielleicht auch irgendwann mal hinter diesen, hinter diese unglaubliche Intelligenz der 1,87 Outlaws hinterkommen. Weißt du, dann werde ich das irgendwann mal raffen. Vielleicht bin ich dann irgendwann mal mit den ebenbürtig. Aber bis dahin, weiß ich nicht. Curtis, ich seh da nicht mehr so viel Land, weißt du? Ich glaub, ich löse die Handys auf. Ich bin ehrlich mit dir. Warum? Weil er mich gestern gefickt hat. Warum nicht? Dann sind wir schutzlos. Dann können wir nicht mehr auf die Wehrlosung gehen. Dann haben wir keinen Rücken mehr. Bitte nicht. Bitte. Das ist, ich weiß das nicht. Also, das hat mich einfach so... Da können wir nirgends nur Welle machen. Nirgends so mehr. Nein. Wo soll ich meine ganze Aufmerksamkeit herkriegen, Curtis? Ja. Mensch. Scheiße. Mensch, du. Ei, 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 ei. Ey, können wir was nicht machen? Also, wenn ihr... Kann ich zum Junkie-Vor kommen? Pff, seid ihr doch eh schon. Nein. Das können wir auch hier in den Steinreihen meistern. Wollen wir das machen? Die Liste. Hast du schon mal ein Ding? Als wir diese Probleme hatten mit den ganzen Rockern und Drips und den anderen 87 Leuten, habt ihr uns da auch geholfen. Wir sind doch zusammen dahin gegangen. Äh, ich weiß sowieso nicht, warum du mich gerade fragst, was gestern war. Du warst doch gestern dabei. Ja, warum war ich dabei? Ja, du standst doch oben mit da. Ihr wart doch unser Backup. Ach, stimmt. Ja. Ah, stimmt. Wir haben ja nur darauf gemerkt, dass wir Schütteln. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir sind halt auch einfach keine 20 Mann, weißt du? Ich hab die gestern alle beim Stoppferk rekrutiert. Das war eine richtig wilde Geschichte. Ich hatte da einen Michael dabei, einen Werner, eine Luise. Und die hatten bestimmt eine Kutta, nur einen Fleck. Ja, ja, aber den hab ich dann einfach alt angezogen, weil Fleck kann ich auch einfach im Masten da ankaufen. Schnell Purple Eel, äh, Purple Eel wieder, sag ich schon. Guck mal, da merke ich aber schon wieder, wie geistig unterbelichtet ich bin. Das geht einfach gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hier alles in der Stelle reichen konnte. Das ist der beste Weg zu Dings, ne? Verbetrung. Weißt du, was ich schon echt mal überlegt habe, Bruder? Äh. Also erstmal Ritter. Was denn? Ich glaube, ich fang unten bei denen in der Westerweils Runner an. Ich glaube, ich kann dann auch viel lernen. Digga, Kylie Jenner ist so geil. Ich hab nix gegen den. Ich auch nicht. Ich mag den. Der ist cool. Aber ich muss mir dann einfach eingestehen, dass ich verloren hab. Hatte ich schon einen Fußball hier, würde ich sagen, lass ein bisschen rumkicken. Bruder, ich hab unten eine Kegelbahn, hast du brauchen auch ein bisschen Kegel, Kollege? Göttes, Junge. Und was wollt ihr jetzt mit der Route? Ja. Die genauso gut verwalten wie die Grasroute? Ja. Ey, das hat alles Hand und Fuß auf der Grasroute. Die müssen wir ein bisschen runterfahren wie in den ganzen Kops, Kollege. Ja, aber das Ding ist halt, was meinst du, warum da so viele Kops sind? Weil das die einzige Anlaufstelle ist, wo Leute hingehen und arbeiten. Auf der Koksroute passiert doch gar nix. Ich hab da noch nie was mitbekommen. Pilz ist alles voll mit unseren Leuten. Koks hab ich vier Parteien drauf, Junge. Ja, jetzt wahrscheinlich. Ja, klar. Aber da sind die Koppers nicht, oder? Nee, eben. Das ist ja das Gute. Ja, weil es keiner so interessiert. Richtig. Und deshalb sind die ganzen Koppers auf der Grasroute. Richtig. Aber im Endeffekt, wenn du drüber nachdenkst, eine Route, auf der ich weniger verdiene, die Vertriebe, dann trotzdem was auf Reet. Und dafür drei Routen, wo ich einfach alles raushole. Oder zwei Routen, was es jetzt noch sind. Ist doch besser. Ist doch viel Wörter. Man, scheißegal. Solange wir verkauft können, Park. Ja, ja. Und scheiß Routen alle. Ja, 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 ja. Nee, Bruder, alles gut. Wenn ich alle Routen hab, dann ist... Ja. Fehlter nicht mehr. Es ist ja nur noch Moonschein und Moonschein ist da sowieso nicht. Als ob der die Route einfach so abgibt. Ja. Nein, hat er bestimmt nicht. Der hat da bestimmt irgendeinen Masterplan, den ich noch nicht so ganz gerafft hab. Ja, das sollst du schon merken. Ich hab mal einen Analysten drauf angesetzt, du. Ich hab auch schon Whiteboard besorgt. Und so Pinnadeln. Die können mir da bestimmt mehr erzählen. Nenn dich doch Lester. Ich bin... Die Statue hast du ja schon. Grüße, Herr Skulli. Ich bin Schwabbel. Hä? Das sind doch eher... Nein, das ist mir einer. Schwabbel, du brauchst dir nicht spielen. Aber es ist gut. Den hab ich gestern auch in den Stadpack aufgegabelt. Ich bin... Achso. Ja, alles gut, du brauchst dir nicht mehr. Das ist Köln. Das passt. Werner, wie geht's der Frau und der Familie? Du meinst, wie geht's seiner Frau und deinen Kindern? Okay. Der kümmert sich nur um die. Wer? Der Haar. Hi. Hallo. Na? Mein Haar? Wo bist du hin? Ich hab kurz den Schlüssel von der Raupe geholt. Der fickt da nicht. Ich hab den Jadis den Stein angeguckt. Puhuah. Stehen die da auch alle im Kreis? Naja, die stehen nicht im Kreis. Das ist by the way der Stein der Rolle, ne? Schwabbel. Was sagst du? Auf den Oval machen. Das ist der Stein der Rolle. Die machen Dreieck. Warndreieck. Legt euch nicht mit uns an. Steht einer in der Mitte für das Eis in der Ohre? Wir machen ein Experiment, Kurt. Ja, ich komm mit Soldat. Bis jetzt alles, was wir hier reingestellt haben, weißt du, das ist das Bermuda-Drein. Wir gucken mal, ne? Nein. Das ist ein Hinkelstein. Ein Hinkelstein abends. Wer hier reingeht, verliert sich, ne? Stell dich dann, oder... Nein, das wird so ein Wetterstein, Junge. Stell dich da rein. Ist Stein nass, regnet's. Stein weiß, Schnee. Stein weg, Pole. Hink, ja. Hallo? Oh, ich hab dazu keine Hobbes. Ich distanzier mich. Ich steh da voll zu. Okay, ich muss wieder rüber. Ja, mach das, Kollege. All right, dude. Sie haben mir einen Zweck getan. Ich danke für die Raupe. Die mit ihren Kackruten alle, alter Leck-Mischamarsch, Junge. Die mit ihren Kackruten alle, alter Leck-Mischamarsch, Junge. Hallo, und was wird hier gewettet? Du bist so ab. Beidlin! Achso, Villa-Typen, Angebot, okay. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und was sagt der Typ? Der hat uns fünf Funkgeräte gegeben. Fünf Funkgeräte? Ja, zwei. Ja, eins ist schon Benutzung. Zwei für, wie heißt das, zwei dafür, dass wir den Auftrag stoppen. Was ist denn, wenn der dahinter kommt, dass es gar keinen Auftraggeber gab? Und wir das nur gefunden haben. Das ist doch nicht mein Problem. Aber der will uns auch einen Auftrag geben. Was denn? Der hat so ein Problem mit so einem Axel Stein. Der vom Hausmeister Krause? Keine Ahnung. Das ist so ein Dicker. Ja, ja, irgend so ein Dackelklub will der... Boah, voll geil, ey. Der war mal nen Speck. Ja, ich hab gesagt, der soll jederzeit anrufen, wenn der da was hat. Wenn die Bezahlung stimmt und je nachdem, was wir halt machen müssen. Ist das nicht der Typ, der den angeschossen hat, was der gerade zählt hat? Ja, ja. Ja, und dir fährt die ganze Zeit Jugeler lang, ne? Pass auf, bisschen. Ich soll da aufpassen. Ja, ja. Falls du da hinten nach hinten gehst oder so. Junge, wenn mich einer empführt, dann hoffe ich für die, dass die mich umbringen. Weil wenn nicht, sieht man sich immer zweimal im Leben. Genau, da komme ich nämlich mit. Check, check. Jetzt ist der bei der Funke nach dem Leben drin. Ja, nee, das war's. Funke, bitte. Wie sieht die Lade im Junkiepark aus? Ich meine, Lage, Ende, over. Was denn? Wo hat denn der Funke, bitte? Weiß ich nicht, aber der hat mir fünf Stück in die Hand gedrückt und hat gesagt, als Entschädigung für die, dass er die Kosten berufen hat. Fünf Stück sind schon ein bisschen viel, ne? Das war sein eigenes Ermessen. Boah, ich bin voll Funker, jetzt für die Polizei. Der hat mir erst zwei gegeben. Da meinte ich ja, okay. Und dann hat er mir noch drei weitergegeben. Ja, lass die Funker, du hast direkt zu geil gemacht. Check, check, check. Ja, wir fügen die zu der Bestandsliste hinzu. Okay. Wir machen die Liste fertig, was wir haben. Glaub mir, das wird so knallen, Junge. Und mit der Liste werden wir dann, wie heißt das, die Sachen machen. Boah, das wird so knallen, ne? Da springt wieder so viel Geld raus. Wie gesagt, ich brauche die Liste. Dungeon gibt mir auch noch eine Liste mit seinen Sachen. Ja, okay, hier. Da stehen ja keine Leute. Was? Es gibt keinen genauen Wert auf dem Server von Funkgeräte. Eigentlich sind die... Eigentlich sind die Genie... Hänge, Wichser, ich möchte auch mal funken. Verpiss dich. Reib doch deinen Kopf am Feuer. Eigentlich sind die gar nichts wert, weil... Ich hab meine eigene... Weil alle Spieler zu viel Angst haben, die wirklich zu benutzen, weil die Strafen dafür einfach so krass hoch sind. Und es gibt keine Anlaufstelle, wo du die verkaufen kannst. Aber ich hab mir was ausgedacht. Aber das werde ich euch jetzt nicht verraten. Das werdet ihr schon sehen. Mag du? Ach so, wegen dem... Ich wollte kurz zum Auto. Du gehst zum Auto? Dann wollte ich nach Cody's gleich. Dann gehst du nach Cody's gleich. Ja. Ja. Okay. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Die werden so mit 200.000 pro Funkgerät gehandelt. Da habt ihr ne Dings. Da habt ihr ne Zahl. Gary, ich weiß, es war falsch von mir. Nun sitze ich ganz alleine hier. Gary, komm heim. Also das weiß ich von... Der Frank hatte da mal einen am Start, der die kaufen wollte für 250k. Und der Chap hatte mal einen an der Hand, der wollte, glaube ich, 180k geben. Kannst du gar nicht kaufen, wo, weil du lügst. Doch, doch, es ging 200.000 Bar pro Funkgerät. Das ist glatt, was man so auf der Straße sagt, aber... Ich hab bisher noch keinen kennengelernt, der die kauft dafür. Zeigen Sie, Dicker. Warum werden jetzt bei der Umfrage gewonnen? Ja. Hey. Das tut halt dolle weh. In meinem RZ drin. Erst, eins, zwei, drei. Der ist bestanden. Perfekt. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch so'n Kopfknopf. Ja, der ist da. Ich hab doch mal einen gehabt. Wer hat denn? Der gleiche Bademeister gegeben oder Finn? Finn hat er den, ja. Ja, wo ist der? Cody. Weiß ich nicht. Äh, ne, Giffy, geh mal zum Cody. Die wollen quatschen wegen dem Lieferjob. Ich hab Bauchschmerzen. Und dann ruf, dann sag du was zum Cody. Ich sag das hier für dich nicht, ne? Bin ich dein Papa? Nein, ich hab grad mit dem Giffy geredet. Telefonierst du mit Cody? Ja, der hat ein bisschen Bauchschmerzen. Mit Dunjo rede ich gerade. Like, mir geht's heute nicht so gut. Dem geht's nicht so gut, Dunjo. Den Giffy. Sag dir das mal, Cody, bitte. Frag mal, ob ich morgen kommen kann. Ob der morgen kommen kann, fragt er. Wie bist du jetzt so faul, zu Cody zu rennen? Alter, von wegen Job. Ja, geh doch kurz hin. Da ist kein Breno hier. Junge, wir stehen hier im Kreis, Alter. Du kannst hier rausgehen. Magst du das? Was? Kreis? Im Kreis stehen. Ja, das ist ein bisschen, was ich kann. Ah, heiß. Liebe den Kreis. Ähm, Info. Guck's gut, du gehörst in Nialis, hat Luis gesagt. Jo. Falls du das noch nicht wusstest. Ne, ne, das wusste ich mir gestern. Logan hat dir anscheinend einfach übergeben. Das ist... Ich glaub selber nicht, ne? Das stimmt. Ich glaube, dass du noch zugucken. Hä? Fister, Fister sind auch nicht mehr auf der Route, falls wir die da drauf sehen. Auf welche Route? Fuchs. Ja, wollen wir uns da mit einzeigen oder nicht? Nein, die wollen das nicht. Also ich glaub nicht, dass wir uns da mit einzeigen. Aber wir dürfen drauf arbeiten. Ja, die ist meinst du, oder was? Ja. Wir dürfen drauf arbeiten. Also das haben wir schon geklärt. Aber das mit dem Bestand ist so, was wir vorhaben, ne? Das müsst ihr dir auch mal empfehlen, schonmal. Ja, das müssen wir mal nachts mal haben. Zumindest mal ein bisschen ansprechen. Ist schon angesprochen. Ist schon angesprochen. Wir warten nur auf die Liste mit, was wir haben. Genauso wie von Dungo. Ja, da müssen wir zu unserem Kontakt mal... Ja, da müssen wir noch bei den Sopranos fragen, weil ich kann nicht so gut Tabellen machen. Geil. Der war unser... Der Marker-Dealer muss sich nochmal melden. Ja, von Juni? Mhm. Ja, der muss uns nen Preis sagen. Und der hat ne Menge, ne? Achso, der kennt sich dann mal da, wo es ne? Ja, ja, ja. Der macht das doch schon sehr, sehr lange, meinte der. Ja, warum tun wir mit ihm nicht auch ein paar Sachen? Ja, ne. Kann man ja, aber der muss sich erstmal melden. Es wird alles eingefädelt. Kann ich jetzt schon sagen. Also ist schon auf dem Wege. Nur langsam ist halt mal die Bestandsliste dran. Ist in der Wache, Schätzchen. Ich mach da ein bisschen Druck bei dem. Kriegen wir Tage hin. Aber das... Boah, ich hab so Bock drauf, ne? Vor allem hab ich Bock drauf, das zu beobachten. Boah, ich hab so Bock drauf jetzt. Aber du bist breit geworden über Nacht, ne? Ich, ne? Ja. Ihr seid alle breit geworden. Wollt ihr uns in den Rücken jetzt treten? Nein, er hat mich massiert. Deshalb sind meine Krämpforschen weg. Ihr seid alle breit. Ich bin auch breit. Breit? Und klein. Wex. Wex. Steh den was noch an? Ähm. Ja, die Karren, glaube ich, ne? Die Karren am Polen. Die Trips wollen nachher nochmal sich mit uns treffen. Oh, oh. Warum? Kann was dauern. Die wollen irgendwann mit uns machen. Oh, oh. Oh, oh. Bekriegen wir? Ne, ne, ne. Ne, ne. Die wollen mit uns arbeiten, aber... Die wollen irgendwas drehen mit uns, ne? Geiselmann, ne? Bestimmt. Aber die haben jetzt vielleicht noch ein Gespräch und danach wollen die mit uns reden. Jungs, wir sind es auch Pili heute Abend. Kommt, Leute. Wir machen ein schönes Gegen-Gang-Foto mit meinem Mokia. Was? Verpiss dich tiefkühl. Aber du kannst sagen, was du willst, ne? Wenn das der Kiez gestern war bei der Hochzeit? Das ist schon krass. Das muss man zugeben. Ja, ich hab gehört, so ein paar Hausverbote wurden ausgesprochen. Nein, 50 Leute. Alter. Das war doch 1, 8, 7 und Kiez, oder nicht? Weiß, keine Ahnung. Doch, ich weiß das. Woher? Weil mir das gestern erzählt wurde. Stadtparkgeflüster? Ah, ah. Gut. Ah, ah. Lass das Funk kriegen. 53 Leute in Schach zu halten und zu organisieren, das ist schon heftig. Mich würde interessieren, was die bekommen haben. Ja, das würde mich auch interessieren. Was ist eine geile Welt? 8.000 Dollar, ne? Mhm. Ich glaube 12, oder? Vor allem würde mich interessieren, was die... Was passiert wäre, wenn wir in den Kanten nichts bekommen hätten. Hätten die dann 53 Leute einfach abgeknallt? Ja. So, wie damals im D-J? Ja, das war gezwungen. Das ist ja nicht unsere Schuld gewesen. Oh, oh. Was denn? Ich hab nur gerade gesehen, dass hier jemand... Oh Gott. Ey. Ich war gerade bei Codys und dann hat ein Jugola da so vor der Tür gehalten und reingeguckt und ist weitergefahren. War der zufällig so schwarz-blau? Ich hab nicht drauf geachtet, ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, jemand hat mir gesagt, das stimmt. Ja, das kam mir verdammt. Gefällt die ganze Zeit schon eine lang. Ja, ja, darum dachte ich, ja. Lass mich nicht schnell zurück zum Park gekommen. Angst, also Pfeffernase. Oh Gott, der Oster war so. Waffe mal bei. Ja, lass dich nicht empführen, ne? Das wär doof. Das müssen wir wieder die Jadis zur Hilfe rufen. Soll ich mit Moped fahren? Kann... Eigentlich ist das keine schlechte Idee. Fahr mal ein bisschen rum, guck mal, ob du so einen siehst. Ja, denkst. Und guck mal nach Nummernschild. Warte, ich muss Helmand ziehen. Wegen Verkehrssicherheit. Da hast du recht. So. Ich hab schon ein bisschen Angst gerade um meinem Leben drin. Was? Am Codys. Ich hab Angst. Keine Angst. Ach, Quatsch. Ich hab keine Angst. Ich wollt grad sagen, wo ist der Knight Rider? Keine Angst. Nein, nein, nein. Wir sind furchtlos. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich aber auch. Was haben wir vergessen? Nee, dass es doch irgendwas gab. Wart ihr da schon oben wegen dem Typen? Und habt mal gefragt, ob der sich schon entschieden hat? Was zum Typ? Russland. Da fahren wir doch eh nachher die Osterbomben. Ah, okay. Ah, ihr wart oben, Tio? Ja, ja. Bennys war keiner. Habt ihr schon die Autos vor einem Knicker runtergeholt? Ah, nee. Dann können wir das mal machen. Dann lass den machen. Ja, lass den. Dann haben wir nix was zu tun. Und den Kreis schöner. Was machen wir jetzt? Autos bei dem Auto, oder? Bleiben im Kreis. Die Autos bei dem Auto, da hab ich gesagt. Bei dem Haus. Ja, am besten alle, weil ich weiß nicht, wie viele Autos da sind. Für den Pounder haben wir keinen Schlüssel, ne? Aber der Pounder ist, glaub ich. Da steht ein Pounder? Ja. Von wem ist der? Uns. Boko. Mach'n Auto mit. Wohin geht's, boys? Wir holen kurz die Autos beim Knicker von der Dingern runter. Von der Villa. Alter, das ist nicht gut, wenn ich jetzt schon war. Ja, warte kurz. Mach' dich jetzt hinten rein. Du Schwanz. Warte. Komm, BT. Ist nicht so wichtig, dass du Scarlett stehen lassen musst. Wenn du mit dir reden möchtest, kannst du auch hier kurz warten. Nee. Nee. Danke. Wer war'n das? Scarlett. Scarlett. Und die ist mit den... Wo ist die Villa? Beim Golfplatz-Dingst. Ja, warte, ich leide dich. Mach' GPS. Ich hab' langsame Finger. Aber dafür ganz lange. Du bist Augen zu machen. Ich bin froh, wenn die das abreißen, wie ne... Den Dreck. Oh, ne, Junge. Mann, ey. Was willst du? Ach, Digga. Können wir ne Funk-Frequenz ohne TK machen, bitte? Warte mal, du hast... Ja, ja, viel klar. Nimm doch kein Funk-Rät mit, Junge. Ja, klar. Warum? Steck das mir ins Arschloch, wenn wer da kommt. Ja. Guck'n du auf die Antenne raus oder steckst sie vorne rein. Nein. Aber das kitzelt ein bisschen dann an deinen Magen. Das vibriert immer so, wenn man Funk-Feuer macht. Hör doch auf. Das ist geil, ne? Ja. Soll ich noch mal? Nein. Ich mach' aber... Hör auf, nein, das ist laut. Nein, doch, doch. Wenn du das machst, ich geh' raus. Wohin? Ja, das ist der Funk-Frequenz, du Wichser. Achso, ich dachte nach Hause. Boah, Alter, was für ne Drohung, Alter. Hm? Hier gleich rechts und dann direkt links. Ja, da sieht's doch. Und dann ganz hinten. Und jetzt da vorne, da vorne links. Hier. Nein, hier links, ja. Da rein. Was zum... Ich hab' keine Schlüsse von dem Auto. Was macht denn der Clowns-Auto hier? Hey, hey. Was hat der jetzt bezahlt? Hm, fünf Funk-Rehalte hat er gegeben. Das ist ja nicht gerade. Eigentlich ist das viel. Hat noch einer für den Clowns-Van und den LKW? Ich hab' den Clowns-Van. Aber dann muss denen ja einer fahren. Ja, dann haben wir noch genug Leute. Sitzt bei dir nicht noch einer drin, ne? Wie, die hast du Schlüssel hierfür? Nee. Oder? Nee. Welcher sind das? Ist der an? Das ist ja Drogentor aus. Ja, der ist an. Das ist einfach kurz an, wir machen dann gleich Schlüssel nach. Okay, ich hab' doch keinen Schlüssel. Warum hab' ich keinen Schlüssel? Dann fahr' du den mal hier. Dann fahr' ich den, weil für den hab' ich, glaub' ich, Schlüssel. Was willst du? Fahr doch. Krainisch im Funk. Oh, du fahr' doch schon mal los. Funk-Disziplin. Geil. Junge, die Karre ist... Fafin. Bautika. Lade, wird den Schlüssel wieder rein, du Perlner. Tut mir leid. Ich hab' selbst einen Schlüssel. Hauptfunkgerät, Körte. Was ist denn das? Das ist meine Freundin. Warte mal, das Auto gehört gar nicht zu uns. Oder? Das ist eine Kita. Doch. Okay. Oh, im Funk. Wer hat denn jetzt alles Funkgeräte dabei? Ich? Idioten. Bin Funkmeister. Was, wie Weihnachten für mich? Warst du ein Funkgerät zu haben? Ja. Äh. Von low. Flashbacks. Jungs, alle rechts rum. Rechts rein hier. Oh ja, bis dann noch mal zu Drogezeiten, Alter. Funk-Disziplin. Ich will das Funkgerät nicht mehr. Und Funk war über Discord noch. Ich verstehe keinen davon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Gang mit Funk, Junge. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Boah, ich hör's nur noch Piepen. Weißt du mal, bring mir das nochmal, geht auf die Arbeit. Ich hab Kopfschmerzen, wie er jetzt sagt. Weiß Funkgeräte. Da kann man ja froh sein, dass die Leute auf Unity die Funkgeräte nicht benutzen. Also glaube ich zumindest, dass die nicht benutzt werden. Jemand muss den ja ausmachen. Äh. Loro, den Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen vor 8 Minuten. Jazz, Dankeschön für den Gifte Zap an V8 Biturbo. Sven, Dankeschön. Vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps, Brudi. Und Jazz, Dankeschön nochmal für den Gifte Zap an Schwanz. Und an Opas Oma Sanra Kiskis. Junge, wer zum Teufel nennt sich auf Twitch Oma? Alter. Was? Ja, Fantman, ich hab keine Ahnung, warum du Emote spammst. Aber du wirst wahrscheinlich einen Sinn dahinter sehen. Und Funorus, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps. Und bedankt euch. Was denn? Was denn? Was denn? Mordwof. 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 gut gut geht's dir und schon wieder im park ich habe kerbsen weggebracht auf eine einzelne insel ich habe keinen bock herum zu stellen seid ihr gerade kommt ihr zurück zum park ja dann können wir dem wenigstens nerven und statt im kreis zu stehen ich kann diesen tag nicht mehr sehen sehen nicht mehr park nach vegas doch nicht ich weiß ja nichts von casinos dix spiel ist schlecht stimmt nicht gut für den omen nein wir beginnen zu kohle ist ich war gerade da hast du was gefunden nein ich habe den auch gescheit gesagt er soll auch irgendwo voll du hast auch nichts gesehen dann lass Ding aus dem Mond lass mal hell ja dann kommt zu kohle komm mit weil das kopf sind stimmt bleib hab ich früher ja keine ahnung ich weiss du selber nicht weil ich das sag Junge ich lebe da auch nur scheiße ich lebe da auch nur scheiße doch hier sind alle nett du bist nur nicht nett du timeout ist immer und du ärgerst wenn man kerbs stellt wie weit ist es noch wusstet ihr eigentlich dass der vorne eine anwaltskanzlei ist nein nur ne soll man Bombe planten ja rein da oder davon ist ein Büro oder da war mal eins immer noch hallo wie kann man ihnen helfen also ich möchte eine Anzeige machen ok und ich würde Schmerz ins Geld bist du der Bürgermeister? ok nein das Anwaltskanzlei Theker und Pizza ja hallo ich bin Pizza äh wollen sie eine Pizza essen? nö sicher nicht komm mal geh mit Kohlis der ist dumm äh Mutter beleidigt nö nimmt den fest wir fahren viele Korps rum die haben mich vor allem verfolgt und was ist wenn deine Glühbirne kaputt geht? wie soll man die wechseln ohne Werkzeug? ohne Werkzeuge ohne Werkzeug kannst du eine Glühbirne nicht wechseln nein nur geht doch nicht das geht nicht du brauchst einen Glühbirndreher da sind die Hände dein Werkzeug also da hast du nur ohne Hände dein ich bin ein Werkzeug kennt ihr Edward mit den Scherenhänden? ja der schmeckt nur mit den Haaren der darf da nicht rein der hat Scherenhände der darf da nicht rein das ist Edward kennt ihr den? Heere Bastelunterricht habt ihr immer eins gehabt hast du Eisenbastelkleber? nein ich hab aber dran gebrochen an Oko wer hat es? die ja der darf sauer für mich zu sein ich bin doch gar nicht sauer doch warum? jetzt siehst du wie sich Mila fühlt du Hormbocken wenn du dir untersteckst was hab ich denn gesagt? das ist mein Cousine jetzt wer? mein Neid bei der Cousine das ist nicht deine Cousine du bist die beschützten du hast sie geheiratet ich hab die nur gar nicht geheiratet doch die ist jetzt angeheiratet nein die ist geboren in unsere Familie was quatscht du da? wann sind wir da? was quatscht du da? du musst die jetzt beschützen aber warum soll die sauer für dich sein? siehst du wie sie ihren Kopf ververs? was? lass es einfach was denn? lass es sein wegen der Knarre beim Russland dann kriegen wir Ärger nein was meinst du? 187 hat von BOM ein Brett bekommen wer hat ein Brett bekommen? 187 von BOM wann? im Funk äh eben eben wo? 30, 40 Leute aus den Palmen gesprungen gekommen die haben das gesehen ach die sind keine Nähe? ja deswegen fahren ja da sind die Cops rum warte mal die haben Stressmelde BOM? anscheinend ja das weißt du jedes Kind in der Stadt ne ich wusste es nicht du bist ja auch kein Kind warte mal Damba ja was machst du mit Mila? das ist ein Neid bei der Cousins ich hab die letztens aufgenommen willst du hören? ne besser nicht ne besser nicht Damba und Mila hab ich aufgenommen ach du nicht? doch ich hab sag mal ja das klingt nach Mila hat die wieder die Schuhe nicht so bekommen ne? hm das war Originalaufnahme ja Prepper weiß ich noch wurde ja ja das war der Dings alter der auch den Typen gespielt hat bei Schwarzwasser der den Rasen gemäht hat der war das mit seinem Copscha äh spielen 500 Leute auf dem Server ja hab ich gestern sogar nur ein Screening gesehen auf Twitter ja haben wir Geige spielen was? haben wir Geige spielen achso du hast auf Ullodak lieber Skateboard fahren und wenn ihr die Dankeschip für den Prime 2 nein Skateboard ist schlecht ich hab Snowboard aber dabei Snowboard? ja aber hört sich an wie Skateboard hat Rolle ich hatte noch kein Sound Upgrade darauf Schauti wie viel Prozent haben wir ah und Unterbodenbeleuchtung ja schon ein Raubmenü ein Raubmenü zwei Raubmenü drei Raubmenü auch noch Raubmenüs und der Handführer der Raub und für dich das geht nix du Kogel ich will drei Cola und ich wünsch mir das J Baguette bitte Alter könntest du hast immer Sondermünsche ne? weißt du was du kriegst auch einfach Raubmenü ich bin noch Snowflake nein ich will kein Raubmenü habt ihr das beim letzten Mal einfach nicht geschmeckt? ich will noch Raubmenü ich will noch Raubmenü nein doch in einem Raubmenü also viermal Raubmenü und Jess für dich wie immer ich will dich selber hinten an mach ich euch klar das ist ein frecher Kollege der Arbeitetier der Arbeitetier der Arbeitetier stell dich hinten an oh man hab die jetzt schon alle bestellt online im Durchschnitt sind 500 Leute mir passt nicht drauf mir passt nicht drauf das ist immer so aggressiv der Beatty ne? der Server passt immer komplett gut ich bin nicht aggressiv Junge ey vernünftig sonst knallt kannst du noch 1000 oder es knallt nice assist kiki wieso isst du schon obwohl du grad jetzt bestellt hast? ich hab die Ketchupfleische genommen oh oh weia ist das ne Tüte? keine Tüte? ein Schwein denk da dran scheiße boah wild und Jess halt die Klappe Vers June mehr ach auch Foldер warum blubbert das? denn der rauert der ist nebenbei am Puffeleveifahren er hat zölbungen gefahren Ach, da, da... Der musste reden. Da blubberts. Ja, im Café blubberts. Mahlzeit! Knoblauch! Blöde. Ich will gar nicht wissen, was du alles für ein Blödsinn auf dem Handy hast. Genau sowas. Schnee, Schnee, Schnee! Oh, ihr habt auch... Schnee, Schnee! Ja. Da klär mich auf. Worüber soll ich dich aufklären? Irgendwas wurde gerade im Funk gesagt. Ach so, äh... Ich will kurz mit Max und Phil reden. Mit wem? Mit einem Kollegen. Mit einem Kollegen von uns. Also, keiner, den er kennt. Ja, Dings meinte gerade, äh... 187 hat ein Brett bekommen. Ach so, ja, die 187 liegt jetzt überall bei Bomben in der Hut rumverteilt. Ach so, die sind da hingefallen. Ja, ja, ja. Ah, du Zeise. Boah, weißt du, was mir einfällt? Hm? Vielleicht hat... Ich wusste gar nicht, dass sie Stress haben. Wusstest du das? Ja, ich wusste das wegen der Kursroute. Auch wegen der Route? Ja. Aber die Route... Ah... Mhm. Ah! Deshalb hat der Logan... Wahrscheinlich auch die Route abgegeben. Hm? Sonst hätte der an zwei Fronten kämpfen müssen. Hm? Und jetzt kann der nur gegen BOM. Jo. Er wurde nur ein Wund. Interessant. Ja, aber ich muss leider aufregen. Das ist unhöflich, wenn ich jetzt telefoniere. Nö, ich leg auf. Okay. Wollen wir ein bisschen brainstorm. Tschüss. Mhm. Ah. Kombiniere, kombiniere das etwas im Busch. Oh, verstehe gar nichts. Mit der tanzenden Schönheit aus, äh... Damba? Vanilla? Oh, ich hab nur kurz... Damba? Ja? Hast du dem Mela gesagt, dass es okay ist, wenn man pupst, dass man die Beine hinterm Kopf tut? Na klar, so kommt alles raus. Hör auf damit. Der so einen Schwachsinn beizubringen. Die hat Spaß daran. Als ich gestern Abend nach Hause gekommen ist, hat die sich auf Couch rumgehalten und gepuffst. Die macht das gerne. Die hat das gelangt. Hör auf damit. Bring mir nicht so einen Scheißbein. Das gesund, wenn Nicole gegessen hat. Hör auf, der so einen Scheißbein zu bringen. Du kriegst halt auch die Fresse. Wenn Nicole gegessen hat, dann zu der Weiß. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich verstehe kein Wort. Dann halt die Fresse. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich rassier gleich deinen Nacken. Rassierst hier gar nichts. Doch. Die Klebe. Ist nichts für kleine Kinder. Hör auf, der so einen Scheiß beizubringen. Ein wunderschönes Bestellen und dann rennen. Nein, die freut sich da drüber. Nein, die klappt. Die hat auch gelacht und... Die soll das aber nicht machen, das Mädchen. Die soll glücklich sein. Spread love. Ja, die soll auch glücklich sein, aber nicht so. Das darfst du sein bei mir schon. Warum nicht? Weil das dumm ist und das Mädchen, das gehört sich nicht. Solange die sich den Näh gelackiert ist, da ist gut. Das macht die ja nicht. Da waren Twinkies mit drin. Vor 10 Uhr noch. Die macht nur Kürzerchen. Ja, 3, 3, 3. Ja. Weil die Squat. Das ist sehr cool. Er ist ein Minja. Hör auf, der Scheiße beizubringen. Das klatscht. Hör auf, du bist aber... Dann bin ich wirklich so auf dich. Nein, du darfst nicht. Doch, ich darf. Hör auf damit. Bring dir coole Sachen bei. Wie man spioniert und so. Ja, aber du tanzt. Boah, auf einmal ist der 1,80 groß geworden. Was bockst du dich so auf von mir? Hä? Du Hure. Beidlin! Oh nein. Ich hab Hunger. Boah, ich hab echt voll Hunger. Wer hat denn hier drin in den Inlandsketter gebremst? Das war mein Nasskuh. Du hast noch eine Scheiße, wenn man mich erzählt hat, dass ich nicht da bin. So, für die hunkriege Meinti, die Heere Twinkies. Yey. Ich hab Hunger. Habt ihr gerade eingeschissen? Geil. Danke, Cody. Du hast dich mit Mundfurz gemacht. Mundfurz? Okay. Boah, ein Peach-Eistee. Check ja noch fünf Peach-Eistee, bitte. Wir sind dein einzigen Kunden, ne? Das stimmt gar nicht. Und kriegen wir keine Member-Karte. Wer jetzt endlich dazugehört. Wann kommt dein Klappen? Cody, du siehst aus wie so ein kleiner Junge mit Pflaster auf dem Auge. Ach, lecker. Zumindest sieht man mir meine Behinderung nicht an. Ich hörte es. Boah, was er sagt. Nein, so mein ich es nicht. Ich finde nicht, dass du so aussiehst. Cody, du bist nicht behindert, du bist so besonders. Du bist so besonders. Wir haben dich nicht. Mal, Jess, bitte sehr. Bitte sehr. Danke schön. Du machst wenigstens. Der Hauptdämpfer. Die Tante vom Juni, ne? Tante vom Juni? Die hat eine Zahnlücke, ne? Da, da, da. Ist das Gringo? Die macht immer so. Und dann rötzt die sich selber. Die nimmt auch immer so Teig im Mund und dann drückt die das durch die Zahnlücke. Dann kommen nur Nudeln raus. Und Vanillekipfel. Frederico. Dann kommt der Juni mal angehüpft. Dumm, Teiner. Und sagt, Gringo ist sauer. Oh, oh, Gringo ist sauer. Oh, oh. Ich spreche hier nicht über meine Konkurrenz. Warum haben die eigentlich leeren Döner-Spieß hier? Wie, das ist doch nicht leer. Klar. Nö. Seit wann gibt es da Metall-Döner? Stiffs, stiffs, stiffs. Tu das Messer weg. Ist das doof, Piti? Du mal leise, du drückst die Knarre einfach. Frag den doch mal, ob du so ein Fleisch-Spieß besorgen sollst. Ja, ne? Mit Waffel-Leder. Weich. Wir haben über die Tante jetzt gehörtet, nicht über dich, Mide. Binnen. Sorry. Boah, ich hab, ey, ohne Witz, mein Bauch tut schon weh, ne? Ich hab Hunger. Ich wacke, ach, keine Ahnung, ich lass nachher. Du musst mal erst mit Mieler reden, wenn die rauskommt. Jetzt erklärt er dann auch was. Passiert gar nix. Der will mein Nassbun klauen. Ich glaub, die letzten Tage wird nicht, die nächste Tage wird nicht so großartig passieren. Merry Christmas. Merry Christmas. Jess? Die langweilige Assisten, so schlimmer werden wir. Willst du vielleicht einen neuen Job haben? Können wir nicht bei den Medics abwerben? Das ist aber normal in unserer Natur, so sind wir geboren. Ja, geboren. Wieso arbeitet die jetzt mit? Merry Krasler. Merry Krasler. Merry Krasler. Ja, das? Mmh. Aber nicht geiseln haben Sonntag eigentlich. Wir machen sowas nicht mehr. Kann ja die organisiert sporischen Sachen übernehmen und zum Buchhaltung. Merry Krasler. Ey. Merry Krasler. Oh, da durch ein Fenster sich. Oh. Boah. Kampfparade. Oh. Das gibt Bretter, glaub ich. Oh. Das waren vier oder fünf Ligumbegulas. Die gehen jetzt Bretter bezahlen. Und das kenn ich noch nur, doch, ne? Ich schwöre bei Gott, ihr habt alle eine Zangstörung. Reicht mehr bei dir. Ich habe keine Zangen dabei. Ich vermiss Mila und ihre... Boah, wenn du die so toll findest, ne? Ja. Dann sag doch, dass ich Schluss machen soll, dann kannst du die klar machen. Nein, nein. Nicht so... Ich wärm das doch schon mal. Oder es geht wieder zu deiner Josie zurück, die mit dem dicken Bauarbeiterfinger. Wenn die hier wäre, würde ich es tun. E.T. nach Hause telefonieren. Kiss die Mila doch. Hat die Zweigefinger immer so geleuchtet? Nein, wir haben das doch schon durchgehabt. Wir nehmen nicht dieselben Bro-Code. Was? Du musst sie jetzt einmal behalten. Ja, dann frag, ob ich meine Schwester hat. Aber ich glaube, die hat keine. Justin. Ja, Justin. Die Bundespolizei. Boah, Junge, die ist so langweilig, ne? Oh, oh. Gringo ist sauer. Ich will mit den Balken riden. Wollt er da hindüsen, was? Bike der auch noch? Nein, nein. Oh, spannend. Wie langt der Schuppen auf? Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ich war dann erst um elf. Ja. Ich schreib gleich. Dankeschön. Warum sagt jetzt keiner mehr was? 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 Ich leh mich jetzt weg von dir. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, was ist denn das hier? Boah. Boah. Es lag am Boden. Schmeckt wie Fußsohle. Lecker. Leute, stay. Positiv. Entschuldigung. Alle Zuschauer von Papa, was? Ich krieg einfach zu viele SMS momentan. Kann dagegen nix tun. Ich hab mich nie der Werbepartnerschaft eingere... War das mit dem Papa? Nicht ne. Ist ne Moni genaft. Ja, das. Oh, so monik. Warum bist auf dein Cousin eigenversichtig? Bin ich nicht, aber du quatschst. Immer wenn ich dich seh, den ganzen Tag von Mila. Willst du ein paar Fotos von dir? Vielleicht meint er ja Miano. Ich bin das Geo, was ich benutze. Das riecht noch Skateboard. Ja, das ist Schweiß. Skateboard. Bember, du bist unverschämt. Sag mal, welchen Sub-Sound? Du stinkst. Du stinkst? Hat der nicht so Weihnachtsverbringst? Junge. Boah. Ich nehm' Kaffee. Au. Ach so, dieses Merry Christmas. Ach stimmt, ne? Hab ich gesehen letztmal. Ich glaub, da ham' ich das doch her. Ja, ich hasse dich auch. Oder wieder in meinem Kopf. Fick dich, fick dich und fick dich. Dann mal. Jetzt komm ich zu den harten Geschützen, mein Freund. Ja, das ist schon. Was? Was? Willst du ein Bild von mir, was du dir über dem Bett hängen kannst? Über dein Kinderbett? Bis sie ist bald fertig mit Heulen. Das ist nicht Heulerei, weil du kannst schon die ganze Zeit machen. Sowas sagt man aber nicht. Da war der Schnee. Nicht, nicht, nicht. Willst du oder willst du nicht? Vielleicht schick dir die Weihnachtskarte. Nuh, nuh. Verboten. Weil man nur ihren dicken Sack sieht. Und eine Weihnachtsmütze. Das ist toll. Okay, ich sag dir Bescheid. Ich will den dicken Sack und den abrufen. Was? Den dicken Sack und den Assni will ich von dir. Oh, den Assni gibt's nicht. Nein? Nein, außerdem ist der leer, da müssen wieder Batterien drin. Damit er vibriert. Ist der leer, da mal? Das können wir dir zeigen. Und dreh dich mal um. Guck mal. Du kannst mit so charmanten Kunden wie da vorne arbeiten. Oh, was? Oh, was? Mit Eiszapfen so. Das sind alles nur Fregel. Aber das sind meine Fregel. Ja, siehste. Hure. Oha. Oha. Ich mein Cody. Ich will keinen Klatsch kriegen. Nicht im Laden. Ich... Aua. Ich hab den Cody gehauen. Klar hast du Cody gehauen. Hast du euer Burger runterfallen? Guck mal, seine Mutter mal. Die sitzt am Auge und nicht mehr im Kennen. Ich hab den Naki-Bürger bekommen. Zeig nicht auf mich, du Wichser. Bitte sehr. Jess, voll die Aggressive. Alle vom Junkiepark sind asoziale. Ich bin seriöser Mediziner. Echt mal, die Kriminellen vom Junkiepark. Scheiße, Junkiepark. So. Jess, hast du dich jetzt wieder beruhigt? Entschuldige dich und gib dem Cody einen Küsse. Ich hab den gar nicht gehauen. Hast du wohl. Du hast ihn geschlagen. Hast du ein Brett? Den Sprachfehler hat sie sich nur angeeignet, damit sie hier arbeiten kann. Ach so. Ja, ohne Sprachfehler kommst du nicht mehr weit im Leben, ne? Vor allem nicht in Lusslande. Alles muss seine Richtigkeit haben. Richtig. Korrekt. Ach ja. Wow, 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 wow. Wurde viel geklaut, Jess? Soweit ich weiß, ist das Lager ganz schön leer gewesen. Deswegen geht halt weit nicht, weil alles nicht mehr da ist. Aus deinem Kühlschrank? Nee, aus dem Medic-Lager. Was für ein Medic-Lager? Na, bei uns oben an Paleto. Da hat irgendwer alles rausgeklaut über Nacht. Und jetzt sind wir alle suspendiert, beurlaubt und können nicht arbeiten. Echt jetzt? Ja. Ganz im Medic. Boah. Wir hatten das geklaut. Wir waren das. Das weiß ich nicht. Und ich glaube auch, dass das so ist, dass, also, weswegen gerade ein bisschen schwierig ist, weil ich einen meiner Kollegen bei den Cops verpfiffen habe, dass der von Geräte verkauft hat und so. Ah, perfekt. Die 31er. Ja, natürlich. Die Cops haben mir was Cooleres geboten als der. Oh. Welte Nummer. Ja, guck mal. Du als Nicht-Kriminelle passt doch perfekt in unser Umfeld so. Hier arbeiten wir mit allen Krimineller. Alle gefeuert? Nee, die sind, nein, nein, alle jetzt nur wo Urlaub gefeuert wird. Dann waren wirklich wir. Der Typ, den ich hatte. Wir haben das Lager leergeräumt. Oh, ich habe vermisst. Der wäre so oder so raus gewesen, weil dann hätten die nämlich das FRB informiert und ich habe das halt schon vorher gemacht, weil ich wusste, dass ich was dafür kriege, wenn ich denen das sage. Und hat man schon Verdächtige? Ich hoffe, dass die geschnappt werden. Echt mal scheiß Kriminelle. Ja, bestimmt. Aber ist mir eigentlich egal. Er hängt sie. Du hast ja eh schon ein neues Job angeboten, was viel besser ist. Guck mal, was wirkt seriöser. Du gehst hin und sagst, hallo, ich bin Frau Dr. Jess. Oder du sagst, hallo, ich bin Jess aus der Burgerbude. Ich müsste halt vorher noch meinen Doktortitel klären. Das ist halt so das Ding. Das hätte ich halt vorher gerne. Du hast aber keinen Doktortitel. Was die? Ich will auch einen Doktortitel. Ich bin Profit. Naja, ich war nicht dabei. Das weiß ich auch nur OC. Der Krupa hat einen Doktortitel und der war, keine Ahnung, Hochkriminell. Deshalb rede ich auch nur mit euch darüber. Im RP weiß ich doch nicht. Ja, wir sind nur verrüstet. Hey. Also, geschlossen. Aber fang mal nix, Digga. Hast du ein Problem, oder was? Wie bekommt man einen Doktortitel? Du musst eine Doktorarbeit schreiben und dann musst du die einreichen und dann wird die geprüft und dann kriegst du einen oder nicht. Bar im DOJ, glaube ich. Ich schreibe meine Arbeit über Linguistik. Aber du musst dafür Angestellter in einem Krankenhaus sein. Die kundigen Füße. Ich mach mein eigenes Krankenhaus. Das kannst du nur mit Doktortitel. Ja, der Dexus hat auch zu mir gesagt, dass er das nicht gut findet, aber hinter diesem Leerräumen des Lagers war eine andere Intention. Weil da oben im Krankenhaus sind alle zwei Tage oder so Sachen verschwunden, weil da so ganz viele korrupt waren. Und diejenigen, die da Sachen schon vorher rausgeklaut haben, hätten den Server mit Dings überflutet, mit Funkgeräten und alles, wisst ihr? Und Medic-Klamotten und so ein Shit. Und keiner hat das auf dem Schirm gehabt. Nö, ich find das überhaupt gar nicht schwierig. Wann kommen denn Einbrecher? Ja, Dexus hat gemeint hier von wegen, ja, ihr hättet das ja auch so holen können, also anders ausspielen können. Aber wann kommen Einbrecher? Wann brechen Leute irgendwo in Läden ein? Nachts halt. Wenn alle am Schlafen sind. Oder keiner mehr da ist. Aber ist auch nicht mein RP. Ich find das aber ganz und gar nicht schwierig. Ja klar, wenn keiner da ist. Wann denn sonst? Alles andere wäre ein Überfall. Genau darum geht's ja, Rage wohl. Also das war nicht die Intention im RP, nee, weil das wär ja, das wär ja Meta, das wär ja OC. Der Nick hat einfach die Schlüssel organisiert. Und dann haben die dann einfach leer gewonnen. Au jeee. Was denn? Aber... Küsst euch doch mal. Danksam. Küsst euch doch. Nö. Darf ich dich mal küssen? Hüüü. Ja. Was? Wo ist denn Damba hören? Damba? Das ist eine gute Frage. Dödel. Klingelt. Und wie verkaufst du deinen Laden? Ich hab noch Geld angezahlt bei dir, glaube ich. 5.000. Letztes Gebot. Letztes Gebot. Trotzdem kann man nur Sachen mit RP so ausspielen. 6.000. Geht nicht. Geht nicht. Eigentlich nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das stimmt allerdings, Danger. Ich weiß auch nicht, warum es da medics gibt, die Schlüssel weitergeben. Mann, der provoziert mich. Stimmt, du hast noch einen Zettel bei den Jason, glaube ich. Warte. Ja, 810 hast du noch drauf. Minus 255. 255, das heißt, du hast noch 555 Dollar. Aber ist gut. Oh Gott. Haben wir noch nicht bezahlt? Nee, ich hab noch nicht bezahlt. Ui, ich muss pipi. Aber mit dem Real Life gehen kann man das auch nicht vergleichen. Was denn? Deine Freunde haben dich stehen lassen mit der Rechnung. Okay. Alter, du nimmst das hergelassen. 580 Dollar, bitte. Okay. Bitte sehr. Ich danke dir. Tavis? Dieses Scheiß-Telefon. Ich werfe es irgendwann gegen die Wand. Jetzt ruft da schon wieder jemand an. Tavis, du hast dein Handy jetzt angerufen. Ja, du hörst mich? Er hat gesagt, er wird Chicken Brains. Wo bist du? Ja, ich schaffst es, zu Cody zu kommen oder kannst du nicht mehr laufen? Ja, komm mir hin. Ja, ja, ja. Schaffst du, okay. Ja, total. Ist doch Mist, den Server mit so einem Scheiß zu fluten. Deshalb finde ich das auch nicht so schlimm. Im Nachhinein, wenn man hört, okay, das Lager ist leergeräumt. Weil jetzt sehen die Leute vom Team, ne, okay, da gibt's halt Medics, die geben Schlüssel raus und dann kann sowas passieren. Man kann ja sein. Und vielleicht sollten wir das Thema überdenken oder vielleicht wenn ich kein Fan davon bin, damit mit Regeln gehen würde. Ah, so ein Ding. Fürs DOJ besteht ja schon die Regel, dass man nicht korrupt sein darf. Vielleicht sollte man den Medics aber wirklich verbieten, Schlüssel rauszugeben. Dieses Verarzten von Kriminellen oder so unter der Hand ist ja okay. Aber Schlüssel sind halt. Aber ist auch wieder Beschneidung. Ich weiß auch nicht, Alter. Pff, schwierig. Müsste man sich mal drüber Gedanken machen. Oh. Oh, die Arten. Er gehört es. Tyrese hat mich angerufen, der ist voll wie ein Witze. Der ist irgendwo im Park. Ich hab Flaschenklimpern gehört, aber der kommt, glaube ich, her. Oh Gott. Wenn er es schafft. Philipp den nicht wieder. Haben die den aus der Verwahrstelle gelassen, aus seinem Trailer? Weiß ich doch nicht, wo der herkommt, Junge. Ey, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich sprechen kann. Habt ihr Craig eigentlich mal die Tage gesehen? Nee. Ich glaube, der mag kein Winter. Das ist woanders. Er weiß nur mit Craig ist. Genau, woher weißt du das? Weil der mit mir schon mal Playstation gespielt hat. Macht der Kussi Kussi? Nee. Macht der Kissi Kussi? Nee, geht nicht. Macht der Kussi Kissi? Bah. Grinch dir drei zusammen. Bah, ich geht. Und Chilliard? Ja, ist auch so, Doc. Ach ja, Jess. Oder unter Chilliard. Ja, nee, Whitewood Shit. Aber ich hab im... Beziehungsweise wir planen schon im RP-Wart, wovor ich jetzt auch nicht eingehen werde. Ach, werdet ihr sehen. Egal. Ich glaub, bei den Kops... Weiß ich nicht. Bei den Kops ist Korruption so weit verboten, dass du nicht sagen kannst, ich geb dir die Akten für Geld oder so. Das ist verboten. Wird mich mal interessieren, von wo der kommt, David. Ich will sehen, wie der läuft. Aber alles mit Regeln zu beschneiden, ist halt auch schwierig, Alter. Du hast nur einen Spieler in der Position, wo der nicht hingehört oder wo der sich nicht drum kümmert und dann passiert's aber halt. Ist halt auch echt schrecklich, wenn der Server überflutet wird mit Funkrägen. Aber da gibt's schon ein Konzept, wie man die wieder aus dem Spiel kriegt. Weil, wie ich vorhin schon gesagt hab, ne? Im Moment sind die eigentlich wertlos. Weil die benutzt erstens keiner oder sehr selten, soweit ich das sehe. Aber es gibt auch keinen, der die ankauft oder so, wo man die zu Geld machen kann. Schlafgutwizard. Muss doch mal gucken. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Geht der Mann nicht mit dem Telefon? Der geht nicht an das Telefon? Dann, was? Ja, der geht jetzt in die Regenbogenpommes, hat der gesagt. Was? Ja, ich weiß auch nicht, was das heißt. Super Nintendo wird der spielen. Das ist so ein Spiel, das heißt Regenbogenpommes. Simulator 3000x24. Mald Rölf. So heißt das Spiel. Schwer. Geht nicht am Telefon. Ja, der ist, äh, jetzt Super Nintendo, Regenbogenpommes. Achso. Manchmal hab ich das Gefühl, ich spreche Chinesisch. Manchmal höre ich auch nicht zu, wirklich. Ja, das ist mir klar. Du redest ja so oft mit deiner Hand. Hallo, Hand. Ja, hat der Letzte so gesagt. Aber abnutzen wird der Erkenntnis-Energie. Er schreibt immer Sachen auf seine Hand und dann liest er das vor. Klar sagt er jetzt auch für AP, für die Cops, die können halt ermitteln. Versteht auf deiner Hand? Und gucken, wer wo Schlüsse rausgegeben hat. Meine Hand. Ich glaub gar nix. Ja, deine Hand. Da steht. Da steht nix. Steht da nix. Ich hab heute nix drauf geschrieben. Das ist ja verrückt. Aber... ich mach'n bisschen so'n Tyrese, ne? Ich mach'n bisschen so'n Tyrese, ne? Boah. Boah. Warte mal. Das ist zweites Scarlet, oder? Ne, die hat ne andere Jacke. Da von Weitem so'n Haus. Da sind Mädchen. Mila ist zu Hause. Ich kann dann takieren. Wie tun wir schnacks? Was hat der mit Tyrese getan? Warum, wo ist der? Ich versuch' den grad zu verstehen, aber der redet... Ja, der ist voll die blöde besoffen. Der hat irgendwas gesagt, das ist irgendwo im Schnee. Ja, überall liegt Schnee. Sag dem mal, das ist Koks und der soll dran riechen. Und der hat mir ins Ohr gerülpst. Weil der eklig ist. Hast du Gänsehaut bekommen? Ne, das war eklig. Ich weiß nicht, wo der ist. Hat gesagt, glaub ich, dass der nicht auf dem Verkehr ist und irgendwo im Schnee liegt. Oder das ist so. Keine Ahnung. Wo ist der so mich anrufende Du? Ja, der hat, glaub ich, sein Handy fallen lassen, oder so. Der ist komisch. What the fuck is night, Junge? Ist das nicht so ein Chat wie Knuddel's? Ich hab' ne Flasche gefunden. Ja, und warum redest du da rein? Weil das lustig ist. Oh Gott. Ich glaub, der ist umgefallen. Oh, ey, hör auf zu rülpsen, du Schwein. Ich will selber fangen. Wo bist du? Das ist mein Tyrese. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich hab' da noch nicht gesagt. Wo bist du? Oh, lasst mich. Ihr seid ein Ärgerer, Chat. Keine Tinker-Päckchens mehr für euch. Ja, das, äh, ja, die Sprache hab' ich noch nicht erlernt, das tut mir leid. Der soll ungefähr sagen, wo der ist? Sag mal bitte ungefähr, wo du bist jetzt, Harry, Spinner. Ah, das ist... Boah, wer hat'n denn eine Flasche geworfen? BT? Harry, der gehört doch immer an. Ich hab' meine noch in der Hand. Hör' dich doch immer an. Ich glaub, du verstehst ihn vielleicht besser. Komischerweise versteh' ich den. Sag' ihm, ich hab' ultra-enzinkt auf sieben Sterne, er versteht das schon. Ja, wo bist du denn, du besoffene Schwein? Was? Ich lieg' mich da hinten. Ja, wo liegst du da hinten? Wo? Ja, ich lieg' mich da hinten. 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 Im Bad. Im Badzimmer? Im Badzimmer? Küche. Was für ne Küche, Junge? Einrichtung. Ich hab' mich kaputt gemacht. Was hast du? Kücheneinrichtung hast du kaputt gemacht? Ja. 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 Ja, aber wo bist du? Bushaltestelle. 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 Da vorne. Da vorne. Ja. Dass du noch laufen kannst, Junge, ne? Hast du als Weihnachtsmann verkleidet? Der hat bestimmt ne Alkoholvergiftung. Ja. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Komm mal wieder rumholen. Eigentlich musst du mir eben den Magen ausprobieren. Äh. Ja. Ja. Geht's dir gut, Tyrese? Ja. Musst du mal einen Krankenwagen anrufen? Ja. 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 Ich hab' einen Schuh geklaut. Hab' ich nicht. Der hat einen Schuh... Der hat einen Schuh... Bah. Bah. Stinkt das, Junge. Ja, aber... Er war... Ich hab' ein bisschen duers. Oh oh, es gibt Stress. Mäaau. Also ein bisschen, bisschen was er vor ist. Oh Gott. Du sollst nicht noch mehr trinken. Hör'n rauf! Hör'n rauf! Du bist schon voll. Ich pumpe dir nicht im Krankenhaus den Mann raus. Ich rufe jetzt den Krankenwagen an, ne? Also bei Therese ist das nicht anders, bei keiner zu Hause. Bah, du hast dir in die Hose gepinkelt, Junge. Ah, ich glaube. Jetzt mach das mal weg. Nee, hallo. Ah, der pinkelt schon wieder. Guck mal, wie das qualmt. Bah. Bah. Therese, Mann. Du liegst in deinen eigenen Pässe. Äh, Bornsteinschweiber. Bornsteinschweiber. Wir müssen Krankenwagen rufen. Sein Magen muss ausgepumpt werden. Ja, wenn er umkippt, können wir den Krankenwagen rufen. Macht den armen Mediziner keine Arbeit. Was machst du? Weiß nicht, aber... Ja, setz dich wenigstens mal vernünftig hin. Puh. 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 Das ist eine Mischung des Kalperinier und Kotze. Das ist immer ein Dollar. Nix Dollar. Also... Du musst was essen, damit du wieder klarkommst. Harry, sag mal, Fischers frisst. Fick, fick eine Fische. Das gabst du nicht mehr nüchtern bei mir. Fische. Nein. Ja, wir haben so einen Tigerfisch auf der Rase gesehen. Steck dir mal einen Finger am Hals und Kotz. Ich hab ja schon vieles gerochen, aber das ist echt Next Level, ne? Bis zum nächsten Mal. Iris, komm mit, du musst was essen! Oh Gott, mal gucken, was der passiert. Darf man echt nicht alleine lassen, brauche ne Nanny für den. Der pennt in den Trailer, was erwartest du? Oh, hast recht. Lass den nur, komm mit! Iris, lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Komm, du musst was essen! Warum seufst du nur so viel? Bock. Was? Bock. Ach, du hattest Bock? Ach so, ich dachte, der braucht Ott. Der hat Ott gesagt. Ja, der braucht Ott. Ich rufe auch kurz Hamoudi an. Abort, Digga! Digga, guck mal, Grafkote! Nein, der spielt halt nur, der ist nicht echt besoffen. Komm mit so besoffen Schwein! Kann ich sag mal Abort, Digga! Wir haben einen Notfall! Bierbär! Nein, nix Bier! Essen! Kötze sie eigentlich auf Theke! Ja Jess, wenn du jetzt hier arbeiten würdest, könntest du den Notfalljäger selber bearbeiten! Wie er da steht! Bah, hör auf damit! Und wenn du kotzenst, kotze eine Tüte vor dir! Aber das ist doch eine Bestellung von einem von denen da rechts! Egal, kriegen die Überraschungsspielzeug dazu! Bah! Stimmt nur, bah! Musst du aufpusten die Tüte und dann knallen lassen! Und dann machst du das an den Kochtopf mit Wasser? Warum nicht? Was machst du? Über kocht man das nicht? Damit das gut durch ist! Was machst du in deinen Schuhe? Ist auch schon einfacher, aber nicht so was! Du hast in deine Schuhe gekotzt? Ja, die habe ich kurz weggemacht! Kann ich sag mal? Haushalt! Obdachlos! Wie, du bist obdachlos! Du kannst beim Beatty pennen, der hat eine Couch frei! Da kümmert sich um dich! Nimm doch mal einen Arm! Wir brauchen ein bisschen Liebe! Verpiss dich, der ist vollgekotzt! Noch ein bisschen! Scheiße, wo habt ihr den denn ausgegraben? Ja, der war da vorne! Spiritsch! Spiritsch! Er hat da gekotzt! Er war eiskalt bei deiner Mutter! Boah, hast du den Laden in der Schuhe aus? Das sagt er an! Ich hab mir nachgedreht! Oh nein! Was machst du? Ich hab mal kurz Luft geholfen! Hast du gehört, was der gesagt hat? Hast du gehört, was der gesagt hat? Ja! Boah, teilweise, ich liebe dich wirklich gerne umarmen! Aber du bist richtig am Stinken! Boah! Verpiss dich, Junge! Entschuldigung, ich hol mir mal rein, Cody! Ich hab Schmerzen! Und ich denk, wir sind bescheuert, ne? Cody! Hoi! Du bist bescheuert! Du bist bescheuert als jemand in intention! Du bist nur traversierter! bezahlt. Ja, bei dem muss ich dich auch bedanken. Ich weiß nicht, ich bin echt durfte von dir, dass ich nicht mehr Rechnung will, nicht super. Okay, ja, doch. Nicht die Kunden belästigen, bitte, danke. Der hat dich nur bedankt. Ach so. Nee, nee, oh, du schickst dir ja, Bruder, was muss mit dir, Alter? Bruder, ich geh kein Wunder, Alter. Was hast du für eine Fahrt, Alter? Ich danke dir, ich mach das nicht. Der hat so einen großen Fall, als wäre Weltmeister-Shop, will das. Ach du, meine Güte. Hier, warte mal, ich hab deinen Burger fertig. Ja, Dungo, warum kümmerst du dich nicht um deinen Faller? Bitteschön. Ja, lass ihn dir schmecken, aber behalten auch drin, ne? Ja, ich mach dir rein, oder so. Du kannst ruhig hier hinkotzen, dann hat Dungo mal was zu tun. Scheiße, Alter, ich muss weg, Alter. Alle hauen ab. Ey, Jazz hat dir geholfen, ne? Du musst dir auch, danke sagen. Nein. Nein. Oh, nee, bitte nicht. Nein, das schleppt ihn raus. Bah, das läuft einfach aus deinem Mund raus. Komm, komm, komm raus, komm raus. Das läuft einfach aus deinem Mund raus. Bah. Du hast alle Kunden vertrieben, Junge. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann. Ich geh kaputt, Alter. Bitte? Auf, rutsch da. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Super, er schmiert's noch breit. Sanjo, du Lappen, hol den Lappen. Du musst halt auch gut schütteln. Ich kenne dir die Arbeitstraft bei dir. Ich geh's dir bei den Lappen. Ja, ich geh nix mach ich. Wir hatten das gehofft. Scheiße, was brauchst du? Der ist in seinen eigenen Kotze ausgeholt. Ich hebe den nicht auf. Nee, das triff sich fest. Fass den nicht an, dann hast du nachher noch Hepatitis. Er will dich verklagen, ne? Der will dich verklagen, weil er in seinen eigenen Kotze ausgeholt hat. Ich heimel sich da fest. Nee, 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 fein. Wenn man solche Kunden wie euch hat, braucht man keine Feine mehr. Ja, warum denn wir? Was geht denn bei dir, Junge? Oh, nein. Ich steh grad voll in der Kotze, aber super. Super. Nicht dahin in der Kotze. Danke. Ich rieche jetzt schon, ich rieche jetzt schon. Ui, ui, ui. Tari. Was bringen die denn? Nein, 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 nein. Das ist meine Arme. Was ist bloß aus dir geworden, Alter? Ähm, Weihnachtsmann. Guck weiter, dann schwisch das auf. Äh, das ist Drake von Bigger und Pol. Du hast einfach alles ausgekollzt. Das ist ja nur noch aufgehört. Das ist ja nicht alles. Ich... Wo? Oh Gott. Oh Gott. Hat er hier runter geschluckt. Was ist das färstig, Mann? Das ist so mieterlich. Ach, ich hab mir einfach verlassen. Ist der ein Vollsoft? Boah, das riecht. Der hat einfach bei Kotze einen Kotze. Hat er Depressionen? Hat seine Freundin losgemacht? Ja. Der sülft immer. Ja, ich bin voll weit. Das war nicht gut zu mir. Ui. Oh ja. Bah, Tyrese, Digger. Ey, hab ich da rein. Was denn? Oh, Alter. Scheiß, ich hab einfach in die Hose. Ist das nicht der, der die ganze... Oh nee. Boah, Tyrese, Digger auf damit, Alter. Du widerlichst halt. Ui. Was ist der, wenn's Faden mit dich zieht, Alter? Äh, was ein Stinker, Alter. Jetzt scheißt der da einfach im Rollerhöhne. Jürgen, wir kriegen so Hausverbot, ne? Du hast vergessen, deine Hose aufzuziehen, du Jungs. Da, aber eben. So, jetzt kommt die Rechte. Boah, ey. Boah, gewächt, Junge. Du hast die in die Hose gemacht, Tyrese. Ja. Ja. Das hat der vom Normalen zum komischen Rocker zum abgesoffenen was. Ja, das ist der Park, Junge. Der trinkt aus dem Brunnen. Sein MC hat Schluss gemacht. Pff, woher geht der? Warum nicht eigentlich Schnee? Bei dem musst du dich auch bedanken. Nein, 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 nein. Komm mal her. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Buh. Bah, bah. Ich bin gedodged. Aus dem Grund trinke ich keinen Alkohol. Ekelhaft. Ich danke dir, ne? Ich danke dir. Oh, ich danke dir. Du, nicht vorneweg. Junge, gehen nur die Dusche, Alter. Ab rein in der Dusche, Alter. Ah, Alter, was habt ihr mit dem gemacht, Junge? Geh nix, du bist Alkoholiker. Ah, Junge. Was willst du mit der Brechstange? Arbeiten gehen. Ich kann nicht mehr. Das ist so viel für mich. Das ist genug Vorräte. Komm, wir stiffen den an, der die Dings ausrobt. Wen? Da vorne, diese Pillen-Box-Dings. Okay, komm. Wer geht im Knast? Taris, Taris! Du brauchst doch bestimmt Geld für nur den Alkohol, ne? Ja, ja. Da vorne bei den Dullerpilz, ne? Ich weiß, ich weiß. Ach so, okay, ja. Gut. Das ging ja schnell, Digga. Das hatte der schon geplant. Da bricht jetzt da ein. Guck mir das jetzt an. 100% kommt der da mal durch. Oma, wette. Wir brauchen ne Wette, schnell. Komm, Taris damit durch oder wird der verhaftet? Ich brauche schon mal ein Besuch mit dem Spiel in deinem Laden überfeuert. Hat auch funktioniert. Schnell, Oma, schnell. Ich sag, der wird verhaftet. Was macht der da? Ich glaub, die haben schon zu, um die Uhrzeit. Jetzt versucht er reinzukommen. Oma. Wie geht der Scheiß? Oma ist nicht higher. Natürlich kann man das ausrauben. Ah, die Vorhersage, da ist sie. Dankeschön. Oh, oh. Bruder. Boah, sind die schnell. Die haben einfach Kavallerie geschickt, die gerade. Die haben einfach Kavallerie geschickt, die gerade. Oh, oh. Für den Besuchsen geht da vorne. Das wird zu viel für die, ne? Ich sag's dir, die kommen nicht damit klar. Ja. Wo seid ihr? Der Taris bricht grad da vorne ein. Wo ist denn da vorne? Da bei dem Dullerpilz und die Polizei ist schon da. Äh, bei was? Der hat vorne bei dem Dings. Oh, oh. Ah, die Apotheke? Ja, und die Polizei ist da. Jetzt geht's los. Ich komm mit. Ah, hier seid ihr ja. Hi. Das ist der Polizei, Mann. Hi, 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 hi. Die töte ich mir an, hör du jetzt. Der ist total betrunken. Das ist der Weihnachtsmann. Der ist betrunken. Ja, der ist richtig voll. Der hat bei Cody ist alles Feuer gekocht. Ah, ja. Ja, gut. Äh. Haben wir zur Kenntnis genommen. Die Kollegen schauen sich das an. Da. Ja. Der ist richtig betrunken. Der weiß nicht, was er macht. Der ist wieder einmal da. Das ist ja halt schon gut 4. Okay. Wir haben 14-7. Ja, ich will mich ja haben. Ja, einmal bitte in die Fahrzeuge treten, die andere Seite. Aber ich muss auf den aufpassen. Ja, müssen sie auch von da hinten sehen sie das. Nee. Die Fahrzeug, bitte. Ich glaub, sie hatten schon genug Bier, Sir. Zwei. Zwei. Was ist denn das? Da musst du den Ausnüchtung zählen, du weißt doch gar nicht, was du tust. Ja. Ach so. Was haben sie denn hier so gesehen, die Herrschaft? Der ist total betrunken, der weiß gar nicht, was er tut. Der hat bei Cody ist alles vollgebrochen. Ich kenn den, das ist mein Freund. Du bist dem Typen helfen. Aber ich könnte den nicht aufhalten. Der wollte sich eigentlich nur was kaufen. Der kommt eh nicht weit. Der kommt die Welt. Der, der, der. Nein, doch mal. Ja. Ich muss mich nicht fählen. Der ist ja. Ja. Warte, haben die die Kopfautos aufgelassen? Da sitzt jemand drinnen, du Vollidiot. Die wacht, Digga. Die können die noch nicht fäschen. Tavis, du musst hinaus in der Stummzelle. Das sind deine helfenden Elfen. Du musst mit denen gehen. Herr Weihnachtsmann, haben Sie denn einen Ausweis dabei? Ich habe denen gesagt, die sollen helfen gehen, weil der kotzt die alle ab. Ich wollte nämlich schon immer das Geburtsdatum vom Weihnachtsmann wissen. Da steht ja gar nicht Santa Claus. Da steht Tyrese Barnell. Ich wollte nicht für den Weihnachtsmann. Herr Barnell. Wie zur Hölle kommen Sie denn auf den Gedanken bei einer Apotheke, um Bier rausholen zu wollen? Langsam sprechen, ein Wort nach dem anderen, damit ich Sie auch verstehe. Da hat er sich noch eins in Rachen, Alter. Sir. Hallo? Hallo? Ja. So, also, wie kommen Sie denn auf die Idee, da drinnen ein Bier holen zu wollen? Also, ich wollte mir helfen und meine Bierzeiten. Ich verstehe kein Wort. Nee, da ist Bier da drin und so. Ja, da ist aber Cola drin und kein Bier. Ich habe keine Ahnung, was Sie da reden. Sir. Ich glaube, wir müssen Sie mal in eine Ausmüchterungszelle bringen, hm? Ich glaube auch. Damit wir überhaupt mal in einen vernünftigen Dialog treten können, ja? Damit wir Ihnen mal ein bisschen zuhören können auch, müssen wir jetzt erst mal Sie wieder sprechfähig kriegen. Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja. Das kenne ich auch, ja. Ja. Sir, gehen Sie doch mal in Richtung der Wand. Leden Sie sich mit dem Kopf an, ne? Passen Sie auf, dass das Gebäude nicht wegreicht. Ohne Puzzeln der Feld um. Ja, so, jetzt machen wir mal Macarena. Den linken Arm hinter den Kopf, den rechten Arm hinter den Kopf. Genau, Macarena. Super, ja, voll. So, ich gucke mal bei Ihnen gerade in die Tasche rein, damit Sie keine hier Wunschzettel verlieren, ne? Passen Sie auf, der hat sich gerade eingekackt. Na klar. So, das ist kein Scheiß, der hätte den ganzen Roller da vorne zugegangen. Oh Gott. Ja, da ist die braune Spur auch am Schnee. Oh Junge. Oh, das macht beim Besuchung überhaupt gar keinen Spaß. So, Sir. Ich werde Ihnen die Pistole erst mal vorerst abnehmen, auch Ihre beiden Telefone, ja? Oh, ich muss dir dafür reingreifen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, das Telefon, das packen wir gleich in so einen Beutel rein. Haben Sie versucht, mit dem, also mit dem Code eingeben, das geht aber anders, ja? So, Sie sind vorerst mal festgenommen, ja? Dann nehmen wir Sie in die Ausnüchterungszelle. Zu unserer eigenen Sicherheit, damit Sie hier nichts anstellen oder noch weiter mit Code werfen oder ähnliches, müssen wir Sie eben mal in Handversen legen. Wecken Sie sich mal über die Handschuhe. Nehmen Sie mal den einen Arm runter, dann den anderen Arm runter, jawohl, so. Na. Okay, danke. Halt, stopp. Oh, nein, für den. Stopp. Prinzipiell laufen Sie ja schon mal in die richtige Richtung zum Auto, aber... Da sind die zum sehr kompetenten Kopf. Die wissen genau, wie man in Hand hat. Wir müssen da ran, ich höre nichts mehr. Okay. Hast du gehört, was der gesagt hat? Ja, ich hoffe, sie haben auch keine Ahnung. Nie, hast du ihn jetzt ohne Folie deinen gesetzt. Boah. Der Katz ist ganz sauernd. Du musst jetzt... Boah. Ja, fahr mal mit der Juna 3, die hat nen Hund zugeschissen. Ja, lieber nen Hund als der Herr. Haben Sie mit dem Herrn irgendwie in irgendeiner Weise was zu tun? Ja, der ist mein Freund. Ihr Freund? Fester Freund oder? Nein, Kollege. Achso. Ja, wir werden den jetzt erstmal in SPD mitnehmen. Der soll erstmal in die Ausnüchterungszeile. Ja, besser ist das auch. Ich denke auch, dass wir ihn mit dem Feuerwehrschlauch einmal duschen werden. Könnte ihn auch empfehlen, ihn in der Windel umzulegen. Ja. Haben Sie vielleicht noch irgendwie Klamotten für den Herrn oder so? Der wohnt in einem Trailer, da sind seine einzelnen Klamotten. Haben Sie ein Nebenhöhlenproblem? Wer, ich? Ne, hier, der Herr, der so am Schnarchen war. Hä? Ich glaube, das war der Herr. Das war der Herr. Achso. So laut? Ja. Durch die geschlossenen Scheiben, Alter. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob unser Penny Airbäben sicher ist. Also hier liegt zwar keine Leiche, aber hier riecht es so. Ja. Ja. Riech mal an meinem Finger. Boah, geh mal weg, du Widerling. Zeh oder Finger? So. Haben Sie keine Klamotten für ihn zufällig irgendwo? Ne, der wohnt in einem Trailer, ist ein Perlner. Ah. Aber ich kann ein bisschen Geld geben, dann könnt ihr dem so eine Gefängnisuniform geben. Ah, der kriegt was aus der Asservatenkammer vielleicht. Und das Kostüm heben wir für den nächsten auf, wenn es trocken ist, ne? Da bin ich mal gespannt. Mhm. Also, nicht zu sehr zu saufen, ansonsten kriegen sie's vielleicht, ne? Wir trinken keiner zu. Also, Digga. Hä? Was ist denn mit Ihnen los? Also, Digga. Hören Sie auf, so zu reden? Sie haben gar nicht die Nase dafür. Also, Zeiss? Ja. Warum müssen Sie die Nase dafür, Digga? Boah, boah. Das war ein Ding, Digga. Also, Digga. Wo ist das also jetzt hier, Digga? Ist beim Wasserhahn, Digga. Ne. Ah, ja. Da fehlen Ihnen ungefähr 140 Kilo und auch an der Nase so viel. Ja. Ja. Das papiere ich nicht. Ja. Das heißt, das besser ist das. Ja. Ist so. So, gut. Dann, äh, ja. Aber nicht keine Polizeigewalt bei Tyrese. Nee. Eigentlich wollte ich nur Geschenke sammeln für die Kinder. Wasserwerfer sind ja keine Gewalt. Das haben wir ja gelernt in den letzten Tagen, ne? Das ist ein herzensguter. Der hat nur ein Alkoholproblem. Okay. Ja, prima. Dann kommen wir ja schon mal die Richtigen zusammen. Auch von dem Kontinent. Ohne rum. Gut. Alles klar. Na dann. Schönen Abend. Grüße. Wir könnten nochmal an eine Apotheke vorbeifahren. Ihnen eine Windel besorgen. Tyrese, das sind deine halfenden Elfen. Die bringen dich zurück zum Nordpol. Genau. Ja, das ist auch so gekotzt. Oh, nee. Wir sehen uns dann, Tyrese, ne? Tyrese, halt die Ohren steif. Weihnachtsmann. Ja, du bist ja Weihnachtsmann. Ja, du bist ja Weihnachtsmann. Ja, mach mal. Boah, was riecht denn hier? Boah. Mach alle Türbel dazu. Boah. 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 Oh Gott. Tschüss Tyrese. Boah. Na super. Jetzt sind wir im Hackenperner hier. Aber zu dem Anfang des Tages war das schon eine gute Abwechslung. Das war der beste Moment heute. Ja. Boah. Ich hab voll Bock mir so ein Museum anzugucken mit Da Vinci. Was? Mit wem? Da Vinci's Bilder, die der gemalt hat. Achso. Mona Lisa? Ja. Ja, diesmal nur Mona Therese. Gute Freundin von mir, Unternehmerin. Will nicht wissen, was die jetzt mit ihm machen. Der hat jetzt Spaß. Ja. Wie sind wir überhaupt hergekommen? Mit zu Fuß? Boah, ich muss mich nochmal umziehen, Pullover ist hier zu kalt. Ich brauche Jacke. Ja, dann müssen wir aber in eine andere Richtung laufen. Aber erstmal gucken, was da drin ist. Ja. Boah. Ja, leider ist das... Boah. Keiner so Event-Character, ne? Therese kann... Der hat jetzt einmal riesen AP gemacht, jetzt wird der eine Zelle geschmissen und dann ist der auch wieder weg, so. Ich würde so einen Scheiß auch abziehen, Alter, aber dann sitze ich einfach mal vier Stunden im Knast. Ach ja. Das ist einfach grandios, Mann, der Typ. Und das so für Hieroglyphen! Ich hab grad schon gemerkt, wir haben schon nach 23 Uhr. Na, wenn ihr Hunger habt, bestellt noch schnell was. Boah, das stinkt immer nur Kotze. Boah. 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 Zweit für wen? Für mich oder Therese? Für mich? Ja, ich packe ja irgendwann den Big Peanut aus, ne? Dann wird das mindestens genauso. Aber ich glaube, hier geht auch nix mehr. Na, habt ihr Kinder unglücklich gemacht und den Weihnachtsmann verhaften lassen? Boah, hör auf, Digga. Warum? Der wollte einbrechen, weil er Alkohol brauchte. Ja. Der hat das ganze Polizei heute voll gekotzt. Hätt ihr mal Jester angestiftet, das zu machen sollen? Wäre die aus ihrem Job rausgeflogen, dann hätte die bei uns anfangen können. Warum? Ja, die fliegt doch raus, oder nicht? Weiß ich nicht. Die will doch gar nicht mehr da arbeiten. Ja, die soll da mal endlich kündigen und rausfliegen und sowas, dass die bei uns anfangen Ja, dann sagt er das nur. Ja, haben wir schon tausendmal. Ihr müsst die motivieren und sagen, dass ihr die viel gerne habt und viel mehr sehen würdet, wenn die hier arbeiten würde. Aber ich will die nicht spielen auch sehen. Lügen darf man nicht sagen. Doch, in dem Fall schon. Nö. Nö. Die ersten Fuhr hab ich hingebracht. Wo waren die anderen Savage noch, ja? Die wollen nicht, dass Jesse arbeitet. Was zahlst du? Wie? Warum wollt ihr das nicht? Guck mal. Piti, ne? Der macht alles nur für Geld. Ach, so ist das. Ah. Ich mach lieber Burger. Die sind freundlicher als zu ihr. Ja, rede mit dem toten Fleisch. Frag du mich doch mal um Hilfe. Rede mit dem toten Fleisch, du Perlner. Ah. Ich hab dich ja gerade um Hilfe gebeten, Jesse zum Job zu verschaffen. Alles hat seinen Preis. Oder Unicorn macht einfach mal Fremdwerbung im Chat. Schutzgeld ist jetzt auf 506 Dollar erhöht worden. Scheiße, das kann ich mir bald nicht mehr leisten. 507 und jetzt kein Wort mehr. Ich rede nicht mehr mit dir. Heul, Suze, Heul, Suze. Sie hat zu, dass du die Burger nicht versalzt mit deinen Trillen. Pfff. Voll auf die Rohlinge, Alter. Nimm deinen Schatz. Schutzgeld. Falsches Auto, Jess. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jess voll dem fleischigen Nacken hat? Geil. Wenn man den Zusammendruck sieht, aus dem Schießwagen. Habe ich dir einen falschen Schlüssel gegeben? Zieh mal so eine Kreditkarte durch. Gib mal Schlüssel. Dann wird dein Konto irgendwann überlastet. Ich bin den gleicher Kunde. Äh, da. Jess. Aha. Okay. Warte, ich schub kurz meine Kreditkarte. Bezahlt. Hey, was? Jess Cole, du willst, dass du hier arbeitest. Ich weiß. Dann arbeite du hier. Nee, ich bin noch Mediziner. Dann kündige du. Jess sieht ein bisschen aus wie Fisch. Nein, ich darf nicht da kündigen, aber ich will keine Kündigung sein. Ja, du siehst ein bisschen aus wie Fisch. Hä? Du riechst auch ein bisschen wie Fisch. Du riechst wie Fisch. Du riechst wie Fisch. Nö. Du riechst wie Fisch, weil Mila so riecht. Wow. Mila riecht nicht nach Fisch. Die riecht nach Fisch. Du riechst nach Fisch. Mila riecht. Die riecht nach... Du hast Kiemen wie deinem Vater. Klabung. Aber komm mal her. Ich glaube, Koldi hat sie bisher nicht verliebt. Danke, Koldi. Bitte sehr. Da sagt man doch nicht Danke. Ich liebe dich Danke. Hätte geile Sachen gegeben, so zum Essen. Die du nicht hast. Da weiß jemand nochmal meine Liebe zu schätzen. Aha. Die steht trotzdem auf die Bad Boys. Was? Wann gibt's Kinder? Wann kannst du hier Kinderarbeit machen? Boah, also was sagt man nicht. Hab ich überhaupt was bestellt? Nö, du stehst nur dumm am Tresen. Ja, ich hab Hunger. Was ich gesagt hab. Was willst du denn haben? Im natürlichen dicken Sack. Schönen Cross bitte. Ach Gerdes. Ach Koldi. Warum habt ihr eigentlich keinen Dönerspieß? Weil wir an dem Spieß unseren Bacon knusprig machen. Soll ich die Jazz mal da draus setzen? Dann kann die sich drehen. Hey. Wir sind hier nicht das Unicorn. Ich bin auch schon braun genug. Das ist mein rausgehauen, Cody. Gegen deine zukünftige Mitarbeiterin. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ey, man muss ja auch testen, ob die berichtungsfähig ist. Es bleibt alles, ey. Nein, es bleibt alles. Schneller, ich hab Hunger. Hast du Waffeln? Sagst du gar nichts dazu zu sagen. Waffeln? Ne, aber Käsekuchen. Ich will Käsekuchen. Aber einen Ganzen. Ich auch, aber nur ein Stück vom Ganzen. Boah, ich hasse Leute, die einen anrufen und dann nicht rangehen. Ich schaue, dass ich Käsekuchen noch da hast. Boah, nerven. Boah, jetzt hab ich voll Bock auf Käsekuchen, Alter. Oh, du witzig. Boah, Jazz, kannst du mal aufhören damit? Ey, ich mach gar nix. Deshalb lädt sich deine Hose um. Hallo? Du hasst sicher, dass du mich nicht vergessen hast. Du hasst einen Freund in mir. Auch wenn es kalt und gefährlich ist. Der hat einen Schleicher gelassen. Jetzt kommen nicht die ganzen Ninjas hier rein. Jetzt furzt einfach durch die Höser. Das ist aber sehr viel gesprächig. Soll ich irgendwo kurz hinkommen? Und dann gehst du kurz aus der Tür und dann... Ja, warum halt noch zu arbeiten? Ich hab einen Schmelzen. Der ist Ba-Lele. Wo bist du denn? Ein bisschen noch, aber da schon ganz spät. Guck mal, die Rede sieht voll lustig aus durch die Reakke. Das ist so ein eigentlich deutschisches Kind, ne? Sieht voll lustig aus. Ich muss da hin so hoch. Klappe, ihr Penner. Hör auf mit den Knopfen zu schicken. Warum redest du auf einmal weg? Hau auf den Mund. Der ist Kusch. Das färbt ab, wenn man mit euch Umgang hat. Das ist ganz schlimm. Bleib wohl, dass nur das abfärbt. Ich habe ein kleines Grasblatt im Mund, deshalb konnte ich das machen. Hau, die Cowboy. Hallo, was ist denn jetzt mit meinem Käsekuchen? Den holt er gerade. Was ist denn da hin, der Wixler? Der ist einfach weg. Eigentlich hat er seit 20 Minuten Feierabend. Ich habe die ganze Zeit Rückspiegel geguckt, deswegen. Beidling! Hallo in Land! Das ist komisch. Ach, das fällt jetzt auf. Mach den Nazgul jetzt sofort. Ich bin das gewohnt. Mach mal den Nazgul jetzt. Labe! Mach mal Nazgul. Sack mal Abort, Digga. Sack mal Abort, Digga. Ja. Wirklich, schlapp rein rum. Ja, mache ich. Oh, du bist Käsekuchen. Käsekuchen. Du hast doch bestimmt draufgespuckt, jetzt in Zeit, wo du weg warst. Nö, ich habe da einfach ein bisschen was von deinen Füßen abgeschabt und damit einen Kuchen gemacht. Ja, und wo hast du von meinen Füßen das Zeug gar? Von Mila. Die verkauft ja sowas nicht. Doch. Nö. Ja, verkauft sie doch. Nö. Die schlägt mich, Mann. Was meinst du, warum du mal so babyweiche Füße hast? Mila hobelt dir die Füße und bringt die Späne her. Nein, weil die Käse war leck mit ihrer rohen Zunge. Der ist, hat deinen Nazgul geklaut. Der ist, hat deinen Nazgul geklaut. Stimmt, das will nun so nur unterwegs. Die ist, glaub, bei Cody's. Und für dich Popcorn und Curry gegen den. Aber ich wollte kein Popcorn. Es war ja auch für den Beatty. Ich will eine ganze Torte. Käse, Kuchen. Hast du das bekommen. Also. Steht da hinter dir auf den Tresen. Nimm ihn. Der ist, du sollst ihn sofort wieder zurückbringen. Du verwirrst mich jeden Tag aufs Neue. Ich hab gerne eine Klappe. Dann fühl dich gleich. Du bist gleich mal eine geile Zeit. Dann musst du dir eigentlich mal Kontaktlinsen nicht haben. Warum denn? Meine Augen sind voll chillen. Du siehst voll böse aus. Ich bin auch böse. Ja, die sind sehr gut. Das kommt nicht, Digga. Cody, du bist ja wegkriminal. Haben wir schon festgestellt. Genau, du bist selbst kriminal. Ihr labert doch. Du laberst doch. Haben wir festgestellt. Außerdem guckt dein Schwanz aus. Oh, sorry. Nein, ich mein Jess. Ich dachte schon, die ganze Zeit jemand angerufen auf lautlos. Alter. Der war doch nicht so richtig. Ich zersiere mich von meiner Aussage. Ich geh mir jetzt eine Jacke kaufen. Ich geb jetzt noch was zu essen für den Feierabend. Du sollst dir Gehirn sein kaufen. Aber TK kommt jetzt, weil Jess seinen Nasku geklaut hat. TK kommt. Der gerne nix habe ich. Ja, TK kommt. Der ist frisch ausgerast auf Telefon. Der meint, der zerstückelt sich und so. Ja, der wollte mal was von mir. Der wollte mal Kussi machen. 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 Und dann überfahre ich den. Dann steht er nicht mehr auf. Gut ist gut. Oh, das wäre der Straftat. Dann würde ich rausziehen, oder? Komm mal in sieben... Nee, fünf Minuten im Park, wir müssen wohin. Okay. Ja. Bis gleich. Bis zum Gespräch. Bis gleich. Will auch in einem Stück Käsekuchen? Ich habe einen. Boah, der hat mir sogar eine Aero-Gabel dabei gegeben. Ja, Ticker. Oh, oh. Klingo ist sauer. Du hast getrunken beim Rehen. Aber Terrence, liebe dich, Alter. Für deinen Event-Dinger immer. Du kommst, du machst eine halbe Stunde mehr AP als den ganzen Server. Schönen Abend durch noch. Du freggel. Hau rein, Danjo. Ach, Danjo. Ja. Nix. Oh, man. Danjo? Nee, nix. Ist mein Boden auf. Hallo, ich war... Curtis hat geredet, nicht ich. Nix. Du Wichser, Alter. Ich war halt auf der Pizze. Pizze, ich hole noch auf. Komm, wir müssen packen, wir haben ein Business-Gespräch gleich. Business-Gespräch? Mhm. Wooo. Warst du vorher noch Jacke? Nö. Nö. Aber wir haben ihn eilig. Boah, Jazz, lauf dich vor mir, sonst gibt's Brett. Hey, halt die Klappe. Ja, nicht so fre. Komm, Della. Zumal lasse ich dich nicht mit dem Geist alleine. Ich habe kurz Nitro angemacht. Warte, ich muss schalten. Ist das hier ein Kiel, no? Nein, das gibt's noch. Boah, Terry, du hast mich so getötet in der Alter. Ach so, Digga, Dankeschön für 500, 600, 700, 800,000, Digga. Wie holt ein Dollar each? Und für den Prime Sub in 2 Instanzen. Und Nate, Dankeschön für den Host mit 36. Und Kaiser, Dank für den Prime in 5. Und Tays, Dank für den Resub in 4. Advarios, Dankeschön für den Prime in 4. Ireal, Dankeschön für den Resub. Danke, Ollis, Dankeschön für den Prime in 4. Es geht. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, soll er mich markieren im Chat. Und schimpfen. Nate, hast du VOD schon? Es rappelt im Karton. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. Appelst, du lügst. Lauf schneller, Kartons. Schneller. Ich kann nicht schneller. Okay. Mein überdimensionaler Cock, der klein ist, verhindert das. Er hat noch's Flop. Oder ist ein Tick-Tack. Okay. Deshalb hat mir immer so einen frischen Atem. Warum denn I? Ich kann nichts dafür, wenn Gott mir nur sowas geben hat. Ich wollte das nicht wissen. Aber weißt du, was Schiffke gesagt hat? Was denn? Er hat gesagt, Mila braucht einen psychologischen Termin. Ja, braucht ihr aber nicht nur einen. Ja, du hast die kaputt gemacht. Die hat sich selbst kaputt gemacht. Du hast die kaputt gemacht. Die hat Haarwasser getrunken. Macht ihr sowas? Ja, weil die Durst hatte. Machst du das auch, wenn du Durst hast? Nee. Okay. Nicht so schnell, ihr Raudis. Wie kann uns einer ernst nehmen? Ich weiß auch noch nicht, wie das passiert, dass ich durch abhänge. Und er hat gesagt, du brauchst auch einen psychologischen Termin. Ja, ich brauche mehr als ein. Das kriegen wir hören. Ich bin Psychologin. Ich glaube, gar nicht. Doch. Ui. Ist das gleiche müde? Warum fühlt sich das so gut an, wenn man sich streckt? Ich dachte, Terry ist nicht mehr. Ihr tauscht Nummern. Was hast du gemacht? Ihr tauscht Nummern. Aha. Null hast du? Aha. Fünf hast du? Aha. Drei hast du? Ich will mich spielen das dritte Rad am Wagen. Ist ja ein Dreirad, mein Freund. Ist ja ein Dreirad. Hab ich doch schon gespeichert, okay. Sag das ja nicht, Beatty. Was? Was? Oh, mein Charles ist ein Eng. Ich hab nicht verstanden. Boah, hast du meinen Nazgûl. Spuck's aus. Ich hab gern nix. Sofort. Ich hab gern nix. Jess hat den. Ich hab gern nix. Gib den wieder. Ich hab nix. Ich hol die Hexenklinge. Dann ist Ende für dich. Ja, die Hexenklinge von Angmar. Richtig. Nicht mal die Elben könnt ihr helfen. Was für ein Businessgespräch haben wir? Rips. Wollen jetzt mit uns reden. Kommen die her? Was für uns macht? Nein, wir fahren zu dem. Wir kriegen bestimmt ein Brett. Sind alle hier, die da sind? Nein, nein, nein. Ja, ich glaub so. Die sind umgezogen. Tyrese ist im Gefängnis. Werde noch vor Ort. Der war betrunken und wollte die Failboxdings überfallen. Was ist? Pipi Zeit? Ja, kannst du noch schnell. Okay, dann mach ich auch kurz Pipi Zeit. Ja, mach. Und jetzt? Aber ich werde mich hören. Ich bin nicht hier nix. 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 Hallo? 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 Harte Musik! Ja! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Komm her! Nein, ich will keinen Pickel! Nein! Hallo? Los, mach wieder an! Und weshalb wollen wir mit dem... Boah, das gibt bestimmt Mergel, das ist bestimmt eine Falle. Nein, die wollen uns noch was anbieten, die wollen wohl wahrscheinlich mit uns was machen, aber was weiß ich nicht. Hallo? Hier stehen schon viele Autos, ne? Kannst du bitte nicht Autos servieren? Warum sehe ich mir das gut, ne? Die Jazz hat... Ach, da steht die doch! Wusstet ihr, dass oben über Fallen wurde? Im Krankenhaus? Und alle wurden gefeuert, Jazz auch? Nein, wir sind alle nur über Urlaub, weil... Weil die alle ihre Sachen da hatten und deswegen kann man nicht mehr arbeiten. Aber... Die haben heute noch Ausbildung so gemacht, das sind voll viele oben, voll gelogen. Die haben dich rausgeschmissen jetzt, hinter deinem Rücken. Nee. Ja, roll mal leer oben. So, wir fahren, äh... Dubster... The Bowler und The Stirling. The Stirling? Warum? Das Brautpaar. Komm, Finn. Wer fährt im Stirling mit? Alleine? Muss ich alleine fahren? Müssen wir alleine fahren? Müssen wir alleine fahren? Keine Probleme? Warte, man darf die mitkommen? Oder verpässt die? Ja... Die verpässt uns? Hi, na? Bär, du gehst mit dem Peps. Du bist mit Finch. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Wo wohnen die denn? Sie sind umgezogen. Ich glaub, wenn das Katze ist mit dem Kopf, warum schell ich irgendwas mehr holen? Nur Loser Typen haben Katzen. TK? Ja... Was denn? Küssst du den Fall nimmer? Ja... Willst du wissen, was wir sonst noch so machen? Nein, ich will das nicht wissen. Ja... Wallah... Und wer hat meinen nach School? Die Rester hat den geklaut. Sie sagt, sie hat den nicht. Doch, guck mal in den Schlibber. Schlibber Schublade. Darf ich das? Nee... Dann ist der Pfeil neifersüchtig. Scheiße... Ui... Herr, wo wollen die denn? Die sind umgezogen heute? Oder gestern? Und hier irgendwo? Hier. Warum rennt der weg? Bestimmt Falle weit ab. Voll die Falle. Voll die Falle bestimmt, voll die Falle. Jetzt müssen wir über ein Gegenüber gezogen. Jetzt müssen wir über ein Gegenüber gezogen. Voll die Falle, voll die Falle. Ja, denkst du? Da unten sind welche. Was? Okay, dann halt nicht, Arschloch. Was denn? Was denn? Scheiße, wir sind umstellen. Guten Tag, guten Tag. Was geht? 15 Kau, der Brett. 15? Möße. Ich muss gucken, wie viel ich noch im Umland habe. Tagsam! Hi Mädchen! Hi. Hallo. Was macht ihr? Nicht fair, was machst du? Warum sitzen im Schnee? Weil manche Leute mögen ihren Hintern kalt und stehen auf Blasenentzündung. Das gibt Tamorinen. Und Blasenentzündung. Ich bockse gleich hier. Warum willst du mich prügeln? Wenn du mich schaust, wo ist die Polizei? Oh. Wie hilft ihr euch? Was? Im Polizei. Wie hilft ihr euch? Was ist Ärztin? Gar nicht. Och, ist sie tatsächlich. Ich auch, ich bin Faulner. Okay. Das wäre tatsächlich eigentlich BOM egal. Haben halt nur gesagt, fragt lieber bei Junkie Park vorher nochmal nach. Falls sie da Stress machen, wie sieht das aus mit Pils zu verkaufen? Ähm... Also wollt ihr auf der Straße verkaufen? Ja, genau. Ja, also da lässt sich bestimmt was einrichten. Ich hab alles verpasst, um was geht's? Wir wollen fragen, ob sie Pils auf der Straße verkaufen dürfen. Was ja an sich nicht schlecht ist oder verkehrt. Aber da müssen wir dann nochmal Rücksprache halten, weil wir haben vielleicht demnächst was vorgehabt, was so alle Drogen angeht. Okay. Und, äh... Ja... Aber so... Euren Preis dann übernehmen und so, ne? Ja, der Straßenpreis ist ja fest, das ist ja das... Wollt ihr, wollt ihr dann verkaufen oder wollt ihr verkaufen lassen? Ne, ne, wir wollen dann verkaufen. Wir lassen nicht andere Leute, denke ich mal. Okay. Also zumindest erstmal nicht. Also ich weiß jetzt grad gar nicht mehr den Verkaufspreis. Meinen wären 450. Äh, Pilze ist... Das ist so entschuldig. Straße ist 400. Aber wer kauft ein Pilze? 400, na. Ja, es gibt so ein paar Leute gerade am Wochenende, die feiern wollen und nehmen sich mal so ein paar Müll. Also scheiß Junkies. Ja. Aber an sich... Komm in unsere Runde, setz dich dazu. Hol dir zwei Stühle und dann setz dich. Nimm den Klappstuhl. Habibi. Ich hoffe, der hat auch fürs Patent bezahlt. Ja, ja. Klar, klar, klar. Ich kann euch jetzt keine direkte Antwort geben, aber ich werde auf jeden Fall das ansprechen. Weil ich muss dann auch mit ein, zwei Leuten dann drüber reden. Ja. Und ich denke, ich werde mich dann morgen oder übermorgen bei euch melden, wenn ihr noch so lange warten könnt. Aber... Ja, klar. Also im Endeffekt eigentlich... Habt ihr schon... Also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und eigentlich soll das klappen. Ja. Warum nicht scheiß auf Pilze, Alter? Ja, ja. Ne, das... Ich sag so, ich mein... Ich sag so, ich mein... Genau. Ich mein so, ne... Die, äh... Sag ich mal, die zwei Tage... BIPEN! Hol den raus aus deinen Schlipper. Moment, aber zur Berichtung. Pilze sind auf Straße 500. Ah, 500, okay. Bruder, du fragst wegen der Leggings, ne? Du siehst das schon, dass der Finn bei dem TK... Äh, dass Leon beim TK auf dem Schoß sitzt, Alter. Und Finn beim Nick auf dem Schoß sitzt, ne? Ja, sonst sind die zwei Tage jetzt auch nicht so richtig. Und da wunderst du dich nicht, Robert? Ja, ich weiß gar nicht. Ja, falls jetzt mal Leute auf euch zukommen und jetzt noch ein paar Pilze haben wollen, dann gibt die denen... Ja, das ist nicht das Problem. Ja, ja, und... Dann besprechen wir jetzt nochmal in ein, zwei Tagen und dann ist eh wieder... Neuer Deal. Ich will jetzt nicht über irgendwelche Köpfe hinweg entscheiden. Ja, ja, klar. Wenn ich grad nicht da sind, so... Dann rede ich lieber nochmal kurz, mach Absprache. Du hast ein Freund mehr... Ja, uns wurde halt von BOM gesagt, ihr, und dann quatschen wir halt dann mit euch drüber, ne? Jo. Ja, ist doch, gut. Doch, die haben halt aufgefahren, ne? Weiß? Die haben aufgefahren, ne? Die haben heute... Die haben heute... Die haben heute Feuerwerk. Die sind schon ein bisschen cooler als vor ein paar Wochen. Ja, die haben sich gemacht. Haben die ein O gewechselt? Keine Ahnung. Ich glaub, der ist immer noch da. Ne, der ist... Das ist noch derselbe. Das ist noch derselbe. Bringst du mir was mit? Wie hieß denn der Nummer? Snoop oder so? Ja, aber der war... Snoop. Ja, es wäre da ein bisschen Konflikte mit den... Ne, der... Der... Der war woanders. Das ist meine. Der OG ist doch jetzt Dean. Ne, Snoop ist noch der OG. Snoop hat noch. Also, ich glaub, Snoop hat da... Noch ein bisschen was zu sagen. Ne, egal. Ich bin verwirrt bei denen. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja. Haben sich auf jeden Fall was... So ein bisschen was gemacht bei denen. Ja, dann werden wir auf jeden Fall in ein, zwei Tagen auf euch zukommen. Falls jetzt Leute kommen sollten, die Pilze kaufen wollen, verkauft euch gehen. Ja, wenn ihr jetzt schon ein paar Kunden habt, dann verkauft ruhig. Ja, dann verkauft ihr an die und... Bis jetzt haben wir halt noch keine. Wir haben halt nicht angefangen jetzt, bevor irgendwas geklärt ist oder so. Ja, ja, wie gesagt, falls jemand jetzt drauf kommen sollte und euch fragen sollte, verkauft ihr die. 4,500 und dann... Warte mal, ein Pilz kostet 500 Dollar? Ja. Die Verarbeitung, das ist schon, ne, also... Jumping, Jungs. Ja. Nicht ohne, ne, die Pilze machen. Das ist ne leckere Pilzsuppe. Ja. Ja. Ja, türkische, ne? Anali Kitzli. Genau. Ganz viel Knoblauch. Auf und Land! Junge. Ja, wir nehmen Pilze. Ja, wir nehmen Pilze. Und du wohnt jetzt hier, oder? Ja, richtig, ja. Ja. Hier hat vorher... Also ich hab vorher 187 gewohnt, ne? Ja, das war früher. Ganz, ganz früher. Ja. Und hier hat auch mal Vater Storkos gewohnt. Ja. Sind jetzt gewestsided. Ui. Junge, ist das hier ein Unzugsunternehmen oder was? Ja, siehst du doch. Und damit machst du Kohle, Junge. 2.000 Dollar pro Auto. Jeden Tag ne neue Gang irgendwo und ziehen. Gibt's eigentlich die Fortin-Niners noch? Äh, ja. 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 Die kontrollieren immer noch Pakete, ne? Kann man so nennen, ja. Kamalillion. Hohohoho. Entschuldigung. Moment. Ja, die Fortin-Niners. Die sind nicht nochmal umgezogen, die kontrollieren immer noch die Pakete. Ja, ja, die kontrollieren immer noch. Ja, ja. B, ich bekomm mein Weihnachtsgeschenk nicht. Ja, dann weiß der wohin. Das kann gut, das kann gut möglich sein. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Mein Brief von Hogwarts kam nämlich auch nicht an. Was? Meiner kam an. Hogwarts. Ich hab heute losgeschenkt. Ich hab heute losgeschenkt. Wie hast du auf die Absage reagiert? Boah, Alter, boah. Wenn, dann wärst du eh nur noch dafür taff gekommen, Alter. Hohohoho. Boah, ich hasse uns, ne? Ja. Aber ich liebe uns auch ein bisschen. Ja. Deswegen betäube ich jeden Abend hier rührende Wehen. Ich wundere sowieso, dass überhaupt wer mit uns redet. Ja. Bei wem sitzt du da auf dem Schoß? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin da drinnen. Besser ist es. Los, schnapp ihn dir. Fass. Und du hast dir gedacht, kein Stuhl trägt ne Bank, oder was? Das ist doch jetzt keine Einladung, dass du dich auf meinen Schuss setzt, Mann. Das ist nur dein neues Deo Zeichen. Sein neues Deo stinkt aber. Riecht nach Maggi, Alter. Fotze! Jess, hast du alles mitrufgeschrieben? Dass du uns morgen wieder verpelzen kannst? Ja, ganz bestimmt. Apatatazwani! Apatatazwani! Ah, das ist sehr gut. Apatooo! Natürlich. Apatazwani! Apatazwani! Oh, fuck, Mann. Also, ihr könnt nicht nur Pilze, sondern auch die haben wir Sparababa bei uns. Oh, geil, geil. Mech schon. Boah, ich hab irgendwie voll Bock auf. Hm. Hopp! Justin! Wer ist denn da? Justin! Ja, wer ist da? Das ist die Bundespolizei. Das ist die Bundespolizei. Schnee, Schnee, Scheiße. Das sieht gut aus, du wichst da. Was ist denn hier los? Was geht? Krachtchen! Willkommen bei den anonymen Alkohohühnern. Alkohühner. Piu! Oh, no! Wart mal, war das ein Drive-By? Oh, das war Drive-By. Kimflätschide? Okay. Piu. Bobi! Wo fliegst du hin? Ich hab nur seinen Arschloch drehen. Wird schon wieder Zeit, ich muss pennen, Alter Ich dreh langsam durch Auch, auch, auch Mehr wollten wir eigentlich Dann halt auch nicht von euch, oder? Denk ich mal, habt ihr gemerkt Ja Wie gesagt, ein, zwei Tage Eine eurer Leute geht baden Wer geht mit wem baden? Wie ohne den Bademeister Er hat sich im Pool gefallen Boah, Wels, gleich ins Krankenhaus Ich glaub, du bist unterkühlt, Junge Ja, ja, ich glaub Wir müssen erstmal jetzt Handtücher holen, Gen Pommes Nee, Pommes Ich find das nicht Ja, okay Schatz, mach mal Platz auf der Schoß Ich bin durch Was war das jetzt gerade? Hör auf damit Das war, das war für mich mit dem Theker Wir haben, die haben nicht aufgenommen Mann, pack die Schildkröte wieder raus Das ist ein Geltungsack Die hat mir der Welt zugeschickt Oh, ist ein Teich hier links, ne? Ui, ui, ui Warum, du kannst im echten Leben auch mit dem Handy irgendwie Sounds abspielen? Weil es ist ja eigentlich kalt jetzt, wenn du mir gefallen bist Brauchst du einen Arzt? Oder einen dritten Arzt? Ach, Alter Alter, alles klar Ja, die sind voll nervig Muss nur mal rein Was denn? Ja, das ist halt wirklich so Nokia, connecting people Was hast du gesagt, Jess? Ich muss mich nicht auf meinen Schoß setzen Oh, tschuldigung Auf deinen Schoß? Du kannst dich auf meinen setzen, Mila ist nicht da Nee Jetzt kommen die schon wieder Setz dich auf meinen oder tanz vor mir Das ist wie ein Plattenbau oder was? Aber wir sind hier nicht im Unicorn Hau mir deinem Fuß ins Gesicht Ja Ah, nix Hebe mir den Zahn aus mit deinem Fußnagel Alter Oh, das ist so geil Zehner, wenn du die Lille frisst Weißt du, Zehner? Schwör Zehner Wie Turbo Die Drogen tun nicht nur gut Was war das denn? Fisch Ja, ist gut jetzt mit deinem Scheiß-Hellnick Ja, wer macht das die ganze Zeit, Alter? Boah, biet die dummes Stück Müll, ne? Boah, lass das Ich hoffe, dass du stirbst Bring meinen Freund nicht auf die Pannke, du dummes Wixer Komm mit Sonst schnipse ich dir deine Cappy gleich weg Schon gemütlich hier, ne? Ja, ein bisschen Ja, schon ein bisschen Ja, schon schönlich hier, ne? Wie läuft eigentlich euer Bau so? Was soll ihr da vorhaben? Ja, keine Ahnung Bulldozer bei euch Letztens meinte Johnny, da wird gebaut bei euch Achso, ja Wir wollen umbauen Wir wissen aber noch nicht genau, was und wie und wo Das Teil steht eigentlich nur da, um die Jazz zu transportieren Oha Das ist wirklich wichtig Jabba da hat Nein, du bist eine ganz hübsche Jazz Das sieht ein bisschen aus So, sagt man nicht Binne Das ist für ein Schneeschippen Das mach ich mitm schlagen Was? Das willst du schlagen? Ne, die Straße schippen Mach ich mitm schlagen Mitm schlagen? Ja, ja Wie du haust den Boden? Ja, ziehfacher legen Ach, das Auto Ja, ja Wurde schon sagen, du wirst schlappen Nein Das ist also auch wie bei der Mutter Fehler Achso, apropos deine Mutter Wir müssen wieder Essen zum Unicorn bringen, ne? Ja Das werden wir mal machen Wir haben es schon vergessen Was? Ja, Essen zum Unicorn bringen Wollte heute Mittag schon haben Wohin ging dieses Treffen jetzt eigentlich? Maria hat das schon gedacht Wegen Pilze Ist dir kalt? Ich glaub, den Wels ist kalt Nein, alles gut Ich hab getrunken Ihr habt aus eurem Pool gesoffen Paar, das solltest du vielleicht noch nicht machen, Digga Das würde ich jetzt nicht empfehlen Ach, nicht schlimm Was hat denn da gequietscht? Öl mal deinen Klapsschlo, Junge Das ist eure Ware, ne? Die hab ich von euch, also Oh, der ist schon weg Oh, der ist schon weg Der ist schon weg Der ist schon weg Oh, oh, der ist schon weg Oh, oh, der ist schon weg Bis zum nächsten Tag Oh, oh, ciao, Junge Ciao, Junge Alle Einheiten, ran hier Rechtsrum, rechtsrum Boah, guck mal jetzt, wenn die Chess einsteigt Boah, auf einmal Lowrider Was sag mal nicht Ja, tut mir leid Ist ein V12 besser als ein V Hm, ich glaub nicht Ey, der scheiß Funk Funkdisziplin Besser ist es Bin der Caller Ja, na klar Einmal sage ich was Dann ist Ruhe Hab die Stadt im Griff Du darfst im Crime Und im Gangapero Und whatever Darfst du nicht mit anderen Leuten reden Weil das ist eine Kuschel Ich meine Es ging ja gerade nicht Um irgendwelche Drogen Oder so Oder um Business Es ging ja darum Zusammen gegen eine andere Gruppierung Zu agieren Aktiv, ne? Dass man zusammen da reinrennt Und so Kommen wir jetzt wieder in den Park Ja, wohin sonst? Aber ganz schnell wieder in den Kreis Fühl mich nur im Kreis wohl Hä, boah, wissen die Dass Jazzrad umfährt Ja, frag ich mich auch Jungs, seid ihr gerade mit Jazz in Paleto? Boah, wir sind so gemein Ja, das verdient Der hat meinen Nazco geklaut Das stimmt Boah, die kann den nicht kontrollieren Ivan, danke für den WeSup im dritten Ich hatte einen Trecker Ich hatte einen Trecker Osiris, danke für den WeSup im vierten Dann tat man schon, ne? Das ist ja auch kein AP, wenn man redet Ja, ja Und geballert wird nur gegen Cops, genau Keine Ahnung, warum Leute sowas sagen Manchmal arbeitet man auch einfach aktiv Auch mit anderen Gruppierungen zusammen Das ist einfach alles AP Ich will gucken Ja, ja, das geht Ja, ja Wollen wir gucken Fahren, Kurtis? Schwerzgangsport? Ja Ja, komm Aber mit SUV, ne? Können wir Boah, das brauchen wir ewig, ne? Ist egal Wir machen die Sportwagenkolonne Wir können auch Toros nehmen Bis schnell und SUV Ich habe gar kein Buch zu fahren jetzt Ich fahre jetzt jetzt mich irgendwo hinten rein Ich kann fahren Ich auch nicht Ja, wenn wir länger hier stehen, warten wir nur länger Ja, dann los, 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 AP, Toros, AP, Toros Du, griff, recht rum Haben wir genug Platz? Ich setze mich in den Jugular Boah, ich will aber nicht fahren Ich habe keine Schlüssel Dann fahrt bei Dingen im Jugular mit Oder ist der auch jetzt schon voll? Nö Was ist denn ein Schwertransport? Damit fahren die deine Mutter auch weg Meine? Ja Zu deiner, damit die wieder gewaschen werden kann? Ja Damit die zusammen mit dem Unicorn arbeiten können Da wird die Stange wegknicken, Junge Huren Aber wo waren das jetzt Palete und Zennischuss, ne? Ja, ja Deswegen putzt meine Mutter da oben auch nur Weil die wird da oben in dem See gebadet Ja, ja Weil der eine in den Tuber Wenn meine Mutter da tanzen würde Oh, Stange direkt weg Ja, nehmper Oh, oh, oh Ja, ich glaube schon Ich habe den Tod gesehen, ne? Ja, ich auch Alter, was ist hier los? Mach die Niederlos, Junge Oh, der Lutscher Das ist nicht witzig Alkohol Oh, 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 oh Oh, Junge Der ist Ja Ne, ich war noch nicht auf Lucky. Hallo, ich esse gleich auch noch. Ich habe mega Hunger. Natürlich. Oder willst du mit Zappel erzählen, dass wenn man nachts isst, dass man das ansetzt und so? Aua, mein Ohr. Fickebuckele. Dein Arzt ist auch eine Pfeife, Junge. Fliech, 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 fliech. Zu 99,99% vergesse ich nicht, mich zu müden. Ich glaube, das ist mir nur einmal passiert. Aber wie sollen wir die finden? Wo soll das sein? Ich weiß nicht. Boah, ich hätte jetzt viel Bock auf ein Tinkerpäckchen. Ja. Warum hast du mein Herz gebrochen? Jetzt ist es zerstört und es schmerzt beim Pochen. Damit würde ich zum Abend gehen. Warum? Darum. Damit gehe ich mal zu Karglas reparieren. Karglas tauscht aus. Habe ich dir noch Funk bei? Ja. Für Wetten ist die Oma zuständig. Das ist einfacher als Telefon. Boah, American Truck Simulator. Der hat aber keinen Schwer zum Spoiler. Spoiler? Nee. War ein LKW. Boah, Junge. Ich habe einen Rückspiegel kurz. Du hast schon eine Brille auf, ne? Ruhe. Rückspiegel. Du musst nach dem LKW gucken. Zieh die Feuerbrille ab und fahr nochmal. Im Regen kann man meinen Tränen nicht sehen. Fast im Burgsprüchschild 2020. Ich bin der Hohelmann. Ich bin der Gerne. Ich bin der Gorniger. Ich war die Oßenpöte. Boah, Frikadelle hätte ich jetzt auch Bock drauf. Von Käsekuchen. Oder Käsekuchen-Frikadelle. Wo ich schaue die Rehlen an? Ich höre Tüter an. Ganz wilde. Bei uns. Kommen wir jetzt auf der Badermäste. Hm? TK10 fehl. Wir haben das Ziel. Wir haben den Tango. Sind gerade Polizei-Banons dabei gefallen? Da vorne. Boah, da sind ganz viele. Oh ja. Ich sehe ein Blaulicht. D2. Ach ne, ist auch nur ein Streuner. Der Gold uns. So ein pinker Chocolaté-Pobain. Jungs, oder? Junge, er hat den Surgeons. Ach du Speil. Ja, Jungs, alles klar. Wir haben doch 23 oder 57. Was denken die denn, aber? Was wird denn da transportiert? Vielleicht auf die Reifen schießt. Vielleicht Bitcoins? Ne, WLAN. Meine Schreibtischplätze. Boah, der will uns ausbremsen. Wir sollen mal gucken, wo er ausbremst. Wir bekommen 100% Lerge. Stand in der SMS, dass man nicht hinfallen darf. Was ist mit ihm denn? Warum bleibst du nur stehen? Ja, guck, die hat mal an, was die gemacht haben. Die haben voll in die Bande reingedrückt, die Idioten. Da kommt schon die Polizei. Die sind hinterm Pounder, die sind vorbeigefahren, die sind unten lang. Aber da stand doch gar nicht bei, dass man da nicht gucken darf. Da stand nur noch ein Schwertransport. Ja, jetzt musst du vorsichtig sein. Dann will ich den Zap sollen. Verarscht immer. Guck mal. Tu mal so, als würdest du links vorbeiziehen wollen und dann gleich nach rechts. Das bringt nix. Was ist denn jetzt los? Was machen die da? Was machen die da? Die merken selber, dass sie nichts wissen wollen. Nein. Mahlzeit! Die reden nicht mit uns. Haben die was gesagt, Jungs? Nö. Ja, warte. Die haben gesagt, die wollen uns verpissen. Ja, die Bullen. Ja, wir sollen mal weiterfahren, wenn die uns blockieren, die Idioten. Fahr du nicht weg, du verhältst. Ich bin ein Krimineller. Nein. Nein. Der Bullen hat gesagt, wir sollen weiterfahren. Aber wir sollen uns nicht hochnehmen lassen. Was hochnehmen? Ich hab Knarre dabei. Ja, ich auch. Ich hab auch Funkgerät dabei. Das ist nicht so gut. Das stimmt. Meine Schreibtischplatte sind irgendwie 1,80 oder so. Aber ich hab noch so einen kleinen Kehrschrank. Alex heißt der, glaub ich. Rechts daneben stehen, wo der PC dann drauf steht. Wir rollen einmal drüber. Wow. So was würde ich jetzt niemals sagen. Ja, ja. Sieht man nicht, John. Schlimmer. Hab ich noch nicht gemacht. Jetzt klatschen wir ruhig eine. Seid ihr wieder am Paar? Ich denke mal, das war einfach ne Sony-Event jetzt gerade. Ohne irgendwie Interview. Okay, bin dabei. Mann, das war ja spannend. Soon, by the way. Ui! Das kribbelt immer so im Bauch. Damit solltest du zum Arzt. Ne, warum? Kennst du das nicht von Achterbahn? Nö. Nö. Langweiler. Ne, der kribbelt im Bauch ist nicht persönlich schädlich. Also alles gut. Boah, du. Deine arztlichen... Der ist nicht da. Das ist Smoke, glaub ich. War der? Der Bude. Aber... Check! Meister! Was geht ab? Wo warst du? Was geht? Hä? Was geht? Warst du die ganze Zeit? Sinn! Ne? Ne? Ich glaub, ich fahr mich jetzt ums. Wir haben gerade ne'n Schwertransport beobachtet. Wow. Ja. John's Mutter hat gebunken. Echt? Mh. Die haben nur deine Mutter transportiert. Nur deine? Ne, meine ist gerade Unicorn am putzen. Kokon lacks und Airport. Ola! Ola... Ola! 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 Haha! Ola! Ola! Ey, funkt hier die ganze Zeit durch, welcher F... Ja. Hallo. Paar Jahre noch Training, dann kann ich springen. Was machen die denn jetzt? Die fahren irgendwas durch beim Knickern. Ja, in irgendein Gespräch. Beutlin! Gleich geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Grüfe! Dexus ist heute gar nicht da, ne? Die Nachtschicht. Ich weiß das, hab Meta gemacht. Ich beobachte den Pediatur für Arbeit. O, Jacques Bajeo wär schon... O, wär schon Zucker jetzt, ne? So leckerer Döner. Sagt sich. Düdüü! Düdüü! Lass dich mal gucken, wer ist denn da? Ui, 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 ui. Daniel ist online. Der macht auch immer lange, ne? Oder? Macht der immer lange? Oder Bernsten? Wollt der Koppers sehen, Chat? Wollt der Koppers sehen? Komm, Bernsten ist da wohl ne dufter Kerl. Was ist das für ein Bild? Das ist tagsam aus dem Junkiepark, Junge. Ich mach Bernsten. Ab in den Raid-Promers. Vielen lieben Dank für heute. Ich hoffe, hat es Spaß gemacht. Zumindest hat es auf jeden Fall mit Therese die Sache. Manchmal ist es langweilig, manchmal ist es so. Man kennt es nicht anders. Ich wünsche euch ne wunderschöne gute Nacht. Danke nochmal. Bis, was ist denn heute? Montag, ne? Oh, ich glaub, ich mach PC erst Dienstag. Entweder bis nachher oder ich Twitter, Alter. Okay? Nachtsam. Nachtsam und seid lieb am besten. Tschuhu's. Und vielen lieben Dank. Tschuhu's. Gute Nacht. Tschuhu's. Tschuhu's. Küsschen, Küsschen. Kekoschloff in den Chat. Tschuhu's. 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 Tschuhu's.